So, guten Morgen, liebe Freundinnen und Freunde. Ich darf euch offiziell zum zweiten Tag unserer Landesdelegiertenkonferenz hier in Schwäbisch-Gemünd begrüßen. Nochmal die Bitte an alle, Platz zu nehmen, sodass wir zügig anfangen können und im Interesse aller heute auch frühzeitig beenden können und erfolgreich selbstverständlich. Die heutige Tagesordnung sieht vor, dass wir mit einem Grußwort der GAR durch Bettina Liesbach starten. Danach werden wir weiter fortführen mit der Wahlversammlung und im Anschluss wird die Wahl der Delegierten zum EGTP-Kongress stattfinden, sowie die Bearbeitung einiger V-Anträge. Wir starten somit auch direkt und ich darf Bettina nach vorne bitten für das Grußwort der GAR. Ja, guten Morgen, liebe Freundinnen und Freunde. Ich hoffe, ihr seid gut in den Tag gekommen. Es ist ja immer keine ganz dankbare Aufgabe, Sonntagmorgens, wenn alle hier so langsam eintrudeln, das Grußwort für die GAR zu sprechen. Ich freue mich trotzdem, dass ich das tun darf und ich hoffe auch, dass ihr den kommunalen Belangen etwas Gehör schenkt. Als GAR, als Vertreterinnen der Grünen und Alternativen in den Räten von Baden-Württemberg haben wir ja den Anspruch, vor allem grüne Kommunalpolitik zu stärken und zu unterstützen und ich finde, das passt auch sehr gut zum Motto unseres Parteitages, zusammenzuwachsen. Auch wir als GAR wachsen stetig, sowohl an unseren Aufgaben als auch vor allem natürlich an Mitgliedern. Wir vernetzen, wir verbinden, wir arbeiten zusammen und vor allem wir fördern auch die Zusammenarbeit zwischen den kommunal aktiven Grünen und grünnahen in unserem Land. Das ist unser Anspruch und unsere Aufgabe. Und es liegt auch jetzt wieder ein sehr aktivitäts- und ereignisreiches kommunales Jahr hinter uns. Zusammen mit unserer Geschäftsführerin, der Sabine Schlager, haben wir fast jeden Monat irgendwelche Seminare und Vernetzungstreffen angeboten. Und dieses Angebot, diese Seminare erfreuen sich auch zunehmender Beliebtheit. Sie sind durchweg sehr gut besucht. Wir setzen dabei dann natürlich auch immer inhaltliche Schwerpunkte, beispielsweise beim Wohnungsbau, beim Ausbau der Windkraft im Land. Wir haben auch ein Seminar angeboten zur Bewertung des Koalitionsvertrages und seine Auswirkungen auf die Kommunen. Und auch darüber hinaus bieten wir natürlich umfangreiche Informationen für unsere Mitglieder über unseren Rundbrief, über die Website, über Beratungsangebote, auch Einzelberatung zum Beispiel in rechtlichen Fragen. Eingebracht haben wir uns auch bei der Landtagswahl. Und wir haben dabei das besondere Engagement der Landesregierung in den letzten Jahren für die Kommunen auch nochmal deutlich herausgestellt. Und ich möchte es einfach auch nochmal an dieser Stelle ganz stark betonen, weil es bei der aktuellen Diskussion über die Finanzbeziehung zwischen Land und Kommune häufig vergessen wird. In den letzten Jahren wurden wirklich ganz wesentliche Verbesserungen für die Kommunen auf den Weg gebracht. Und die bleiben auch in den nächsten Jahren bestehen. Hier findet keine Rückabwicklung statt. Ich will nur erinnern an die Förderung, den Ausbau der Förderung der frühkindlichen Bildung und Betreuung. Hier ist ganz viel passiert und all das bleiben diese Errungenschaften, die bleiben bestehen. Unser historischer Erfolg bei der Landtagswahl hat natürlich auch uns als GRR sehr gefreut. Damit sind auch viele kommunal aktive Grüne jetzt in den neuen Landtag eingezogen. Das prägt auch, wie ich meine, die neue Fraktion. Ich gehöre auch zu den Kommunalen, die in den Landtag jetzt eingezogen sind. Und das bedeutet auch nochmal eine weitere Stärkung der kommunalpolitischen Kompetenz, auch auf Landesebene. Das ist auch für uns als GRR ein großer Erfolg und sehr, sehr erfreulich. Durch die Landtagswahl hat es auch bei der GRR dann einige personelle Veränderungen gegeben. Unser bisheriger Vorsitzender, der Andreas Schwarz wurde ja dann von der Landtagsfraktion auch erfreulicherweise zum Fraktionsvorsitzenden gewählt, hat deswegen sein Amt als GRR-Vorsitzende aufgegeben. Und die Landtagsfraktion hat mich dann zur neuen kommunalpolitischen Sprecherin gewählt. Und seit Juni diesen Jahres teilen sich nun der Dirk Grunert aus Mannheim und ich den GRR-Vorsitz. Und zusammen mit Matthias Gastel, Claudia Patzwahl, Margit Stumpf und Wilfried Weisbrot sind wir so das neue, aber zum großen Teil auch schon alte und bewährte Vorstandsteam, das in der GRR arbeitet. Und zusammen mit unserer Geschäftsführerin der Sabine. Und ich glaube, wir sind ein bewährtes Team, das auch wirklich eine gute Arbeit macht. Wir arbeiten dabei oft eher etwas geräuscharm und vielleicht im Hintergrund. Wir streiten uns wenig, schaffen aber eine ganze Menge. Das ist vielleicht nicht immer besonders interessant für die Medien, aber ich glaube, das zeichnet uns als GRR auch einfach aus. Natürlich ist auch bei uns nicht immer eitel Sonnenschein. Auch wir waren gerade die letzten Wochen und Monate sehr intensiv mit der Neuordnung der Finanzbeziehung zwischen Land und Kommune befasst. Und es haben sich natürlich auch viele Mitglieder besorgt, an uns gewandt. In dieser ganzen Diskussion erkennen wir schon an, dass die finanzielle Situation des Landes und auch der Kommunen, wenn man den Durchschnitt der Kommunen betrachtet, sich in den letzten Jahren auseinanderentwickelt hat. Und zwar zu Ungunsten des Landes. Und es ist schon wichtig, dass das auch ein Anlass sein muss, dass Land und Kommune ihre Finanzbeziehungen wieder neu aushandelt. Für uns, für mich ist es dabei auch ganz wichtig, dass das übergeordnete Ziel aber immer ist, dass man die gemeinsamen Aufgaben der öffentlichen Daseinsvorsorge optimal erfüllt, dass man diese Aufgaben wie Bildung, wie Integration, wie Wohnungsbau auch wirklich gemeinsam angeht. Und die Verteilung der Finanzmittel zwischen Land und Kommune muss sich eben genau an diesem Ziel auch ausrichten. Sie muss übers Land dann auch ausgewogen sein und vernünftig gestaltet sein. Da sind Regelungen natürlich nicht ganz einfach, weil sich die Situation der Kommunen im Land einfach sehr unterschiedlich darstellt. Es gibt wirklich reiche Kommunen. Es gibt Kommunen, die sind strukturell benachteiligt. Die haben einfach auch große Lasten zu tragen. Und da ist es natürlich schwer, das vernünftig auszugestalten. Als GRR und auch als Landtagsfraktion haben wir uns deshalb auch immer für eine differenzierte Betrachtung der Situation der Kommunen eingesetzt. Und wir haben uns dafür eingesetzt, die Kommunen dort zu unterstützen, wo sie das Geld am dringendsten benötigen und wo es dann auch am wichtigsten ist, Geld zu geben. Daneben war uns in diesen Verhandlungen aber auch ganz wichtig, dass es zu einer Einigung kommt zwischen der Landesregierung und zwischen den kommunalen Landesverbänden. Und diese Einigung, die ist jetzt Anfang November zustande gekommen. Darüber waren wir sehr erleichtert und sind wir auch jetzt noch sehr froh. Und ich möchte mich an dieser Stelle ganz ausdrücklich bedanken bei der Edith Sitzmann und auch bei der Gisela Splett, die hier in der gemeinsamen Finanzkommission wirklich eine sehr gute Arbeit geleistet haben und ein sehr gutes Verhandlungsergebnis erreicht haben. Im Ergebnis ist jetzt ein tragfähiger Kompromiss zustande gekommen. Ein Kompromiss, der natürlich Entgegenkommen von beiden Seiten erfordert hat, wie das bei Kompromissen ebenso üblich ist. Trotz allem, die Beschlüsse sind einstimmig erfolgt in dieser Finanzkommission und das ist wirklich erfreulich, als auch die Kommunalen Landesverbände haben das geschlossen mitgetragen, dieses Ergebnis. Ein paar wesentliche Inhalte der Vereinbarung will ich kurz nennen. Der Anteil, der prozentuale Anteil, den das Land aus seinem Steueraufkommen für den Finanzausgleich bereitstellt, der bleibt unverändert. Das war auch eine ganz wichtige Forderung der Kommunalen Landesverbände. Von diesen Zuweisungen wird aber ein gestaffelter Betrag gekürzt, die sogenannte Vorwegabnahme und die wird bis 2021 jetzt um 200 bis 230 Millionen höher ausfallen als bisher. Gleichzeitig und auch ein Stück weit zum Ausgleich gibt es aber auch einen Pakt für Integration, der mit 160 Millionen im Jahr finanziert sein wird. Für die Integration von Flüchtlingen wird dieses Geld zur Verfügung stehen. Ein Teil davon wird über Integrationsförderprogramme des Landes zur Verfügung gestellt. Ein größerer Teil von diesem Geld wird für die Anschlussunterbringung direkt an die Kommunen abfließen. Auch das ist eine ganz wichtige Information, wenn man das Gesamtpaket auch der Einigung betrachtet. Außerdem gehört zu diesem ausgehandelten Paket auch ein kommunaler Sanierungsfonds. Der war der GAR und auch der Landtagsfraktion ein ganz besonderes Anliegen, weil mit diesem Fonds gezielt Kommunen unterstützt werden beim Abbau ihres Sanierungsstaus. Dieses Geld kann dann in Schulgebäude, in kommunale Infrastruktur, auch in Ersatzinvestitionen für den ÖPNV fließen und wir meinen, dass damit wirklich nochmal eine gezielte Unterstützungsleistung für die Kommunen auch gegeben wird, die es am wichtigsten, am dringendsten brauchen. Auch noch Teil des Pakets ist ein Unwetterhilfefonds, der von Land und Kommunen gemeinsam getragen wird. Und jetzt unabhängig von diesen Verhandlungen gibt es natürlich auch weiterhin noch Unterstützungsprogramme des Landes, die auch den Kommunen zugutekommen. Ich denke dabei unter anderem auch an die Wohnraumförderung, die ja in den nächsten Jahren noch weiter ausgebaut werden soll und die natürlich auch ganz wichtige kommunale Belange hier erfüllt und denen entgegenkommt. Wie gesagt, das alles ist ein Kompromiss, den wir als GAR aber gut mittragen und mitgehen können. Wir tun das schon auch in der Überzeugung, dass wir hier in den Verhandlungen unseren Teil dazu beigetragen haben, die Belastungen der Kommunen auf ein akzeptables Maß zu begrenzen. Das alles sind jetzt natürlich viele Details, ein bisschen trockener Stoff, das ist mir klar. Und es ist auch zu komplex, um das jetzt mal hier in zehn Minuten alles wiederzugeben, weil die Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommune einfach eine komplexe Angelegenheit sind. Die Landtagsfraktion wird deswegen am 10. Dezember auch noch speziell ein Seminar zu diesem Thema anbieten, auch in Kooperation mit der GAR. Dort werden die Gisela Splett als Vertreterin des Finanzministeriums, die Tekla Walker als finanzpolitische Sprecherin der Landtagsfraktion und ich als kommunalpolitische Sprecherin der Fraktion Rede und Antwort stehen auch noch mal einiges im Detail erläutern. Anmeldungen zu diesem Seminar sind über die GAR-Seite möglich und allen, die das interessiert und die sich auch mit dem Thema näher befassen wollen, bitte ich, lade ich herzlich ein, hier teilzunehmen. Für uns als GAR-Vorstand ist es jetzt Zeit, natürlich auch neue Themen wieder anzugehen. Wir haben gerade letzte Woche unsere Jahresplanung für das nächste Jahr gemacht. Wir werden wieder zahlreiche Seminare anbieten im neuen Jahr, eins auch noch in diesem Jahr. Da ist noch ein Seminar zur Bildung mit der Sandra Boser geplant, im nächsten Jahr eins zur Krankenhausfinanzierung im Mai und noch viele weitere Themen, über die wir euch natürlich informieren werden. Und wie erwähnt, wir freuen uns wirklich, wenn ihr die Angebote der GAR rege wahrnehmt. Die GAR lebt einfach vom Vernetzen, vom Miteinander, vom Mitmachen auch. Und ganz in diesem Sinne wünsche ich auch heute eine gute Fortsetzung für diese LDK. Dankeschön. Vielen Dank, Bettina. Wir steigen nun in die Wahlversammlung wieder ein. Ich stelle noch mal kurz das gestern beschlossene Verfahren vor. Bei den jeweiligen Plätzen werden die Kandidatinnen in alphabetischer Reihenfolge vorgestellt. Bei der ersten Vorstellung besteht die Möglichkeit, für sieben Minuten zu reden, bei der zweiten Vorstellung für drei Minuten. Sollte eine Kandidatin ein Kandidat sich ein drittes Mal vorstellen, ist hier nur noch die Nennung des Namen des Kreisverbandes und, sofern gewünscht, der ursprünglich gewählte Listenplatz zu nennen. Fragerunden werden dann in umgekehrt alphabetischer Reihenfolge vorgenommen. Wir haben dafür einen entsprechenden Eimer vorne stehen. Hier nochmal der Hinweis, dass Fragen nur an Kandidatinnen eingeworfen werden können, die sich das erste Mal einwerfen. Das heißt, es gibt keine Fragerunden bei einer zweiten oder dritten Vorstellung. Die Antwortzeit beträgt für die Fragen drei Minuten und im Anschluss treten wir in den Wahlgang ein. Wir werden vor jedem Wahlgang fragen, welche Bewerbungen für den jeweiligen Platz vorliegen und diese Möglichkeit der Bewerbung dann schließen, wenn wir in die Bewerbungsreden eintreten. So, soweit zum Verfahren. Wir starten dann mit dem Platz 15. Vormals noch die Frage, haben denn alle Ihre Abstimmungsgeräte abgeholt? Falls nicht, möchte ich bitten, dies noch zügig zu tun. Wir werden zunächst nochmal mit einer Deuführung, einer Probeabstimmung beginnen. Da möchte ich die Technik bitten, die Technik einmal bitte die Frage anzuwerfen. Das ist eine schöne Frage. Haben Sie gestern Abend noch gefeiert? Ihr habt jetzt die Möglichkeit, auf euren Geräten für eins mit Enthaltung zu stimmen, für zwei mit Nein zu stimmen und mit drei für Ja zu stimmen. Wer Enthaltung stimmt, wäre ich gespannt, aus welchem Grund. So, ich eröffne damit den Wahlgang für die Probeabstimmung. So, gab es technische Probleme? Das sehe ich oben im Gang einmal. Gab es sonstige Probleme mit der Abstimmung? Noch einmal links im Saal. So, einmal links hier noch und einmal rechts noch. Da gibt es einige Probleme scheinbar noch. Und links im Gang funktioniert ein Gerät noch nicht, wie es soll. Ja, da links war noch hier. So, gibt es noch weitere technische Probleme? Bitte klar anzeigen. So, wie es scheint, ist alles gelöst, hat funktioniert. Ich frage noch ein letztes Mal, gibt es noch weitere Probleme? Das sehe ich nicht. Dann schließe ich hier den Wahlgang. Vielen Dank. Vielen Dank. So, wir haben ein Ergebnis. Relativ viele Enthaltungen mit 27. Aber die Mehrzahl hat auch gestern gut gefeiert und ist natürlich heute auch sehr fit, um die weitere Wahlversammlung durchzuführen. Vielen Dank für die Probeabstimmung. So, wir steigen jetzt in den Wahlgang 15 ein. Wir haben hier offiziell heute früh genannt bekommen die Bewerbungen von Ingrid Höhnlinger, von Charlotte Schneidewind-Hartnagel und bitten hier um die Nennung weiterer Bewerbungen. Am besten einfach kurz vorkommen und uns hier den Namen nennen. Ich sehe eine weitere Bewerbung aktuell. Liegen weitere Bewerbungen vor? Vielen Dank. Ich habe die... Okay, somit liegen uns drei Bewerbungen vor. Ingrid Höhnlinger, Katrin Lechler und Charlotte Schneidewind-Hartnagel. Noch einmal die letzte Frage. Gibt es weitere Bewerbungen? Das sehe ich nicht. Damit schließen wir hier die Möglichkeit zur Bewerbung und treten ein in die Bewerbungsreden. Als erstes bitte ich Ingrid auf die Bühne. Ingrid stellt sich das zweite Mal vor. Ingrid, du hast drei Minuten. Für die Delegierten zur Info. Unterlagen von Ingrid findet ihr auf btw1. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freundinnen und Freunde. Meine Nacht war ein bisschen kurz, aber das war wahrscheinlich bei vielen von euch so. Ja, wir haben gestern eine sehr überzeugende Liste zur Bundestagswahl gewählt und es gibt noch eine offene Stelle auf dieser Liste. Und diese offene Stelle heißt Innenpolitik, Rechtspolitik, Menschenrechtspolitik. Ich habe vier Jahre lang im Bundestag gekämpft für mehr Transparenz, für ein Lobbyistenregister, für wirksame Korruptionsbekämpfung. Wir haben Anträge gestellt für mehr demokratische Kontrolle von Verfassungsschutz und Bundesnachrichtendienst. Ich habe mich eingesetzt gegen maßlose Videoüberwachung und Vorratsdatenspeicherung. Wir haben Initiativen gestartet für Ehe für alle, für volles Adoptionsrecht, für die Gleichstellung von Regenbogenfamilien. Und als Juristin ist es mir ein großes Anliegen, dass alle Menschen Zugang zum Recht haben, unabhängig von ihrem Geldbeutel, liebe Freundinnen und Freunde. Und für ein Thema kämpfe ich mit Leidenschaft, mit Herz und Verstand. Und das sind die Menschenrechte. Mehr denn je müssen wir kämpfen für die weltweite Durchsetzung der elementaren Menschenrechte. Und es geht hier nicht mehr nur um einzelne Fälle im Sudan oder in Bangladesch. Nein, liebe Freundinnen und Freunde, die Menschenrechte werden systematisch verletzt und das direkt vor unserer Haustür. Erdogan annulliert die Opposition. In Guantanamo wird nach wie vor gequält und gefoltert. Und wenn Trump seine Drohungen wahr macht, dann wird es noch schlimmer. Im Iran dürfen Frauen nicht Richterin werden. In Gambia werden Homosexuelle verfolgt. Und hier in Deutschland ist die unbeliebteste Minderheit, die der Sinti und Roma, dicht gefolgt von Asylbewerbern und Muslimen. Liebe Freundinnen und Freunde, da gibt es noch viel zu tun. Und ich packe das an. Mein Name ist Ingrid Höhnlinger. Ich arbeite seit 30 Jahren aktiv bei Amnesty International mit. Seit vielen Jahren arbeite ich als Rechtsanwältin im Ausländer- und Asylrecht. Von 2009 bis 2013 war ich im Bundestag für euch aktiv, im Rechtsausschuss und im Menschenrechtsausschuss. Menschenrechte sind ein urgrünes Herzensthema und sie sind auch mein Herzensthema. Mit diesem Thema will ich unser Team im Bundestag verstärken. Und zum Schluss will ich euch noch drei persönliche Eigenschaften von mir nennen. Das ist Kompetenz, das ist Glaubwürdigkeit und das ist eine ganz schöne Portion Ausdauer, wie ihr gerade feststellt. Jetzt bitte ich euch um eure Unterstützung und um euer Vertrauen. Vielen Dank. Vielen Dank, Ingrid. Als nächstes darf ich dann Katrin auf die Bühne bitten. Katrin stellt sich zum ersten Mal vor und hat somit sieben Minuten Redezeit. Liebe Freundinnen und Freunde, frei von der Labour weg, as we say in Germany, wünsche ich euch einen wunderschönen guten Morgen. Eines ist festzustellen, egal wer hier zum Rednerpult läuft, tut es richtig, nämlich hurtigen Schrittes geradeaus nach vorne. Anders als die meisten Mitglieder der Großen Koalition, die sich hauptsächlich im Krebsgang bewegen, von mir aus auch noch mit Tippelschritten, aber dann eventuell rückwärts. Als gäbe es nichts zu tun oder als wollte man zumindest nichts tun, war da was? Klimaschutz, Energie- und Verkehrswende, Kinderarmut, Integration, Altersarmut, Finanzmärkte, Rechtsextremismus, Rüstungsexporte, Abgasskandal bzw. Betrug, Europa, Syrien, Digitalisierung und so weiter. Tun die was? Nein. Stattdessen wird ein Bundespräsident gesucht. Also ein Kandidat, der der Bundesversammlung dann als alternativlos präsentiert wird. Das nennt sich dann Wahl. Was hier gerade passiert, also dass ihr die Wahl zwischen mehreren Kandidatinnen habt, wird aus mir nicht bekannten Gründen gemeinhin Kampfabstimmung genannt. Es herrscht manchmal schon ein etwas merkwürdiges Verständnis von Demokratie in diesem Land, aber immerhin haben wir eine und das ist keine Selbstverständlichkeit. Vor dem Bundespräsidententhema ging es monatelang nur um Flüchtlinge. Also nicht um das von uns mitverschuldete Fluchtursachenproblem, sondern um das sogenannte Flüchtlingsproblem. Wenn man eine Herausforderung ein Problem nennt, hat man schon verloren. Dann sind Positionen des rechten Rands schon Teil des normalen politischen Diskurses. Dann kann den Forderungen rechter Scharfmacher nur noch kleinlaut beigegeben werden. Diese Debatte ist von anderen bestimmt worden. Von Menschen, die Kriegsflüchtlinge und innere Sicherheit manipulativ in einen Kontext stellen. IGIT. Gegen solch hysterische Debatten müssen wir uns und die Gesellschaft stark machen. Wenn alle fünf Minuten eine neue Sau durchs mediale Dorf getrieben wird, muss man nicht draufspringen. Man kann Horst Seehofer auch mal ignorieren. Es ist unbequem, aber es gibt nun mal keine einfachen Erklärungen und Lösungen für eine komplexe Welt. Ein Konzept passt nicht in 140 Zeichen. Wir müssen Herausforderungen selbstbewusst und konstruktiv begegnen. Und wer könnte das besser als wir Grüne aus dem Ländle der Dichter, Denker und Tüftlerinnen? Die jetzige grüne Bundestagsfraktion macht unter schwierigsten Bedingungen einen sehr guten, aber eben oft auch frustrierenden Job. Die brauchen dringend qualitative und quantitative Unterstützung. Und da will ich mich gerne reinstürzen. Man müsste tun oder man könnte tun, reicht mir nicht mehr. Ich will jetzt was tun. Ich will zum Beispiel mal über Flächenverbrauch gepaart mit lokalen Lebensmittelstrategien reden und hier einen zukunftsträchtigen Weg finden. Das wäre mal ein echtes grünes Thema. In meinem Wahlkreis, zumindest im großstädtischen Teil davon, Pforzheim, geht es derzeit und absehbar noch jahrelang darum, welche öffentlichen Aufgaben überhaupt noch finanziert werden können. An allem wird gekratzt, muss gekratzt werden, um nicht unter Haushaltssicherung gestellt zu werden. Kinderbetreuung, Familienzentren, Berufsförderung, Kultureinrichtungen, Sportstätten und so weiter. Und um zwischendurch mal wieder Geld in die Kasse zu bekommen, um zum Beispiel auch das Arbeitslosengeld II zu finanzieren, das bei uns überproportional viele Menschen beziehen, wir sind eben ein Wahlkreis mit echten Strukturproblemen, werden sukzessive städtische, also öffentliche Flächen, also Gemeinden, Biotope, Streuobstwiesen und so weiter, verkauft und bebaut. Das ist nicht grün. Wenn Amazon dafür wenigstens ordentlich Steuern bei uns zahlen würde, hätte das Ganze ja noch irgendeinen Sinn. Wir brauchen eine europäische Unternehmensbesteuerung ohne Verschiebebahnhöfe. Das nur am Rande. Und das wissen wir alle. Aber mein Leib- und Magenthema ist und bleibt die Kultur. Auch das noch ein fehlendes Thema bei der bisherigen Zusammenstellung der Liste. Na ja, denkt ihr vielleicht, Bund und Kultur, ist das überhaupt ein Thema, ist doch Ländersache und vor allem Kommunalaufgabe. Leider möchte man manchmal sagen, wenn eine Kommune ihre Ausgaben für Kultur wieder absenkt. Aber genau da liegt der Hase im Pfeffer. Abgesehen davon, dass es reichlich kulturelle Betätigungsfelder im Bund gibt, zum Beispiel die Digitalisierung, die Aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte, der Existenzsicherung von Künstlerinnen und Künstlern und auch TTIP muss sichergestellt sein, dass Kommunen so viel Geld zur Verfügung haben, dass sie Kultur als Pflichtaufgabe begreifen können. Denn Kunst und Kultur sind nicht das Sahnehäubchen, nicht das Nice-to-have. Kultur findet an Orten statt, an denen gesellschaftliche Fragen verhandelt werden. Das Theater ist aus genau dieser Verbindung von Politik und Kunst entstanden. Oder aber die Kultur gibt einem die Werkzeuge für das Aushandeln demokratischer Prozesse an die Hand. Und deshalb ist Kultur existenziell für die offene Gesellschaft. Gesellschaft funktioniert, indem man sich mit dem anderen auseinandersetzt. Und dafür braucht es viele und vielfältige Begegnungsräume. Und Geld ist ja genug da. Es ist nur, wie man so schön sagt, woanders, vielfach auch in den falschen Händen. Das sollte jedem klar sein, der im Wartezimmer mal die goldenen Blätter über die reichen Unschönheitsoperierten durchgeblättert hat. Um die müssen wir uns keine Sorgen machen. Die können durchaus den einen oder anderen Euro entbehren. Ich mache mir Sorgen zum Beispiel um alleinerziehende Mütter mit schlecht bezahlten Teilzeitjobs, dadurch drohende Altersarmut und ihre Kinder, denen eine echte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben aus finanziellen Gründen verwehrt ist. Das ist nämlich fatal für ein Demokratieverständnis. Demokratie, wie sie beschworen wird und sein sollte, bedeutet nämlich Chancengleichheit und Teilhabe. Freiheit hat auch eine soziale und ökonomische Komponente. Wir haben gestern gehört, dass in einem Stuttgarter Wahlbezirk die AfD 17 Prozent bekommen hat. In Pforzheim gibt es Wahlbezirke mit über 40 Prozent für die AfD. Lasst das einfach mal auf euch wirken. Trotzdem bin ich nur um 59 Stimmen am Direktmandat vorbeigeschraubt. Das Direktmandat hat jetzt die AfD. Das macht Angst, aber auch Mut. Und deshalb stehe ich jetzt hier für meinen strukturschwachen, schwierigen Wahlkreis. Ein letztes Wort noch zu Vermögen und Unvermögen. Vermögen ist, wenn es die Gesellschaft vermag, ihre Schwachen zu stützen und deren Kinder zu stärken. Unvermögen ist, wenn man sich den Blick auf drängende gesellschaftliche Probleme, auf eine unter anderem durch ökonomische Ungleichheit de facto existierende gesellschaftliche Spaltung durch eine Vermögensteuerdiskussion vernebeln lässt. Lasst uns hier keine falsche Debatte von außen aufziehen. In diesem Fall ist mal das Ziel das Wichtige, nicht der Weg. Wir Grüne können für die Verbesserung von Lebensverhältnissen und Menschen sorgen. Wir sind eine zukunftsgerichtete Ermöglichungspartei. Das ist eine super Sache und da will ich mitmachen. In diesem Sinne, für einen konsequenten Natur- und Klimaschutz, für eine auskömmliche Kommunalfinanzierung, für eine offene, inklusive und gerechte Gesellschaft, für die Demokratie und für die Kultur, bitte ich euch um eure Stimme für Listenplatz 15. Vielen Dank. Vielen Dank, Patrin. Und dann bitte ich als dritte Charlotte kurz auf die Bühne, um sich zu nennen. Guten Morgen, liebe Freundinnen und Freunde. Ich heiße Charlotte Schneidewind-Hartnagel. Mein Kreisverband ist der Neckar-Odenwald. Und mehr sage ich nicht mehr. Vielen Dank, Charlotte. Katrin, für dich liegen keine Fragen vor. Du hättest jetzt nochmal die Möglichkeit, die drei Minuten zu nutzen, um weitere Sachen zu sagen. Liebe Freundinnen und Freunde, die Dinge werden nicht dadurch wahrer, indem man sie zweimal sagt. Und der Tag wird noch lang. Insofern erspare ich es euch an diesem Moment, dass ich noch mehr sage. Ihr habt jetzt die Wahl. Ich danke euch. Vielen Dank, Katrin. Wir treten dann in den ersten Wahlgang für den Platz 15 ein. Wie ihr sehen könnt, mit der 1 stimmt ihr für Enthaltung, mit der 2 für Nein, mit der 3 für Ingrid Höhnlinger, mit der 4 für Katrin Lechler und mit der 5 für Charlotte Schneidewind-Hartnagel. Ich eröffne hiermit den Wahlgang. Gibt es technische Probleme bei der Abstimmung? Das sehe ich einmal oben rechts. Hat sich erledigt, so wie es aussieht. Und noch einmal links. Genau, am besten aufstehen und in den Gang gehen. Damit hilft unsere Technik. Das ist in der Mitte auch noch. Links ist erledigt. Okay, links ist erledigt. Gibt es noch weitere Probleme? Sehe ich nicht. Okay, dann schließe ich hiermit den Wahlgang. Ja, ich gebe es noch. So, wir haben ein Ergebnis. Enthalten hat sich eine Person, mit Nein gestimmt hat sich ebenfalls eine Person, Entschuldigung, abgegebene Stimmen insgesamt 190. Das Quorum lag damit bei 96 Stimmen. Auf Ingrid empfehlen 55 Stimmen, auf Katrin 53 Stimmen und auf Charlotte 80 Stimmen. Somit ist das Quorum nicht erreicht und wir steigen in einen zweiten Wahlgang ein. Ich darf nochmal alle Kandidatinnen rückfragen, ob sie weiterhin antreten möchten. Charlotte? Gut, Katrin? Ingrid? Okay, dann werden alle drei Kandidatinnen nochmal antreten und wir steigen in den zweiten Wahlgang ein. Hier habt ihr die gleichen Stimmmöglichkeiten wie beim ersten Wahlgang. Eins Enthaltung, zwei Nein, drei Ingrid, vier Katrin und mit der fünf Charlotte. Ich eröffne hiermit den Wahlgang. Gibt es technische Probleme? Das sehe ich nicht. Damit gehen wir aus, dass alle ihre Stimme abgeben konnten und schließen hiermit den Wahlgang. Das widerspricht. Das widerspricht. Vielen Dank. Wir haben ein Ergebnis, abgegebene Stimmen 187, das Quorum lag in dem zweiten Wahlgang bei 48 Stimmen. Es hat sich eine Person enthalten, eine Person mit Nein gestimmt. Auf Ingrid empfehlen 57 Stimmen, auf Katrin 45 Stimmen und auf Charlotte 83 Stimmen. Somit ist Charlotte hier gewählt. Charlotte, ich darf dich noch fragen, nimmst du die Wahl an? Ich höre leider nichts, gib mir am besten ein Handzeichen. Perfekt, ich danke dir. Ich höre leider nichts, ich danke dir. Okay, wir steigen somit in den Wahlgang für, also in den Platz 16 ein. Ich darf alle bitten, die dort oben noch gratulieren möchten, das eventuell etwas nach außen zu verlagern, sodass alle folgenden Kandidaten die Möglichkeit haben, in Ruhe sich vorzustellen. Wir haben für den Platz 16 folgende Bewerbungen vorliegen. Dietrich Burchardt, Marcel Emmerich, Erwin Feucht, Markus Rasp und Martin Schmeding. Gibt es weitere Bewerbungen für den Platz 16? Wir haben eine weitere Bewerbung bekommen. Ich lese nochmal die gesamte Liste vor. Dietrich Burchardt, Unterlage BTW 25, Marcel Emmerich, BTW 17, Erwin Feucht, BTW 4, Volker Götz, BTW 24, Markus Rasp, BTW 31 und Martin Schmeding, BTW 27. Weiterbewerbungen sehe ich nicht, damit schließe ich hier die Möglichkeit der weiteren Bewerbung und wir starten in die Bewertungsreden. Die gehen wir alphabetisch an und somit möchte ich Dietrich Burchardt nach oben bitten. Du hast sieben Minuten. Guten Morgen, liebe Freundinnen, liebe Freunde. Heute. Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und am Schluss gewinnst du. Wir grünen Querdenker, wir kennen das genauso gut wie damals schon Mahatma Gandhi. Wir schwimmen oft gegen den Strom. Wir laufen nicht jedem Trend hinterher. Wir können auch unkonventionelle Lösungen, weil neue Wege gehen. Das ist, was wir Grünen hier können. Auch wir Handwerker gehen heute oft neue Wege. Im ökologisch orientierten Handwerk, auf den Baustellen unserer Republik, unsere grüne Politik ist auch hier angekommen. Zumindest in Baden-Württemberg. Lasst uns nun gemeinsam im Bund für ein besseres Wahlergebnis kämpfen. Lasst uns nächstes Jahr wieder im Bund stärker werden. Lasst uns die Menschen nicht bevormunden, sondern begeistern. Lasst uns zusammenwachsen. Lasst uns die Menschen von grüner Politik begeistern. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, ich bin Dietrich Burchardt, 50 Jahre alt und Geschäftsführer der Holzhauszimmerei in Göppingen. Ich bin Zimmermeister, Baubiologe, Energiefachmann und Hochbautechniker. Ich bin stellvertretender Obermeister, in der Kreishandwerkerschaft aktiv und im Göppinger Wirtschaftsausschuss. Ich bin Zimmermann und kümmere mich um den Bestand. In Deutschland sanieren wir Bauhandwerkerinnen und Bauhandwerker derzeit jährlich 1% der Bestandsgebäude. Wir arbeiten an der Energiewende und an den CO2-Einsparzielen. Wir dämmen Häuser, wir installieren neue Heizungen, wir montieren Solaranlagen und so weiter. Auch ohne bestehendes Einreisen zu müssen, gestalten wir die Zukunft unseres Landes ressourceneffizient, nachhaltig, unsere grünen Kernthemen. Sie sind schon lange ein selbstverständlicher Teil unserer täglichen Arbeit. Nun werdet ihr sagen, alles gut, oder? Ja, wir sind auf einem guten Weg. Wir sind auf einem grünen Weg. Aber unsere ehrgeizigen Ziele im Bereich des Energiesparens und des CO2-Einsparens, um die Klimawende zu erreichen, müssen wir ja noch viel, viel mehr tun. Laut Bundesumweltamt verbrauchen private Haushalte derzeit 26% der Energie in Deutschland. Fast so viel wie der Verkehr oder die Industrie. Wir Handwerkerinnen und Handwerker sind die Akteure, die mit den Menschen vor Ort in Verbindung stehen. Wir bringen den Umweltschutz und die Energiewende unters Volk. Und anders als in der Industrie sind wir in der Breite der Gesellschaft verwurzelt. Nicht nur die Zimmereien von nebenan, sondern die Handwerkerinnen und Handwerker vor Ort sollten in ganz Deutschland die Klimaschützer sein. Wo, wenn nicht hier, bekommen Energiewende und Umweltschutz ein Gesicht? Wo, wenn nicht hier, werden grüne Inhalte gelebt? Laut Zentralverband des Deutschen Handwerks gibt es über eine Million Handwerksbetriebe mit knapp 5,4 Millionen Beschäftigten in Deutschland. Fast ein Drittel der Auszubildenden werden deutschlandweit im Handwerk ausgebildet. Viele Handwerkerinnen und Handwerker profitieren heute schon von unserer grünen Politik. Sie befürworten grüne Inhalte. Sie finden grün-schwarz gut. Und auf Bundesebene, da wählen sie die CDU. Das Handwerk wird grün und wählt schwarz. Das zu ändern, ist meine Mission, mein Anliegen. Ich will den Wahlkampf nutzen, um für grüne Inhalte zu werben. Ich will dem Handwerk zeigen und dafür stehen, dass grün bodenständig ist. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, Ihr fragt euch nun, warum ein Handwerker und Unternehmer in den Bundestag möchte. Als Handwerker konnte ich 22 Jahre grüne Inhalte leben und umsetzen. Nun möchte ich auch mit euch gestalten. Ein Bundestagsabgeordneter direkt aus der Werkstatt ist eine Bereicherung, kann eine Bereicherung sein für unsere Politik, für unsere grüne Politik. Ganz besonders. Das Handwerk ist eine zentrale Stütze unserer Wirtschaft. Ein Handwerker und erfahrener Geschäftsmann mit lokaler Verwurzelung auf dem Listenblatt 16 kann ein Statement sein. Ein Statement, dass wir Grünen es auch ernst meinen. Wir stellen den Menschen in den Mittelpunkt unserer Politik und orientieren uns an den Bedürfnissen der Menschen vor Ort. Wir meinen es ernst. Als Kandidat unserer Partei will ich eine Brücke bauen, hinein in die Werkstätten, auf die Baustellen dieses Landes. Die Wahl eines Handwerkers auf diesem Listenplatz ist ein klares Bekenntnis zur Mitte unserer Gesellschaft. Applaus Im Artikel 1 Absatz 1 unserer Landesverfassung steht, Der Mensch ist berufen, in der ihn umgebenden Gemeinschaft seine Gaben in Freiheit zu seinem und der anderen Wohl zu entfalten. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, meine mich umgebende Gemeinschaft ist das Handwerk. Mein Zuhause ist Göppingen. Meine Heimat ist Baden-Württemberg. Mein Herz schlägt grün. Mit mir auf einem Listenplatz 16 könnt ihr ein Zeichen setzen. Ihr könnt mit mir den Handwerkerinnen und Handwerkern im Land eine Stimme geben. Damit bekennen wir uns zu einer Wählerschicht, die sich oft von der grünen Politik vergessen fühlt. Lieber Dietrich, kommt bitte zum Ende. Die Zukunft des Handwerks ist grün. Mit mir bekommt das Handwerk eine Stimme. Und darum bitte ich jetzt um Eure. Applaus Vielen Dank, Dietrich. Als nächstes möchte ich dann Marcel nach oben bitten. Marcel, das ist deine zweite Vorstellung. Du hast somit drei Minuten. Applaus Hier liegt noch der Kuli von gestern, das ist meiner. Liebe Freundinnen und Freunde, willkommen zurück. Ich möchte mich noch bedanken für das Ergebnis gestern. Es war ja gar nicht so unknapp und trotzdem nochmal Danke sagen für das Vertrauen. Liebe Freundinnen und Freunde, ich glaube, das Thema, was ich gestern angesprochen habe, das ist jetzt immer noch nicht auf der Liste vertreten und deswegen stehe ich jetzt wieder hier. Ich glaube, dass es immer noch notwendig ist, dass auf unserer Liste junge Leute vertreten sind, weil wir immer noch jungen Menschen auch ein Angebot machen müssen, wenn wir sie für unsere Politik gewinnen wollen. Grüne haben auch immer einfach einen guten Draht zu jungen Leuten. Wir haben da ein hohes Wählerinnenpotenzial, aber leider gehen junge Leute oft unterdurchschnittlich zur Wahl. Und ich glaube, das kann man auch damit auflösen, indem die jungen Leute eben sehen, ah, guck mal, da ist jemand in meinem Alter und der oder die macht auch Politik. Dann kann das ja doch spannend sein. Und dann kann ich mich auch dafür interessieren. Und deswegen gibt es auf dieser Liste, und deswegen ist es wichtig, dass auf dieser Liste auch junge Leute eben vertreten sind. Und dafür stehe jetzt nicht nur ich hier, sondern dafür hat die grüne Jugend ja auch noch andere Kandidierende im Rennen, wo es sich lohnt, denen ihre Stimme zu geben. Und was auf der Liste sich seit gestern auch noch nicht verändert hat, ist, dass ein Thema noch nicht vertreten ist, und zwar die Innenpolitik bzw. der Datenschutz. Und gerade in einer Zeit, in der die Digitalisierung so große Schritte macht, brauchen wir auch da Leute, die den Datenschutz bei der ganzen Sache nicht aus den Augen verlieren. Und dafür stehe ich. Das ist einfach ein wichtiges Thema, weil es ist auch mehr als nur ein Untermenüpunkt bei Facebook oder Twitter. Datenschutz ist ein Thema, das uns alle angeht, weil niemand möchte, dass die eigenen persönlichen Bilder, Nachrichten oder so einfach von Krankenkassen oder von irgendwelchen Firmen oder irgendwie aufbereitet werden können und weitergegeben werden können. Und gerade auch in der Innenpolitik brauchen wir Leute, die klare Kante zeigen, gegen die Leute, die jedes Maß und jede Maß und Mitte verloren haben. Und deswegen brauchen wir Leute, die auch die Freiheitsrechte hochhalten, die bei einem BKA-Gesetz sagen, nein, so geht es nicht, man kann nicht einfach alle Rechte der Polizei geben. Die bei einem BND-Gesetz sagen, nein, man kann nicht alles ausschnüffeln. Und die bei einer Vorratsdatenspeicherung sagen, nein, ein Generalverdacht, der alle Daten irgendwie aufsammelt, ohne irgendwelche Informationen davor. So was funktioniert nicht. Damit gehen die Freiheitsrechte in unserem Land auf die Resterampe und damit geht der Datenschutz flöten. Und das kann nicht sein. Und das sollte auch auf unserer Liste deutlich werden, dass man diese Themen zeigt und sagt, Datenschutz und Innenpolitik ist auch den Grünen wichtig. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank, Marcel. Als nächstes darf ich Erwin Feucht nach oben bitten. Erwin, du hast sieben Minuten. Guten Morgen, liebe Freundinnen und Freunde. Der Andrang unter den ersten 20 Plätzen ist groß. Und das zeigt mir auch, dass wir Grüne davon ausgehen, in der nächsten Bundestagsfraktion mit mehr Mitgliedern vertreten zu sein. Und als ich die letzte Bundestagswahlkarte in Baden-Württemberg anschaute, sah ich nur schwarz. Jedes Direktmandat ging an die CDU. Und das muss und das wird sich ändern. Dieses Mal wird es bunter, dieses Mal wird es grüner. Applaus Da bin ich mir ziemlich sicher, denn wir werden Direktmandate holen, mit Sicherheit in Freiburg und in Stuttgart und ich hoffe noch in anderen Wahlkreisen auch. Wir sind angekommen in der Mitte und wir sind in Baden-Württemberg angekommen. Und viele Bürgerinnen und Bürger vertrauen auf uns und darum werde ich mich auch massiv dafür einsetzen, auch für das Erstmandat bzw. für die Erststimme zu kämpfen. Weil das ist auch nachher ein Zeichen einer Wertschätzung und einer Anerkennung. Denn wir haben ausgezeichnete grüne Bundespolitikerinnen und Politiker und wir haben die richtigen Inhalte. Mit meinem für Mensch und Umwelt wichtigen Thema Ernährung, Abwasser und Änderung des dualen Systems möchte ich, Erwin Feucht, im Bundestag grüne Politik umsetzen. Ich bin euer Bundestagskandidat für den Wahlkreis 295 Siegmaringen-Zollern-Alp und trete bewusst für Listenplatz 16 an. Seit 30 Jahren stehe ich für grüne Politik und es war ein langer Weg von Woodstock bis zum ersten grünen Ministerpräsidenten in Baden-Württemberg und vom Club of Rome bis zur Pariser Klimakonferenz. Zu Ende ist dieser Weg noch lange nicht. Grüne Politik hat unsere Gesellschaft geprägt und es ist notwendig, dass wir sie in der nächsten Periode auch in der Regierung massiv mitprägen. Mich hat in den frühen Jahren der Kalte Krieg und die Massaker in Vietnam politisiert. Sie machten mich zum Kriegsdienstverweigerer und Pazifisten. Die Berichte von Lampedusa und die Bilder angeschwemmter Leichen an Stränden Europas ließen mich vor vier Jahren in Balingen einen Asylkreis gründen. Heute wird bei uns gelungene Integration gelebt mit allen Schwierigkeiten, die wir kennen und noch daran arbeiten müssen. Meine politischen Ziele und Schwerpunkte liegen dennoch woanders. Von Beruf bin ich Konditormeister und Gastronom durch und durch. Ich war mehr als 20 Jahre mit über 80 Mitarbeitern als Caterer und Gastronom selbstständig. Daher ist mein zentrales Thema Ernährung. In Zukunft soll an jeder Schule und in jeder Kita bei der Verpflegung der Leitsatz fixiert sein. Die verwendeten Produkte sind regional und saisonal ökologisch erzeugt und fair gehandelt. Das ist das, für was ich kämpfe und für was ich mich einsetze. Bei der Auswahl des Essens müssen Qualität und Frische die obersten Entscheidungskriterien sein und nicht wie bisher die Kosten. In Deutschland gehen jeden Tag 7,5 Millionen Kinder in Kitas und Schulen. Nehmen wir die Berufsschüler dazu, sind es fast 11 Millionen Menschen. Davon werden fast 40 Prozent, tendenzsteigend, in der Schule bzw. Kita mit meist absolut fraglichem Essen verpflegt. Alle Fakten zur Verbesserung liegen zwar, wie so oft, auf dem Tisch. Eine aktuelle Hochglanzbroschüre mit Zahlen, Daten, Fakten, Analysen gab das Ministerium für Landwirtschaft und Ernährung bereits dieses Jahr heraus. Und die Deutsche Gesellschaft zur Ernährung, DGE, lieferte einen hervorragenden Leitfaden zur Umsetzung. Nur was passiert? Es passiert leider mal wieder nichts. Und das ist auch wieder das typische Verhalten einer CDU-SPD-Regierung. Sie warten immer, bis ein Kind in den Brunnen gefallen ist. Und der Unterschied zu uns Grünen, wir versuchen das Kind zu bewahren, bevor es in den Brunnen fällt. Mit unserer Freundin im Bundestag, Nicole Maisch vom Wahlkreis Kassel, die dieses Thema ebenfalls bearbeitet, möchte ich im Bundestag mich für dieses Thema massiv und stark einsetzen. Zudem und parallel sollte eine systematische Ernährungsbildung an Schulen gesichert werden. Da Ernährungsbildung mit Verbrauchern als auch Gesundheitsbildung stark zusammenhängt, wäre eine Kombination dieser Bildungsinhalte in einem Fächerverbund äußerst sinnvoll. Und ich weiß, diese Woche oder letzte Woche kam auch vom Winfried ein Artikel in der Zeitung mit der roten Linie. Natürlich ist dieses Bildungswesen Ländersache, aber man kann es in der Kultusministerkonferenz mit Sicherheit in einem einheitlichen System einbinden. Beim Thema Ernährung ist die Bundespolitik gefordert. Es muss eine deutschlandweite Einigung geben. Und dieses politische Brett zu bohren, ist mein Ziel. Hier gilt es, den Schalter umzulegen, um Großes nach unseren Werten zu erreichen. Und man mag sich nur mal vorstellen, was es bedeutet, wenn täglich pro Schultag vier bis fünf Millionen Tagesessen und Verpflegungen an unseren Schulen mit ökologisch fair gehandelten regionalen Produkten produziert und hergestellt wird. Wir produzieren weniger Transportwege, somit also auch weniger Verkehr. Wir stärken vor allem unsere regionale Landwirtschaft. Wir stärken unseren regionalen Mittelstand in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie. Wir ermöglichen der biologischen Landwirtschaft bessere Absatzmärkte. Und das ist auch wieder eine Grundlage für Artenvielfalt und gesunde Böden. Dafür möchte ich mich einsetzen. Und hier habe ich eine Menge zu sagen und wenn ihr wollt, auch zu ändern. Mein zweites wichtiges Thema ist sauberes Wasser und Wertstoffverwertung. Unsere Kläranlagen brauchen dringend eine vierte Reinigungsstufe. Ihre Umrüstung und Modernisierung muss bundesweit mitfinanziert werden. Immer mehr Medikamente aus der Humanmedizin, Reinigungs- und Pflanzenschutzmittel oder Antibiotika aus Viehhaltung gelangen in unsere Flüsse. Die Wissenschaft hat einen riesigen Fortschritt gemacht und weist heute kleinste Spurenelemente nach. Leider auch in Fischen. Das wird zunehmen, da wir immer älter werden und immer mehr Medikamente einnehmen. Kommst du bitte zum Ende, Erwin? Nur eine vierte Reinigungsstufe filtert sie rückstandslos aus dem Wasser. So, und nun bin ich noch nicht ganz am Ende meiner Rede. Ich möchte mich für Umwelt, Natur und Gesundheit einsetzen, für eine bessere Ernährung. Und bitte euch um eure Unterstützung. Vielen Dank. Vielen Dank, Erwin. Als nächstes möchte ich dann Volker Götz auf die Bühne bitten. Liebe Freundinnen und Freunde, erstmal wunderschönen guten Morgen zusammen. Schön, dass ihr alle da seid. Soziale Themen spalten zur Zeit unser Land. Und ich bin froh, dass wir in der letzten Woche auf der BDK in Münster die ersten Schritte in die richtige Richtung gemacht haben. Auf einem Weg zu einer gerechten Steuerpolitik. Dies wird uns die Möglichkeit geben, Wählerinnen und Wähler, die momentan am rechten Rande sind, der Gesellschaft wieder zu uns zurückzuholen. Und der AfD auf Bundesebene etwas Boden wegzunehmen. Und darauf freue ich mich. Allerdings, liebe Freundinnen und Freunde, gibt es auch noch andere wichtige Themen, die momentan unsere Menschen bewegen. Eins davon ist die Rente. Die Rente muss in Zukunft auch sicher sein. Und nicht ein Flickzustand der CDU. Die immer längere Lebensarbeitszeit predigt und damit in facto eine Rentenkürzung durch die Hintertür betreibt. Denn sind wir doch einmal ehrlich. Wer arbeitet denn mit 65 oder 67 und mehr Jahren? Der Bauarbeiter, der ist es nicht. Der ist meistens schon mit Ende 50 durch. Da sperrt es der Rücken, da macht das Knie nicht mehr mit und die Schulter ist auch kaputt. Die Krankenschwester ebenso. Und der Mitarbeiter der Produktion geht in der Regel, wenn er kann, mit 63 in Rente. Auch er ist wegen gesundheitlichen Einschränkungen meistens schon mit 59 oder 60 am Rande. Selbst der Lehrer, der trotz Schulferien und späten Berufseinstieg, wird in der Mehrheit schon früher in den Ruhestand verabschiedet. Und jeder, der früher in Rente geht, wird mit einer Rentenkürzung bedacht. Obwohl viele 45 Jahre und mehr gearbeitet haben. Liebe Freundinnen und Freunde, an dieses Thema müssen wir ran. Wenn nicht wir, wir, die Grünen, an dieses Thema rangehen, macht es sonst keiner. Nicht die CDU, die das C im Namen nur als Alibi trägt. Auch nicht die Gabriels dieser Erde, die mit ihren Bossanzügen und S-Klasse schon längst den Boden und den Füßen verloren haben. Viele Menschen glauben immer noch der Renteninformation, die sie einmal jährlich zugeschickt bekommen. Sehen die hübsche Zahl und denken sich, ist doch alles in Ordnung. Bedenken allerdings nicht dabei, dass man davon ausgeht, dass der Mensch lückenlos bis zum Rentenbeginn weiterarbeiten muss. Auch wird da nicht berücksichtigt die Preissteigerungsrate und dass in Zukunft alles teurer wird und somit die Kaufkraft schwindet. Was macht denn der Rentner, wenn das Geld nicht zum Leben reicht? Sozialhilfe? Nein, das machen die wenigsten. Familie? Dafür sind die meisten zu stolz. Die Wahrheit ist, dass die Heizung kalt und der Magen leer bleibt. Und das, liebe Freunde und Freunde, kann es nicht sein, wenn ein Mensch 45 Jahre mehr gearbeitet hat, Steuern bezahlt hat und Kinder großgezogen hat. Wir sollten diesen Menschen eine gerechte und menschenwürdige Rente geben. Und, liebe Freunde und Freunde, dafür möchte ich mit euch kämpfen, mit viel Herzblut. Ja, auch sollten wir uns dann auch Gedanken machen, wie wir das finanzieren wollen. Gerade im Hintergrund auf Industrie 4.0, die immer mehr Arbeitsplätze wegfallen werden. Es kann nur sein, dass wir auf eine gesetzliche, steuerlastige Rente umützen müssen, um somit Gerechtigkeit zu schaffen. So, jetzt möchte ich einmal ganz kurz auf meine Tischdekoration hier vorne zu sprechen kommen. Der eine oder andere hat sich schon gefragt, was macht denn die Kuckucksuhr hier vorne? Ich kenne die ja für den Schwarzwald-Barkreis. Der Schwarzwald ist weithin durch die Natur und durch seine Landschaften bekannt. Hierzu habe ich euch das bekannteste Produkt des Schwarzwaldes einmal mitgebracht, eine Kuckucksuhr. Aber es gibt noch viele andere Branchen im Schwarzwald. Unter anderem der Maschinenbau, die Medizintechnik, wie auch der Automobilbau. Die Region Schwarzwald-Barn ist eine der industriestärksten Regionen Deutschlands. Der Präsident der IH hat einmal gesagt, Innovationsachse Stuttgart-Zürich. Und trotzdem, liebe Freunde, sind wir immer noch ländlicher Raum. Und wir haben erst seit diesem Jahr eine weibliche Vertreterin im Landtag. Im Bund ist dies immer leider noch fest, fest in CDU-Hand. Und das müssen wir ändern. Jetzt möchte ich mir ganz kurz vorstellen. Volker Götz ist mein Name. Ich bin in St. Georgen im Schwarzwald geboren. Bin nun 49 Jahre jung, wie man sagt. Bin seit über 20 Jahren glücklich verheiratet. Habe zwei erwachsene Kinder. Und stamme aus einer Handwerkerfamilie, die einen Maler-Gipserbetrieb führte. Ich selbst habe Kaufmann gelernt. Mit Grün haben Baden-Württemberg viel angepackt, gestaltet und noch bewegt. Und mein grünes Ziel ist es, mit eurer Stimme das Gleiche im Bund zu tun. Denn ist es nicht an der Zeit, dass der Schwarzwald im Bund vertreten ist? Ich denke, ja. Ein Freund hat von mir gesagt, Volker, schenk dir die Zeit. Du brauchst erst gar nicht hingehen. Die großen Kreisverbände schieben sich gegenseitig die Stimmen zu. Du im ländlichen Raum hast da keine Chance. Und das, liebe Freundinnen und Freunde, kann und will ich nicht glauben. Daumen nun mal eine Bitte von mir. An die Freiburger, an die Stuttgarter, an die Karlsruher. Gebt einmal, nur ein einziges Mal, dem ländlichen Raum eure Stimme. Denn ich möchte die grüne Stimme für euch in Berlin sein. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Volker. Wir möchten noch mal darum bitten, dass der Saal etwas ruhiger wird. Es ist doch sehr laut hier oben. Und damit alle Kandidaten die gleiche Möglichkeit haben, sich ordentlich vorzustellen, bitte ich einfach noch mal um Ruhe. Und wenn Gespräche geführt werden müssen, einfach die nach draußen zu verlagern. Vielen Dank. Als nächstes dann Markus Rasp. Markus, du hast auch sieben Minuten. Liebe Freundinnen und Freunde, auch von meiner Seite einen guten Morgen. Ich bin mit einem Schrecken ins Bett gegangen, weil ein Drittel meines Redemanuskripts ist gestern verschollen gewesen. Heute früh dann um sechs Uhr der Glockenschlag der Kirche. Da dachte ich, ein Zeichen von oben. Schauen wir mal, was es wird. Ich kandidiere für den Landkreis Emding und Laar. Und will mich für die Regionen Südbadens, Badens auf Bundesebene für unsere grünen Zwecke und Gedanken stark machen. Wie ihr mein Bewerbungsschreiben entnehmen könnt, ist mit der Stärkung unserer Region eine Herzensangelegenheit. Die ländliche Prägung unseres Landkreises, aber auch die wirtschaftlichen Gegebenheiten müssen stärker auf Bundesebene vertreten werden. Neben Kersten André sind wir Grüne aus Südbaden in der Vergangenheit sehr schwach vertreten gewesen, sprich total unterbesetzt. Meine Schwerpunkte sind zum einen die Verkehrsinfrastruktur und der Flächenfraß in den Städten. Hier stehen wir vor einer schweren Aufgabe, in der der öffentliche Nahverkehr eine spürbare Belebung erleben muss. Die steigenden Mieten, Immobilienpreise treiben immer mehr Menschen aufs Land. Die Problematik ist, wie kommen die wieder in die Städte rein, wie ist die Taktung. Da müssen wir als Bundespartei Flagge zeigen und wirklich dafür werben, dass da was passiert. Das kann nicht sein. Viele, die gar nicht mobil sind, dementsprechend, wie kommen die überhaupt an den Arbeitsplatz, in die Städte, in die Ballungszentren. Hier haben wir ein riesengroßes Problem. Daran müssen wir arbeiten. Fahrradwege auf Bundesebene ist auch schön. Wäre toll, wenn da was sich entwickeln könnte. Vor 199 Jahren wurde in Karlsruhe auch das Rad erfunden. Ist auch eine unserer Erfindungen in Baden-Württemberg, auf die wir stolz sein können. Die Zubetonierung von Grünflächen ist das nächste Problem. In Emding haben wir jetzt mit großer Initiative, Bürgerinitiativen, haben wir dementsprechend eine Bebauung von einer schönen Grünfläche verhindern können. Und da müssen wir weiter rangehen, dass der Flächenfraß aufhört. Zubetonierung einmal, das ist, wie ihr alle wisst, verdammt schwierig, wieder zurückzuholen. Definitiv. Und eine ganz andere Sache, die mir am Herzen liegt, der soziale Wohnungsbau. In der neuen Bebauung, die da geplant war, war nie die Rede, wie viel sozialer Wohnungsbau da reinkommen soll, weil die Städte sich das zum Teil gar nicht mehr leisten können. Und hier müssen wir auch als Bundesgrüne Flagge zeigen und wirklich Stärke zeigen. Gerade der Armutsbericht von Baden-Württemberg, der vor kurzem erschienen ist, der hat mich schlucken lassen, dass Kinderarmut in vielen Großstädten gang und gäbe ist. Und dementsprechend auf dem Land, das auch nicht viel anders aussieht. Hier müssen wir Zeichen setzen, da müssen wir Grüne auch dafür stehen. Ein weiterer Schwerpunkt für mich ist Europa und der steigende Nationalismus und Rechtspopulismus. Ich beteilige mich aktiv an der trinationalen Metropolregion Baden-Elsass und der Nordschweiz. Sie ist eine zukunftsträchtige Wirtschaftsregion. Hier wird das Zusammenleben trotz mancher Sprachbarrieren gelebt. Diese praktizierte, grenzüberschreitende Zusammenarbeit auf Kultur- und Wirtschaftsebene ist für mich ein gutes Argument gegen Nationalismus und rechtes Gedankengut. Dieses Fund müssen wir nicht nur erhalten, sondern weiter ausbauen. Wir dürfen nicht mit dem Finger auf rechtspopulistische Parteien zeigen und sie verfluchen oder schlechtreden. Das ist kontraproduktiv und zieht, wie man in den letzten Monaten und Jahren merken musste, immer mehr Bürger und Bürgerinnen an. Wir müssen uns auf unsere Stärken konzentrieren und nach dem Motto, tue Gutes und sprich darüber. Da müssen wir rangehen. Dies auch zu tun. Zu Europa. Wie kann Europa mit Kanada und der USA über CETA, TTIP und TISA verhandeln, wenn wir im letzten Jahr mehr als klar vor Augen geführt bekommen haben, dass das Europa, das wir uns sicherlich alle wünschen, nicht das ist, was es vorgibt zu sein. Hier müssen wir ansetzen. Unsere Stärken zeigen, dass wir über Jahrzehnte eine demokratische Entwicklung aufgebaut haben, die dazu geführt hat, dass es uns heute relativ gut geht. Die vielen europäischen Projekte, ob im kulturellen, im wirtschaftlichen und sportlichen Bereich, haben doch gezeigt, dass die Grenzen, die früher mit Mauern und Stacheldraht gezogen wurden, abgebaut und eingerissen wurden. Wir hoffen und müssen daran arbeiten, dass diese Mauer nicht wieder aufgebaut werden, liebe Grüne. Hier müssen wir ansetzen, unsere Stärken zu offenbaren. Dann hat auch eine Frau Petry, eine Frau von Stoch und ein Herr Meuthen keine Angriffspunkte mehr. Die rechtspopulistischen Parteien spielen mit den Ängsten der Bürger und Bürgerinnen in Europa. Wir müssen zeigen, dass diese Ängste unbegründet sind, wenn wir ein faires und geschwisterliches Miteinander in den europäischen Staaten bewusst leben und auch die Menschen spüren lassen. Das ist mir ganz wichtig. Ein weiteres Thema für mich sind die Finanzen. Gerade wir Grünen in Baden-Württemberg haben in den letzten Jahren gezeigt, dass wir nicht nur eine sogenannte umweltfreundliche Partei sind, die die Welt einfach verbessern möchte, sondern auch Wirtschaft und Finanzen verstehen und auch dort für Nachhaltigkeit sorgen können und auch tun. Es kann nicht sein, dass wir von Jahr zu Jahr neue Schulden anhäufen und unsere Kindeskinder und deren Kinder irgendwann die Zeche dafür zahlen müssen, sofern sie das überhaupt noch können. Natürlich dürfen wir uns nicht tot sparen. Alle Kinder brauchen eine gute Schulausbildung. Der Wirtschaftsstandort Deutschland würde dadurch auch gestärkt werden. Bei unserem Wirtschaftsstandort Deutschland hält seit wenigen Jahren die Digitalisierung 4.0 Einzug. Hier müssen wir schauen, dass die Digitalisierung teilhabeorientiert und sozial verträglich umgesetzt wird. Es kann nicht sein, dass viele Arbeitnehmer auf der Strecke bleiben. Sie müssen mitgenommen werden, Betroffene zu Beteiligten machen. Das ist mir ganz wichtig. Dafür stehe ich auch hier. Hier sitzen viele Grüne in dem Altersdurchschnitt unserer Partei darstellen. Jeden Tag erlebe ich in der Bank, dass Rentner reinkommen, die gern noch 20 Euro hätten, dass sie noch überleben können, bis die nächste Rente kommt. Das schmerzt mich und das finde ich traurig, weil ich sage mal, da sind viele, wo man weiß, die sind 45 Jahre, haben sie geackert, geschafft und müssen nachher den Weg zum Sozialamt antreten. Das ist nicht förderlich für uns alle. Wir werden alle irgendwann älter und wir wollen nicht nachher im Endeffekt auch am Sozialamt an der Tür stehen und klingeln. Das kann nicht sein. Hier muss es auch, wir haben jahrelang dafür gekämpft oder es wurde jahrelang dafür gekämpft, dass dementsprechend ein Mindestlohn vereinbart wurde. Hier müssen wir auch dafür schauen, dass es auch eine Mindestrente gibt, die Renten sind zwar sicher, wie Nobby Blüm damals verkündet hat, aber wir müssen dafür sorgen, dass sie auch ein Leben möglich machen. Über den ländlichen Raum haben wir heute schon viel und gestern auch viel gehört. Trotzdem will ich es noch mal drauf aufgreifen. Wir als Grüne müssen wieder auf unsere Wurzeln schauen. Die Landschaft, die Landwirtschaft und die Menschen in der Region, sei es Milchbauer, Erzeuger von regionalen und ökologischen Lebensmitteln, hier müssen wir Flagge zeigen. Wir Grüne dürfen nicht nur nach ZDF gehen, sondern auch nach ARD, sprich nicht nur nach Zahlen, Daten, Fakten, sondern nach all den restlichen Dingen, nach Emotionen, Lust am Tun und für etwas brennen. Und ich brenne für Berlin. Vielen Dank, Markus. Und ich darf jetzt noch Martin Schmeding auf die Bühne bitten. Martin, auch du hast sieben Minuten. Liebe Freundinnen und Freunde, Martin Schmeding, 45 Jahre alt, Wirtschaftspädagoge, Kreisverband Konstanz, bittet euch ganz herzlich um Unterstützung für Listenplatz 16. Ich habe euch in meiner schriftlichen Vorstellung nähergebracht, dass unsere Region drängende Probleme hat. Heute möchte ich euch anhand meines wichtigsten politischen Schwerpunkts der Bildungspolitik aufzeigen, für was ich mich in den nächsten vier Jahren in Berlin einsetzen möchte. Der eine oder andere wird sich fragen, Bildungspolitik, das ist doch ein Landesthema. Nein, Bildungspolitik muss auch ein bundespolitisches Thema sein. Unser Bildungssystem braucht Veränderung. Ich habe drei große bildungspolitische Visionen, die wir nur auf Bundesebene umsetzen können, wo ich euch ganz herzlich um Unterstützung bitte. Unser föderal aufgebauter Staat hat ein Wirrwarr von bildungspolitischen Zuständigkeiten zwischen Kommunen, Ländern und dem Bund. Vielfalt ist gut, aber einheitliche Standards sind es auch. Wir müssen beispielsweise Hochschulzugänge für beruflich Qualifizierte bundeseinheitlich definieren und dafür kämpfen, dass sich Gesamtschulen als grünes Bildungsmodell deutschlandweit durchsitzt. Das wird nur wirklich, wirklich dann gut gelingen, wenn die Kompetenz des Bundes für Bildungspolitik gestärkt wird. Die Aufhebung des Kooperationsverbotes zwischen Bund und Ländern ist seit vielen Jahren teilgrüner Programmatik. Deren Umsetzung ist mein erstes bildungspolitisches Ziel. Liebe Freundinnen und Freunde, zehntausende freie Ausbildungsplätze mit ein bisschen mehr als 500.000 abgeschlossenen Ausbildungsverträgen die niedrigste jemals registrierte Zahl von Ausbildungsverhältnissen. 14.000 Betriebe, die gar keine Bewerbungen für Ausbildungsplätze in diesem Jahr bekommen haben. Das zunehmende Problem, dass Schulabgängerinnen und Schulabgänger immer weniger ausbildungsreich sind, dem entgegen der Trend, dass immer mehr junge Menschen Abitur machen wollen. All diese klar sichtbaren Entwicklungen sind besorgniserregend. Versteht mich bitte nicht falsch. Ich komme aus einfachen Verhältnissen und habe den Trend zur Akademisierung der Gesellschaft für mich persönlich genutzt. Aber hält dieser Trend an, werden die Wirkungen für unsere Gesellschaft sehr problematisch sein. Ich habe als Wirtschaftspädagoge die Berufsbildung von allen möglichen Seiten kennengelernt. Als Schüler, als Berufsschullehrer, als Ausbildender, Unternehmer, als Leitender Bildungsmanager und als Dozent in der Weiterbildung und an dualen Hochschulen. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung bin ich fest davon überzeugt, dass wir die berufliche Bildung auf Bundesebene insgesamt stärken müssen. Dazu gehört für mich beispielsweise, Möglichkeiten der Einführung eines dualen Gymnasiums zu prüfen, indem die Schülerinnen und Schüler parallel das Abitur und einen qualifizierten Ausbildungsabschluss erwerben. Dazu gehört für mich, Möglichkeiten der Einführung einer verkürzten Berufsausbildung für Erwachsene zu prüfen, damit beispielsweise Flüchtlinge, Menschen ohne Abschluss, aber mit Berufserfahrung und vor allem europäische Migrantinnen und Migranten nicht mit 35 noch einmal eine dreijährige Ausbildung durchlaufen müssen. Dazu gehört für mich, dass Weiterbildungshilfen des Staates nicht immer nur als Darlehen vergeben werden. Wir müssen uns stärker zum lebenslangen Lernen bekennen und weiterbildungswilligen Menschen staatliche Zuschüsse ohne Darlehensverhältnisse geben. Liebe Freundinnen und Freunde, Ideale und Visionen zu haben, ist für einen politisch aktiven Menschen sehr wichtig. Ich halte als Grüner, der seit 23 Jahren Mitglied der Partei ist, an der Vision fest, dass Bildung für alle Menschen vom ersten Lebenstag bis zu einem ersten berufsqualifizierenden Abschluss kostenlos sein muss. Dafür müssen wir weiter streiten. Mehr als 300 Euro im Monat für Kindergartengebühren ist völlig inakzeptabel. Bundesmittel dafür freizumachen, die vorschulische Bildung im ganzen Land vollständig Gebühren freizustellen, ist ein ganz wichtiges politisches Ziel. Die Landeshauptstadt Stuttgart meldete in dieser Woche, dass 3000 Familien auf einen Kindergartenplatz warten. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft schätzt, dass bundesweit rund 120.000 Erzieherinnen und Erzieher fehlen. Es fehlt überall an Geld, an Personal vor allem auch deshalb, weil der Beruf einfach nicht mehr attraktiv ist. Ich werde mich dafür einsetzen, dass wir die Ausbildung dieses Lehrpersonals akademisch organisieren, dass wir die Bezahlung dieses Lehrpersonals, der Erzieherinnen und Erzieher, dem Grundschullehramt anpassen und dass die Anstellung dieses Lehrpersonals aus den Kommunen herausgebrochen und den Bundesländern zugeführt wird. Die Arbeit der Erzieherinnen und Erzieher ist zu wichtig für unser Land. Wir müssen diesen Kolleginnen und Kollegen eine stärkere Wertschätzung für ihre Arbeit entgegenbringen. Das wird Geld kosten, das weiß ich, aber wir müssen jetzt dieses Geld freimachen. Liebe Freundinnen und Freunde, Aufhebung des Kooperationsverbotes, Reform der beruflichen Bildung, Stärkung der vorschulischen Bildung und Neuordnung der Ausbildung des vorschulischen Lehrpersonals. Drei große bildungspolitische Ziele, die wir als Grüne jetzt durchsetzen sollten. Wir müssen mehr Geld in unser Bildungssystem investieren. Wir müssen alle Aktivitäten des Staates stärker auf Bundesebene koordinieren. Ich trete für unser Ziel, dass wir in unserem Parteiprogramm stehen haben, dass wir perspektivisch sieben Prozent des Bruttoinlandsproduktes für Bildungsausgaben ausgeben. Dahinter stehe ich klar und dafür werde ich mich einsetzen. Als erfahrener Pädagoge bin ich bereit, für grüne Bildungsideale auch auf Bundesebene einzutreten und dafür zu kämpfen, die Chancengerechtigkeit in unserem Land zu erhöhen. Als Kandidat aus dem letzten Zipfel unseres wunderschönen Landes, aus dem Kreisverband Konstanz, bitte ich euch ganz herzlich um Unterstützung für die Umsetzung dieser Visionen. Vielen Dank. Bevor wir in die Fragerunde eintreten, nochmals eindringlichst die Bitte einfach um etwas mehr Ruhe im Saal. Es ist sehr laut hier oben und bitte gewährt allen Kandidatinnen und Kandidaten die gleiche Möglichkeit, sich hier vorzustellen. Vielen Dank. Wir treten damit in die Fragerunde ein, in umgekehrter alphabetischer Reihenfolge. Martin, wir haben eine Frage für dich. Die ist von Daniel Jochum von der Grünen Jugend. Martin, was hältst du davon, dass sich die Kirchen so sehr in der Kindererziehung engagieren? Du hast drei Minuten. Liebe Freundinnen und Freunde, vor einiger Zeit hat eine junge Wissenschaftlerin namens Eva Müller ein sehr bedenkliches Buch geschrieben. Dieses Buch hieß Gott hat hohe Nebenkosten. Und dort wird geschildert an vielen einzelnen Beispielen, welche Macht die Kirchen in unserem Bildungssystem, insbesondere in der vorschulischen Bildung haben. Da wird beispielsweise das Beispiel dargelegt, dass eine Leiterin einer Kindergarteneinrichtung im Rheinland eine fristlose Kündigung erhält, nicht weil sie schlechte Arbeit geleistet hat, weil sie irgendwelche Probleme mit Kindern hatte. Nein, weil sie sich hat scheiden lassen. Meine feste politische Überzeugung ist, wir müssen im vorschulischen Bereich für eine stärkere Trennung zwischen Staat und Kirche eintreten. Ich werde mich dafür einsetzen, dass perspektivisch der Einfluss der Kirche, ich möchte dazu sagen, ich bin bekennender Christ, dass der Einfluss der Kirche in diesem Bereich zurückgedrängt wird und wir den Staat mit seiner Bildungshoheit hier durchsetzen müssen. Vielen Dank, Martin. Markus, ja doch, Markus, auch für dich haben wir eine Frage vorliegen. Auch du hast drei Minuten zur Beantwortung. Die Frage kommt von Dorothee Granderath vom KV Ortenau. Wie stehst du zu CETA und TTIP? Ich bin gegen CETA und TTIP aus einfachen Gründen. In Kanada sind viele amerikanische Unternehmen schon beheimatet, die eigentlich CETA schon nutzen oder nutzen würden, um auf den europäischen Markt zu kommen. Bezüglich Gifte will ich nur eine Sache sagen. In den USA ist Asbest, außer in den Schulen überall erlaubt. Asbest hätte über CETA die einfache Möglichkeit, dementsprechend nach Europa zu kommen. Und die andere Problematik oder was CETA und TTIP mit sich bringt, ist die Daseinsvorsorge, die mir sehr wichtig ist, die uns allen sehr wichtig sein müssen. Ob es um die Wasserwirtschaft geht, einfach um die öffentlichen Gegebenheiten, die Stadt und Land für uns darstellen und bisher liefern können, dass es nicht verwässert wird. Nicht das, was wir so einen Bürgerkrieg wie in Bolivien haben, wo es um den Wasserschutz ging, wo die Wasserpreise, wo das privatisiert wurde, aufs Dreifache angestiegen sind und einen Bürgerkrieg ausgelöst haben. Ich hoffe nicht, dass es bei uns auch sein wird in Deutschland. Davon gehe ich nicht aus. Aber einfach, wir müssen wirklich gegen CETA und TTIP sein, weil alle unsere Grundrechte, die wir hier aufgebaut haben, werden dadurch verwässert. Und die Transparenz von den Schiedsgerichten, da brauche ich euch, glaube ich, nicht wirklich viel zu sagen. Die sieht grauslich aus. Dankeschön. Vielen Dank, Markus. Für Volker liegen keine Fragen vor. Volker, du hättest noch die Möglichkeit, drei Minuten dich zu sagen. Möchtest du nicht? Okay, vielen Dank, Volker. Dann kommen wir zu Erwin. Auch für Erwin liegen keine Fragen vor. Erwin, du hättest auch noch mal die Möglichkeit, drei Minuten etwas zu sagen. Vielen Dank. Und ich möchte eigentlich die Chance auch gern nützen, weil meine Themen, die ich vorher angesprochen habe, da konnte ich nicht ganz zu Ende reden. Sie waren jetzt auch nicht besonders sexy. Und das Thema, das ich jetzt habe, ist auch nicht arg viel besser. Aber es ist ein großes Anliegen. Und zwar, es ist die Abschaffung des dualen Systems und die Einführung einer Wertstofftonne. Und hier ist es mir wirklich sehr wichtig, die Initiative vom Franz zu unterstützen. Denn wir können uns schon lange nicht mehr leisten, unsere Rohstoffe in diesem Maße zu verschwenden. Und einerseits natürlich, weil sie knapp werden. Und andererseits, weil sie in der Gewinnbringung einen viel zu hohen ökologischen und sozialen Wert darstellen. Also ich möchte da auf jeden Fall noch mal darauf hinweisen, dass dieses auch so ein Themenbereich ist, das mir wirklich sehr am Herzen liegt. Und wenn ihr der Meinung seid, dass ihr einen Kandidaten unterstützen möchtet, der sich für gesunde Ernährung, Abfallwirtschaft, Reinhaltung des Wassers, für die Reinigungsstufe einsetzen soll, dann bitte ich um eure Unterstützung. Vielen Dank. Vielen Dank. Noch mal der Hinweis. Für Marcel gibt es keine Fragerunde, da er sich bereits zum zweiten Mal vorgestellt hat. Wir kommen dann zu den Fragen für Dietrich Burkhardt. Dietrich, für dich liegen zwei Fragen vor. Und zur Beantwortung dieser hast du auch drei Minuten. Wir haben die erste Frage von Robert Wiest vom KV Biberach. Wie ist deine Einstellung als Handwerker zur Vermögensteuer? Als zweite Frage haben wir von Aytekin Schelig vom Kreisverband Stuttgart. Wie kann die Unterstützung des Handwerks an einigen konkreten Beispielen aussehen? Du hast drei Minuten. Gut, dann fange ich an mit der Vermögensteuer. Wir haben ja beschlossen auf der BDK letztes Wochenende, dass eine Vermögensteuer für Superreiche bei uns Grünen gefordert werden soll, von uns Grünen gefordert werden soll. Ich halte das für durchaus wichtig, dass wir die Reichen besser teilhaben lassen und die Gutverdienenden besser teilhaben lassen an den gesamten Anliegen hier im Land. Es kann nicht sein, dass wir die Mitarbeiter im Handwerk, dass wir die kleinen Handwerksbetriebe viel stärker zur allgemeinen Aufgabenbewältigung heranziehen, als die, die das große Geld verdienen und rausgelassen werden. Ob die Superrechenvermögensteuer da die einzige Maßnahme bleiben kann, finde ich viel zu kurz gesprungen. Viel wichtiger fände ich, die Bürgerversicherung endlich einzuführen, um auch jedes Einkommen, jedes große Einkommen mit an den allgemeinen Belangen finanziell zu beteiligen. Das wäre der gleiche Duktus, aber die bessere Maßnahme für mich. Das andere ist, wie will ich konkret das Handwerk unterstützen von Bundesebene aus? Unsere Art und Weise, wie öffentliche Aufträge vergeben werden, ausgeschrieben werden und vergeben werden, hat sich reduziert auf die Auswahl nach dem günstigsten, das heißt wirtschaftlichsten Angebot, aber es wird rein auf den Preis guckt bei der Auswahl. Wenn wir es hier schaffen, auf Bundesebene die Vergabeart und Weise zu verändern und ein Punktesystem erstellen, ein Punktesystem, bei dem Ökologie vorkommt, bei dem Transportwege vorkommen, bei dem Umgang mit Mitarbeitern vorkommt, dann haben wir ein Punktesystem, wo wir unsere grüne Anliegen auch bei der öffentlichen Vergabe von Aufträgen bewerten können und wir hätten vor allem vom Staat aus die Möglichkeit, ein Zeichen zu setzen, Vorbild zu sein, zu zeigen, wie geht verantwortungsvoller Umgang mit unserer Umwelt und mit unseren Anliegen. Vielen lieben Dank, Dietrich. Wir steigen dann in den Wahlgang zum Platz 16 ein. Wie ihr sehen könnt, habt ihr die Möglichkeit, mit der 1 für Enthaltung zu stimmen, mit der 2 für Nein, mit 3 für Dietrich Burchardt, mit 4 für Marcel Emmerich, mit 5 für Erwin Feucht, Nummer 6 für Volker Götz, Nummer 7 für Markus Rasp und Nummer 8 für Martin Schmeding. Ich eröffne hiermit den Wahlgang. Gibt es technische Probleme? Das sehe ich einmal ganz oben. Bitte aufstehen, einmal hat es sich erledigt. Gut, das scheint zu funktionieren. Gibt es sonst noch weitere technische Probleme? Das sehe ich nicht. Daher gehen wir davon aus, dass alle ihre Stimme abgeben konnten. Und somit schließe ich den Wahlgang. Danke. 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 Vielen Dank. Die Stimmen wurden 197, das Quorum lag damit bei 99 Stimmen. Enthaltet hat sich niemand. Es gab drei Nein-Stimmen. Jetzt habe ich eine grafisch etwas bessere Liste. Also nochmal von vorne. Es gab 197 abgegebene Stimmen. Das Quorum lag bei 99 Stimmen. Es gab drei Enthaltungen. Eine Nein-Stimme. 54 Stimmen entfielen auf Dietrich, 91 Stimmen auf Marcel, 12 auf Erwin, 5 auf Volker und 15 auf Markus und 16 auf Martin. Liebe Technik, können wir das einblenden? Damit benötigen wir einen zweiten Wahlgang. Und ich frage nochmal die Kandidaten, ob sie nochmal antreten. Marcel, ich beginne mit dir. Dreht es nochmal an. Dietrich? Bitte? Gut, vielen Dank. Als nächstes Martin? Nein, okay. Markus? Ja? Ja? Nochmal bitte laut. Volker? Nein, Erwin? Volker? Auch nicht. Okay, damit haben wir einen zweiten Wahlgang mit drei Kandidaten. Mit Dietrich Burchardt, Marcel Emmerich und Markus Rasp. Okay, ihr seht, es ist angestrahlt. Ihr habt die Möglichkeit mit eins zur Enthaltung, mit zwei zur Nein-Stimme, mit drei wählt ihr Dietrich Burchardt, mit vier Marcel Emmerich und mit der fünf Markus Rasp. Ich eröffne hiermit den Wahlgang. Gibt es technische Probleme? Gibt es technische Probleme? Ah, hier oben haben wir eins. Weitere Probleme bitte gut auf sich aufmerksam machen. So, weitere Probleme können wir von hier oben nicht sehen. Daher gehen wir davon aus, dass alle ihre Stimme abgeben konnten. Somit schließe ich den Wahlgang. Gibt es technische Probleme? Ich glaube, ich möchte es nicht sehen. Aha! Bei euch nicht. Wirklichkeit. 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 Jetzt haben wir uns die zweite Pause, dass alle fünf Jahre langs. Auch das sind Lions. auch das sind die Infos und die Jahre langs und die Jahre langs seitdem. Nein, wir können. Wirklichkeit. Und wir müssen Sie daraufhin bewegen. sind die Frage an, wir können hier finden um die Kinder die Frage anwärten. Ja? Und hier haben wir sehen. Und hier mal bitte. Vielen Dank. Vielen Dank. Es gab eine Enthaltung, 0 Nein-Stimmen, 82 Stimmen entfielen auf Dietrich Burckhardt, 100 Stimmen auf Marcel Emmerich und 15 Stimmen auf Markus Rast. Lieber Marcel, ich darf dich noch fragen, nimmst du die Wahl an? Alles klar, vielen Dank, Marcel. Und wir treten jetzt in die Wahl zu Listenplatz 17 an. Hier liegt uns aktuell die Bewerbung von Andrea Sieber vor. Gibt es hier weitere Bewerbungen? Sollte dies der Fall sein, bitte kenntlich machen und nach vorne kommen. Wir sehen hier oben keine weiteren Bewerbungen. Somit schließen wir die Möglichkeit der weiteren Bewerbung und treten in die Bewerbungsreden ein. Die Gratulanten möchte ich bitten, das Ganze etwas nach außen zu verschieben, sodass hier weiterhin die Möglichkeit besteht, dass alle die Möglichkeit haben, sich gut vorzustellen. Andrea, das ist deine zweite Vorstellung. Du hast drei Minuten und die Fragerunde entfällt in diesem Fall. Guten Morgen, liebe Freundinnen und Freunde. Ich stehe für Umwelt- und Klimaschutz und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Ich setze mich ein für starke Familien und eine aktive Frauenpolitik. Das wissen alle die, die mich über die Jahre in meiner politischen Arbeit begleiten und unterstützen. Für die, die mich noch nicht so gut kennen, habe ich die Themen, für die ich stehe, gestern in meiner Rede dargestellt. Wovon ich euch jetzt überzeugen möchte, sind weniger die Inhalte. Darüber sind wir uns ja alle einig. Ich möchte als Person mich nochmal vorstellen und bei euch darum bitten, mir eure Unterstützung mit auf den Weg zu geben. Viele von euch erinnern sich vielleicht noch vor zwei Jahren an unsere LDK in Tuttlingen. Da hatte ich meine gerade mal knapp drei Wochen alte Tochter mit dabei. Und was soll ich sagen? Es war ein rundum gelungenes gemeinsames Erlebnis. Ich bin ein gutes Beispiel dafür, dass sich Politik und Beruf und Familie sehr gut miteinander vereinbaren lassen. Und das ist ein gutes Beispiel darum. Und dafür steht die Grüne Partei. Was mich auszeichnet, ist meine langjährige politische Erfahrung auf kommunaler Ebene als Stadträtin, als Wahlkämpferin bei den verschiedenen Wahlkämpfen, als Bundestagskandidatin und auch in den Gremien wie der LAG oder dem Landesfrauenrat. Hier habe ich stets bewiesen, dass ich klare Ziele habe und diese auch erfolgreich umsetzen kann. Mit dem Slogan, weh lieber Andrea Sieber, habe ich bereits 2013 einen sehr erfolgreichen Wahlkampf in meinem Wahlkreis geführt. Zwei Grüne aus Baden-Württemberg konnten bei der Bundestagswahl 2013 ihr prozentuales Erststimmenergebnis im Vergleich zu 2009 verbessern. Die eine davon war ich. Diesen Rückenwind, meine vielfältigen Erfahrungen aus dem Wahlkampf 2013, insbesondere meine kommunalen Netzwerke, die positiven Impulse aus den zahlreichen Gesprächen mit euch, möchte ich gerne in den kommenden Bundestagswahlkampf mitnehmen. Ich bin hochmotiviert, ich kämpfe für ein starkes grünes Ergebnis von Bündnis 90 die Grünen und freue mich auf eine Regierungsbeteiligung im kommenden Jahr. Herzlichen Dank und ich bitte nochmal um eure Unterstützung und euer Vertrauen. Vielen Dank, Andrea. Wir treten dann sogleich in den Wahlgang für den Platz 17 ein. Wie ihr sehen könnt, habt ihr die Möglichkeit mit der 1 für Enthaltung zu stimmen, mit der 2 für Nein und mit der 3 für Andrea Sieber. Ich eröffne hiermit den Wahlgang. Gibt es technische Probleme? Wir haben einmal hier im rechten Feld, bitte gut kenntlich machen, am besten aufstehen. Gibt es weitere technische Probleme? So, nochmal letztmalig die Frage, ob es weitere technische Probleme gibt. Das sehe ich nicht, somit gehen wir davon aus, dass alle ihre Stimme abgeben konnten und somit schließe ich den Wahlgang. Wir haben ein Ergebnis für Platz 17 vorliegen. Abgegebene Stimmen wurden 161, das Quorum liegt somit bei 81 Stimmen. Enthalten haben sich 17, Nein-Stimmen gab es 8 und 136 Stimmen entfielen auch Andrea. Liebe Andrea, wo steckst du? Ich sehe dich gerade nicht. Nimmst du die Wahl an? Vielen Dank, Andrea. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Liebe Freundinnen und Freunde, ich darf nochmals um etwas Ruhe bitten. Wir treten jetzt in die Wahl zum Listenplatz 18 ein. Uns liegen folgende Bewerbungen vor. Tobias Bacherle, Unterlagen Btw 38, Ulrich Martin Drescher, Unterlagen Btw 7, Norbert Großklaus, Unterlagen Btw 19, Manuel Hummel, Unterlagen Btw 26, Hubert Nowak, Unterlagen Btw 33, und nochmals Martin Schmeding, Unterlagen Btw 27, und zusätzlich noch Erwin Feucht, Unterlagen Btw 4. Wir bitten um einen kleinen Moment, wir müssen die Reihenfolge sortieren. Gibt es für den Listenplatz 18 noch weitere Bewerbungen? Das sehen wir hier oben nicht. Damit schließen wir die Möglichkeit der Bewerbung und fangen mit den Bewerbungsreden an. Und da möchte ich als ersten Redner Tobias Bacherle nach oben bitten. Tobias, du hast sieben Minuten. So, in Zeiten von Trump und AfD, wir haben das gestern gehört, da könnte man meinen, man hat Besseres zu tun, als über so kleine Themen wie Kulturpolitik oder junge Menschen in den Parlamenten zu sprechen. Aber genau das werde ich jetzt tun. Weil wir haben gestern genug über die Rechtspopulisten geredet, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, ob die selber so viel über sich reden. Und das ist ein Fehler. Wir müssen aufhören, diesen Menschen hinterher zu rennen. Weil, wenn wir den Gegenpol gegen die Engstirnigkeit bilden wollen, dann müssen wir klar machen, dass wir weiterhin eine grüne, thematisch starke Alternative sind und dass wir die Perspektive sind. Und deshalb, liebe Freundinnen und Freunde, Kulturpolitik. Um Kultur und Kulturpolitik für mich zu erklären, möchte ich kurz sagen, dass ich da zwei Ebenen sehe. Die eine Ebene ist die der Künstlerinnen und Künstler, der Autorinnen und Autoren, der Musikerinnen und Musiker, also kurz der Kulturproduzierenden, die die künstlerisch wirken. Und um den fairen Blick darauf zu garantieren, müssen wir einfach sehen, dass Kunst und Kultur nicht nur Hochkultur ist. Es ist nicht nur Beethoven und Schiller. Wir müssen Kunst als das wahrnehmen, was sie ist. Nämlich, sie ist viel, viel mehr. Sie ist Spiegelbild der Welt, in der wir leben. Und vor allem, sie ist kein starres Gebilde. Sie ist kein Konstrukt rund um irgendeine Nationalität, wie es andere gerne wollen. Deshalb ist es mir natürlich wichtig, dass wir auf Bundesebene das machen, was Kulturpolitik auf Bundesebene machen muss. Also, gesamtstaatlich bedeutsame kulturelle Einrichtungen und kulturelles Erbe bewahren und beschützen. Aber andererseits müssen wir auch einen verstaubten Kulturbegriff reformieren, aufbrechen und zeigen, dass Popkultur und zeitgenössische Kunst genauso einen Wert haben. Außerdem setzt die Bundesebene den Rahmen dafür. Und wenn wir uns das anschauen, dann ist ein zentrales Thema für die Künstlerinnen und Künstler ein neues Urheberrecht. Ein neues Urheberrecht in neuen Zeiten, liebe Freundinnen und Freunde. Das bisherige ist nämlich in einer digitalen Welt nicht mehr angebracht. Hier einen Dialog zu schaffen zwischen den Nutzerinnen, den Konsumierenden im Netz und den Kulturschaffenden, das ist mir wichtig. Und das bringt mich auch zum zweiten Punkt, zur zweiten Ebene. Die Besuchenden, die Leserinnen und Leser, die Hörerinnen und Rörer, schlicht die Konsumenten oder die Nutzerinnen. Kultur und Kunst kann im Internet heutzutage genauso oder auf andere Art und Weise erfahren werden. Und das müssen wir erkennen. Das Publikum kann anders angesprochen werden. Es ist eine andere Kulturerfahrung. Aber sie ist genauso eine Kulturerfahrung. Und zwar eine barrierefreie, liebe Freundinnen und Freunde. Und wenn wir wollen, dass diese barrierefreie Kulturerfahrung mehr Menschen zugutekommt, dann müssen wir auch klare Wege aufzeigen zu den Kulturinstitutionen, die bisher den Weg noch nicht dahin gefunden haben. Aber vor allem müssen wir erkennen, dass neue Formate geschaffen werden können. Und diese neuen Formate wiederum, die können wiederum eine gesamtgesellschaftliche Bedeutung haben, weil sie dezentral produziert werden und dezentral konsumiert werden. Und das ist die Digitalisierung in der Kultur- und Kunstbranche, liebe Freundinnen und Freunde. Also kurz, die Kernfragen. Wie kann in einer digitalisierten Welt Kulturerfahrbar sein und dennoch rentabel? Wie lässt sich für Musikerinnen und Musiker trotz Streamingportalen etc. Kunst und Musik machen, dass sie trotzdem von leben können? Wie können wir Menschen diese Kultur ermöglichen? Und damit möchte ich zum zweiten Thema kommen. Man sieht ja vielleicht, dass ich noch ein bisschen jünger bin. Ich hoffe zumindest. Ein kleines bisschen, ja. Und wenn wir uns den Bundestag anschauen, der Marcel hat es gestern gesagt, die Melanie hat es gestern gesagt, 630 Abgeordnete werden wir nächstes Jahr wählen. Wir haben noch eine Abgeordnete, die ist unter 30. Und das ist eine CDUlerin. Also nicht so das, was wir wollen. Aber wenn wir, gerade wir, die jungen Menschen erreichen wollen, dann müssen wir da rausgehen und ihnen auch ein Angebot machen. Vor allem müssen wir ihnen einfach zeigen, hallo, wir nehmen euch auch ernst. Und dann reicht es nicht, wenn wir sagen, okay, jetzt haben wir irgendwie mal einen jungen Menschen irgendwo platziert. Und es ist nicht böse gemeint, aber wenn ich, krass ist der Erfahrung so, ich komme irgendwie aus einer Landesvorstandsklausur der Grünen Jugend und setze mich in meinen Gemeinderat, ja, da merke ich schon, das macht Spaß, generationensübergreifend zu arbeiten. Aber wir müssen auf der einen Seite aus der Erfahrung lernen und auf der anderen Seite einfach sehen, dass die junge Generation Themen im Blick hat, die für andere blinde Flecken sind. Für mich ist es eine Selbstverständlichkeit, in einem Europa ohne Grenzen aufgewachsen zu sein. Diese überzeugende proeuropäische Haltung hat mich zu den Grünen gebracht. Für mich ist es selbstverständlich, in einer mehrsprachigen Welt aufgewachsen zu sein, mit Menschen zu schreiben und zu reden, die irgendwo in Europa wohnen. Und so bin ich aufgewachsen. Das ist eine andere Welt. Und diese Welt, das ist eine andere Perspektive. Und diese Perspektive muss eingebracht werden. Die müssen wir im Diskurs, in einer Diskussion gemeinsam miteinander zu einer nachhaltigen Zukunft gestalten können. Und liebe Freundinnen und Freunde, so nach 30, 40 Jahren als Partei und als Menschen, die Politik machen, kann man ja auch mal wieder zu den Wurzeln zurückkehren. 1979 in der Stadthalle in Sindelfingen, die Gründungsversammlung der Grünen, dort hat alles begonnen. Seit 22 Jahren lebe ich auch in Sindelfingen, habe dann dort angefangen, Politik zu machen. Und so, wie dieses Grün damals von Sindelfingen aus gestartet hat, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir die Möglichkeit gebt, dieses Werk für und mit euch fortzusetzen. Vielen Dank, liebe Freundinnen und Freunde. Vielen lieben Dank, Tobias. Als nächstes darf ich nach oben bitten, Ulrich Martin Drescher. Ulrich, du hast nochmals drei Minuten als zweite Vorstellung. Noch kurze Anmerkung für die zweite Vorstellung, es ist keine Fragerunde vorgesehen. Ja, guten Morgen, liebe Freundinnen, liebe Freunde. Ich bin Ulrich Martin Drescher und ich kämpfe um meine zweite Chance auf der Landesliste. Ihr erinnert euch vielleicht von gestern Abend. Ich bin das grüne Urgestein aus dem Wieler Wald, jetzt aus dem Hochschwarzwald und vom Hochrhein aus dem Wahlkreis Waldshut. Drei Themen will ich im Bundestag vorantreiben. Erstens, Netzpolitik ist die nächste Umweltpolitik. Sie entscheidet über die individuellen Chancen und gesellschaftlichen Entwicklungen. Ganz plastisch sehen wir das an der Breitbandverkabelung in der Fläche und an den Möglichkeiten, emanzipatorisch Programme jetzt selbst zu entwickeln. Das war gestern mein Beispiel KaliOP. Zweitens, bei den Stromrebellen der EWS Schönau bin ich von Beginn an Aufsichtsrat. Hier habe ich gelernt, bei der Energiewende kommt es jetzt auf die Sektorkopplungen zwischen Strom, Wärme und Mobilität an. Aktuell heißt das Speichermedien, E-Mobilität und Smart Cities. Drittens, als Aufsichtsratsvorsitzender der Regionalwert Bürgeraktiengesellschaft steuere ich unternehmerisch die biologische Ernährungswende. Und das betrifft uns ja alle, denn wir alle wollen uns ja biologisch und gesund ernähren. Hier betreiben wir vom Acker bis auf den Teller Höfe, Gemüsegärtnereien, Käsereien, Läden, Produktionsbetriebe, Lieferservice und Gaststätten. Also, hier geht es darum, lokale Wertschöpfungsketten in regionalen Wertschöpfungsräumen zu entwickeln und dazu auch noch richtig zu rechnen. Das verhilft der Ökolandwirtschaft zum Durchbruch. Das sind meine drei Themen, für die ich kompetent bin aufgrund meiner 25 Jahre lang ökologischen Unternehmertums in diesen drei Sektoren. Die möchte ich einbringen in den Bundestag und wenn ihr mich im Bundestag sehen wollt, dann brauche ich jetzt eure Stimme. Herzlichen Dank. Vielen lieben Dank. Als nächstes nach oben bitten möchten wir Erwin Feucht. Erwin, auch du hast drei Minuten und danach bereit machen kann sich Norbert Großklaus. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ich möchte jetzt nicht noch arg zu viel reden. Ich habe ja erst vor der letzten Runde mich gemeldet. Mein Anliegen ist wirklich diese Politik der gesunden Ernährung, der vernünftigen Abfallwirtschaft, des Rohstoffverbrauches umzusetzen, einzubringen. Und dafür möchte ich mich einsetzen und bitte um eure Unterstützung. Vielen lieben Dank. Als nächstes darf ich Norbert noch oben bitten. Norbert, auch du hast drei Minuten und bereit halten kann sich Manuel Hummel. Ja, guten Morgen zusammen, liebe Freundinnen und Freunde. So vieles ist gesagt. Ich möchte euch ein paar Gedanken noch sagen. Ich bin ein Greenhorn bei den Grünen. Ich komme nicht aus der Politik. Ich komme ganz normal aus der Arbeitswelt seit 25 Jahren als Pfarrer an Greenhorn bei den Grünen. Aber die Politik hat mich gepackt. Sie hat mich wirklich richtig gepackt. Es ist Leidenschaft da. Es ist Engagement da. Und ich möchte gerne als Pfarrer richtig Berufspolitiker sein. Dafür brauche ich eure Stimme. Es gibt viele Berufspolitiker. Ich glaube, es wäre gut. Wir haben auch neue Köpfe. Neue Köpfe im Bundestag. Neue Köpfe auch bei uns in der Fraktion, bei den Grünen. Ich glaube, dass es auch Köpfe braucht, die sich mit Themen befassen, die nicht so oft vorkommen. Gefehlt hat mir schon, jetzt gestern und heute, dass dieses Thema, das Zusammenleben der Kulturen, das Zusammenleben der Religionen, auch eine Trennung von Kirche und Staat. Ich stehe nicht als Kirchenmann hier. Ich stehe als Politiker hier. Und es geht mir auch um die Trennung von Kirche und Staat. Es geht mir um das Zusammenleben der Religionen. Wir haben so viele, die jetzt zu uns gekommen sind, die aus verschiedenen Religionen kommen. Versöhnen statt Spalten. Diese Gesellschaft geht auseinander. Es braucht Menschen, es braucht Männer, die auch versöhnen können, zusammenführen. Bei aller Auseinandersetzung. Ich glaube, dass ich jemand bin, der versöhnen kann und zusammenführen kann. 1987, ein Jahr nach Tschernobyl, gab es eine Versammlung in Basel. Diese Versammlung war eine ökumenische Versammlung weltweit. Und sie hatte das Thema Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung. Ich kann diese Themen füllen. Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung. Das sind große Begriffe. Ich glaube, was es bedeutet. Ich bitte um eure Stimme, um eure Zustimmung. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Als nächstes möchte ich Manuel Hummel nach oben bitten. Im Anschluss bereithalten kann sich Hubert Nowak. Manuel, auch du hast drei Minuten. Tja, liebe Freundinnen und Freunde. Für diejenigen, die gestern früh gegangen sind, noch einmal die Gründe. Was spricht für mich? Weil ich vom Land komme und in der Großstadt gelebt habe. Weil ich Ost- und Westdeutschland kennengelernt habe. Baden und Württemberg, was anscheinend hier auch wichtig zu sein scheint. Weil ich als Fachreferatsleiter eines Museums, als Biokontrolleur, als Berufsschullehrer und als Berufsschullehrer im Gartenbau vielfältige Erfahrungen gesammelt habe im landwirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Bereich. Weil ich selbstständig gearbeitet habe und weil ich Angestellter bin. Weil ich alleinerziehender Vater war und weil ich prekäre Lebensverhältnisse kennengelernt habe. Liebe Freundinnen und Freunde, ich stehe für die Mitte dieser Partei und von der Mitte ist ja in letzter Zeit immer wieder die Rede. Ich bin seit 26 Jahren in Kommunalparlamenten und wir Kommunalos und Kommunalas in Baden-Württemberg. Wir sind doch viel zu sehr in konkrete Problemlösungen eingebunden, als dass wir uns auf Fundamentalopposition zurückziehen könnten. Ja, ich gehe Probleme gerne grundsätzlich an. Und wenn mich ein CDU-Ler mal als Chefideologen der Grünen bezeichnet hat, dann ist das sicher zu viel der Ehre. Aber ich bin auch bereit, jeden kleinen, konkreten Schritt in die richtige Richtung mitzugehen. Noch einmal zur Erinnerung, was habe ich gestern alles angesprochen? Ich war der mit dem Apfelbäumchen, das es zu pflanzen gelte. Und mit der positiven, optimistischen Politik, die die Grünen seither gemacht haben. Ich habe als zwei zentrale Herausforderungen angesprochen, soziale Gerechtigkeit und Klimawandel. Habe Kennedy zitiert, habe eine gerechte Lastenverteilung eingefordert. Ich habe gesagt, Rastatt steht für die Revolution von 48, für Demokratie verteidigen, für die europäische Einigung, für den Schutz von Flüchtlingen. Und Rastatt liegt an der deutsch-französischen Grenze. Auch da brauchen wir eine bessere Vertretung im Deutschen Bundestag. Mir persönlich war es immer wichtig, dass der grüne Sound derselbe, zumindest harmonisch ist. Egal, ob er aus dem Bundestag, dem Landtag oder dem Kreistag kommt. Und ich bin froh darüber, wenn ich unseren Wählern immer wieder sagen kann, dass unsere Bundestagsabgeordneten auch die kommunale Seite mit bedenken. Ich lege Wert auf eine stringente Politik, die auf allen Ebenen geschlossen agiert und nicht den einseitigen Vorteil einer Ebene sucht, wie ich es von der CDU kenne. In all den Jahren wart ihr im Bundestag und im Landtag immer eine riesige Unterstützung von uns und auch natürlich in der Landesregierung. Aber manchmal mussten auch wir Kommunalus uns schützend vor die Landesregierung stellen. Und ich hoffe, das wisst ihr zu schätzen. Deshalb meine Bitte, lasst uns geschlossen in diesen Wahlkampf ziehen und unterstützt mich. Ich würde mich freuen. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächstes darf ich Hubert nach oben bitten. Hubert, du hast auch drei Minuten. Und bereit halten kann sich Martin Schmeding. Liebe Freundinnen und Freunde. Im Handwerk sind die grünen Themen wie ökologische Bauweise, Energiesparen oder Solartechnologie ein wichtiger Bestandteil ihrer Tätigkeit und immer mehr auch ihres Denkens. Ja, es werden sogar Preise für besonders ökologische und nachhaltige Bauweisen vergeben. Einer davon ist der grüne Timmy, den ich für den Bau einer Kinderkrippe aus Holz, Stroh und Lehm erhalten habe. In dieser traditionell eher konservativ geprägten Gesellschaft findet nun mehr und mehr ein Umdenken statt. Sie für uns zu gewinnen ist mein Ziel. Und seit Bekanntwerden meiner Kandidatur erhalte ich großen Zuspruch, gerade auch von denen, die immer schon CDU gewählt haben und nun eine Alternative suchen. Sie möchten einen der Ihren im Bundestag, einer der die Verhältnisse vor Ort kennt und ihre Interessen im Bund vertritt. Auch dafür stehe ich jetzt hier und bitte ich euch um eure Stimme. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächstes darf ich Martin Schmeding nach oben bitten. Martin, auch du hast nochmals drei Minuten. Liebe Freundinnen und Freunde, ich habe mich ja bereits auf Listenplatz 16 beworben. Auch ich bitte euch ganz herzlich um eine zweite Chance. Weil ich denke, das Thema Bildungspolitik ist auf Bundesebene ein ganz wichtiges Thema. Es gibt viele Dinge, die können wir nur auf Bundesebene regeln und dazu gehören die drei Dinge, die ich vorhin schon einmal dargelegt habe. Und ich möchte sie euch alle nochmal in Erinnerung rufen, weil ich finde, sie sind für grüne Programmatik einfach fundamental wichtig. Wir haben in unserem Programm stehen, dass das Kooperationsverbot, das die Große Koalition 2006 in das Grundgesetz reingeschrieben hat, dass das wieder rückgängig gemacht wird. Das ist eine ganz wichtige politische Programmatik, weil die Fachwelt eindeutig sagt, das Kooperationsverbot hat das Bildungssystem in Deutschland ungerechter gemacht. Und ich möchte, dass wir bessere Chancen für junge Menschen, die aus armen Verhältnissen kommen, bekommen. Ich habe euch die Probleme der beruflichen Bildung dargelegt. Wir reden darüber, dieses System der dualen Berufsausbildung in verschiedene Länder der Welt zu exportieren. 500.000 Ausbildungsverträge sind in diesem Jahr geschlossen worden. Der Trend der Akademisierung hat vielen Menschen, die aus einfachen Verhältnissen kommen, geholfen. Aber wenn dieser Trend so anhält, werden die Entwicklungen in unserer Gesellschaft sehr problematisch sein. Und deswegen müssen wir dagegen steuern. Wir müssen ganz klar die berufliche Bildung stärken. Wir müssen den jungen Menschen sagen, ihr könnt ein glückliches und erfolgreiches und zufriedenes Leben führen, auch mit beruflicher Bildung. Und dazu gehört die Förderung der Weiterbildung. Und dazu gehört, dass alle Abschlüsse gleichgesetzt werden. Wir haben viel über Kinderarmut geredet. Eine wesentliche Ursache der Kinderarmut ist auch, dass die vorschulische Bildung immer noch nicht gebührenfrei ist, immer noch nicht kostenlos ist. Wir müssen diesen Trend ganz klar entgegenwirken. Wir müssen dafür sorgen, dass Bundesmittel für diesen Bereich deutlich erhöht werden. Wir brauchen mehr Geld für Kindergärten. Wir brauchen mehr Geld für Schulen. Wir brauchen mehr Geld für Hochschulen. Wir müssen die Maßnahmen auf Bundesebene stärker koordinieren. Es geht nicht darum, um Zuständigkeiten zu streiten. Es geht darum, die Probleme der Menschen zu lösen und ihnen zu sagen, ihr werdet beurteilt. Nicht nach dem Geldbeutel eurer Eltern und eurer Herkunft. Ihr werdet beurteilt nach eurer Leistung und wer ihr seid. Und das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen. Vielen Dank. Vielen Dank, Martin. Wir haben jetzt noch die Möglichkeit der Fragen für Tobias. Tobias sind keine Fragen eingeworfen worden. Du hast somit noch mal die Möglichkeit für drei Minuten etwas zu sagen. Ja gut, drei Minuten wären es nicht. Ich möchte euch eigentlich nur kurz um den kleinen Gefallen bitten. Also natürlich möchte ich euch um den Gefallen bitten, mich zu wählen. Aber noch einen anderen. In den nächsten Monaten bitte ich euch, geht da raus. Macht einen Wahlkampf, der darauf zielt, dass wir wieder zusammenwachsen. Und es bedeutet, dass dieser Wahlkampf unbequem wird. Aber er muss für uns unbequem werden. Liebe Freundinnen und Freunde, seid selbstbewusst. Geht da raus. Erzählt den Menschen von uns. Und sagt ihnen, dass wir die besten Konzepte haben. Traut euch. Begeistert die Leute. Sagt ihnen, wir sind die Alternative, die euch ein emanzipiertes und nachhaltiges Leben ermöglichen will. Zeigt das den Leuten. Vielen lieben Dank. Vielen Dank, Tobias. Wir treten nun in den Wahlgang zu Platz 18 ein. Wie ihr sehen könnt, habt ihr die Möglichkeit mit 1 für Enthaltung zu stimmen. Mit 2 für Nein. Mit 3 für Tobias Bacherle. Mit 4 für Ulrich Martin Drescher. Mit der 5 für Erwin Feucht. Mit der 6 für Norbert Großklaus. Mit der 7 für Manuel Hummel. Mit der 8 für Hubert Nowak. Und mit der 9 für Martin Schmeding. Ich eröffne hiermit den Wahlgang. Gibt es technische Probleme? Sollten diese bestehen, bitten wir um ein klares Zeichen. Wir sehen weiterhin keine Meldung zu technischen Problemen. Daher gehen wir davon aus, dass alle ihre Stimme abgeben konnten. Und schließen hiermit den Wahlgang. Glanzen. A. A. B. A. A. B. A. A. B. A. A. Wir haben ein Ergebnis für den ersten Wahlgang des Platz 18. Abgegeben wurden 182 Stimmen. Das Quorum lag damit bei 92 Stimmen. Enthalten haben sich drei Personen. Es gab eine Nein-Stimme, 67 Stimmen empfiehlen auf Tobias, 23 Stimmen auf Ulrich Martin, 9 Stimmen auf Erwin, 9 Stimmen auf Norbert, 32 auf Manuel, 23 auf Hubert und 15 auf Martin. Könnt ihr auch noch mal angestrahlt sehen. Ich frage jetzt noch mal alle Kandidaten, ob sie auch für einen zweiten Wahlgang zur Verfügung stehen. Ich beginne mit Tobias. Tobias tritt ein zweites Mal an. Manuel Hummel. Dann Ulrich Martin Drescher. Hubert Nowak. Auch ein Ja. Dann Martin Schmeding. Ein Nein. Dann Norbert Großklaus. Auch ein Nein. Und Erwin Feucht. Auch ein Nein. Somit treten im zweiten Wahlgang Tobias Bacherle, Ulrich Martin Drescher, Manuel Hummel und Hubert Nowak an. Ihr seht es jetzt auch angestrahlt. Ihr seht es jetzt auch angestrahlt. Ihr habt jetzt im zweiten Wahlgang die Möglichkeit mit 1 für Enthaltung zu stimmen, mit der 2 für Nein, mit der 3 für Tobias Bacherle, mit der 4 für Martin-Ulrich Drescher, mit der 5 für Manuel Hummel und mit der 6 für Hubert Nowak. Ich eröffne hiermit den Wahlgang. Gibt es technische Probleme? Nochmals die Frage nach technischen Problemen. Die können wir von hier oben nicht sehen. Wir gehen davon aus, dass alle ihre Stimme somit abgeben konnten. Und somit schließen wir den Wahlgang. Das war das. Das ist gebildet worden. Haben wir uns Körbchen, hoffentlich. Ich verstehe halt nicht, wie man hier nochmal antritt. Wir haben ein Ergebnis für den zweiten Wahlgang. Abgegebene Stimmen 184. Im zweiten Wahlgang gilt das Quorum von 47 Stimmen. Wir haben zwei Enthaltungen. 0 Nein-Stimmen. Auf Tobias empfehlen 77 Stimmen. Auf Ulrich Martin 30. Auf Manuel 50. Und auf Hubert 25 Stimmen. Ihr seht es auch nochmal angestrahlt. Tobias, ich darf dich somit fragen, nimmst du die Wahl an? Ich sehe ein Nicken und ein Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. So, noch ein kleiner Hinweis, bevor wir auf den Platz 19 einsteigen. Euch wurden bereits gestern Fragebögen ausgeteilt. Da wurden wir nochmal gebeten, euch darauf hinzuweisen, diese auszufüllen. Ihr habt die Möglichkeit, oben im Eingangsbereich diese abzugeben. Als zweiten Hinweis nochmal die Bitte, heute auch bis zum Ende der Wahlversammlung hier zu bleiben, weil wir am Ende eine schriftliche Abstimmung über die Gesamtliste vornehmen müssen. Und nur diese Gesamtliste ist gültig. Somit müssen wir auch bis zum Ende der Wahlversammlung beschlussfähig bleiben. Wir treten somit in den Bewerbungsprozess des Platzes 19 ein. Uns liegen aktuell die Bewerbungen von Catherine Kern, BTW 13 vor, Stefanie Reinhold, BTW 18 und Katrin Lechner, BTW 32 vor. Genau. Gibt es weitere Bewerbungen für den Listenplatz 19? Das sehe ich nicht. Wir schließen hiermit die Möglichkeit zur weiteren Bewerbung und treten in die Bewerbungsreden ein. Einen kleinen Moment, bitte. Wir möchten dann als erstes auf die Bühne bitten. Denn Catherine Kern, die auch das zweite Mal sich bereits vorstellt. Catherine, du hast drei Minuten. Im Anschluss bereithalten kann sich Stefanie Reinhold und im Anschluss Katrin Lechner. Im Anschluss Katrin Lechner und darin im Anschluss Stefanie Reinhold. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ich glaube, das war gestern ziemlich klar, wie ich für Europa brenne. Brenne ich heute noch, obwohl ich heute ein bisschen müde bin und die Anspannung. So wie alle Ebenen ihre Steuern einnahmen können, damit sie Gestaltungsmöglichkeiten haben, braucht auch die Europäische Union diese Gestaltungsmöglichkeit, damit sie endlich ein Green New Deal durchsetzen können. Und das würde gehen mit einer Transaktionssteuer. Deshalb, wir brauchen nötig eine Transaktionssteuer. Es kann nicht sein, dass Menschen durch harte Arbeit viel mehr Steuern bezahlen müssen, als Menschen, die nur eben auch in dem Finanzmarkt Geld anlegen und Geld verdienen. Wenn man eine Transaktionssteuer hat für die Europäische Union, dann werden sie nicht mehr die Willkur, die verschiedenen Nationalstaaten ausgesetzt. Also wir kennen das von diesem Britain-Rabatt, da sind die Briten heimgegangen und haben gejubelt, dass sie quasi nicht so viel Geld in die EU reinbezahlen müssen, was eigentlich gar keinen Sinn macht. Weil wir wollen eine starke Europa, wir wollen gemeinsam vorangehen und deshalb würde ich mich für eine Transaktionssteuer einsetzen, falls es zu einem Mandat kommt. Ich bin auch ein Kommunalo, ich bin eine europäische Kommunalo, mache unheimlich gern Kommunalpolitik, sitze seit 2010 in Oeringen im Gemeinderat. Wir haben schon ganz tolle Sachen gemacht, wir haben 2014 einen engagierten Wahlkampf, ich habe viel Energie da reingesetzt und jetzt haben wir fünf Frauen und einen Mann. Und wir sind eine kundebunte Gruppe von Christen, Katholiken, Evangelischen, Muslimen und Menschen, die gar nichts mit der Kirche am Hut haben. Und das funktioniert wunderbar und da bin ich ganz stolz drauf. Ich habe auch dieses Jahr, das ist mein zweiter Wahlkampf, offensichtlich mache ich das sehr gerne. Ich habe im März ein wunderbares Ergebnis für Hohenloher eingebracht, acht Prozent mehr dazu gewonnen. Und in der Zwischenzeit ist Hohenloher wenigstens die Hälfte dunkelgrün und da bin ich sehr stolz drauf. Und wenn ich hier heute Abend den Platz, heute Morgen Platz 19 bekomme, da wäre ich wirklich sehr dankbar. Das ist das erste Mal, dass ich hier ins Rennen gehe und da wäre 19 ein guter Platz und da wäre ich voll motiviert. Und da würde ich ganz sicherlich noch ein paar Prozente für die Grünen dazugewinnen in einem wunderbaren Wahlkampf, die wir nächstes Jahr gemeinsam führen wollen. Dankeschön. Applaus Vielen Dank, Kathrin. Als nächstes darf ich Kathrin nach oben bitten und Stefanie kann sich bereithalten. Kathrin, du hast auch drei Minuten. Liebe Freundinnen und Freunde, das widerspricht allen Klischees. Ich wusste gar nicht, dass Britinnen so feurig sein können. Ich bin etwas geplättet. Es gäbe viel zu sagen noch über ökonomische Ungleichheit, auch über Umweltschutz, Naturschutz. Das tun hier auch viele andere Leute im Saal und das machen sie sehr, sehr gut. Deshalb möchte ich noch ein paar Worte zu meinem Lieblingsthema, dem Nischenthema Kultur sagen. Das wird auf allen politischen Ebenen von viel zu wenig Leuten beackert. Es möchten auch viel zu wenig Leute beackern. Leider. Es ist zum Teil eben auch ein sehr komplexes Thema. Ich möchte auch einfach ein paar kleine Einblicke geben. Digitalisierung. Jährlich stehen zwei Millionen Euro zur Verfügung für die Digitalisierung von Filmen. Es geht ja um historische Filmdokumente auf Nitro, zum Beispiel aus der Kaiserzeit. Der errechnete Bedarf liegt bei 500 Millionen Euro. Da könnte man rechnen, wie lange man bräuchte. Das eigentliche Problem ist aber, dass auf Speichermedien digitalisiert wird, ohne dass es zukunftsfeste Speichermedien gäbe und die Originale werden vernichtet. Das ist also eine willkürliche Vernichtung unseres kulturellen Erbes. Selbst die USA handeln hier verantwortungsvoller. Ständig unter Beschuss steht die Künstlersozialkasse, also die Kranken- und Rentenversicherung für selbstständige Künstler und Musikerinnen. Die müsste vielmehr gestärkt werden, denn wir reden hier von Menschen, die vielfach in prekären, selbstausbeuterischen Verhältnissen leben und arbeiten. Dieses auch, weil es zum Beispiel keine Honoraruntergrenzen oder Ausstellungsvergütungen gibt. Da müssen wir ganz, ganz dringend ran, denn es geht hier um sehr, sehr viele Menschen. Kultur läuft auch bei den Verhandlungen über CETA, TTIP etc. unter Ferne liefen. Dabei steht die Subventionierung der öffentlichen Kultureinrichtungen und damit der Zugang für alle auf dem Spiel. Aber ein Zugang für alle ist essentiell. Das habe ich heute früh schon erklärt. Für die Begegnung, für eine Auseinandersetzung mit anderen und anderem, für die Demokratie. Dafür braucht es Geld und dafür brauchen wir eine andere Kommunalfinanzierung, die wir Grüne uns im Bund erkämpfen müssen. Ich würde da gerne mitkämpfen. Das ist hier bei Platz 19 schon ziemlich aussichtslos. Nichtsdestotrotz bitte ich euch herzlich um eure Stimme für mich für Listenplatz 19. Ich danke euch herzlich. Vielen Dank, Katrin. Und als Dritte möchte ich Stefanie Reinhold nach oben bitten. Stefanie, auch du hast drei Minuten. Liebe Freundinnen und Freunde. Ich bewerbe mich erneut bei euch auf Listenplatz 19, weil ich der festen Überzeugung bin, dass auch das Thema Integration auf unsere grüne Landesliste gehört. Denn die Frage, ob Integration gelingt oder nicht, ist von zentraler Bedeutung für unsere Gesellschaft. Und wir Grünen können Integration. Dafür trete ich an und dafür möchte ich mich in Berlin als Bundestagsabgeordnete einsetzen. Liebe Freundinnen und Freunde, als stellvertretende Bezirksvorsteherin engagiere ich mich schon heute für die soziale Integration der Flüchtlinge in der örtlichen Gemeinschaft. Die Frage, ob Integration ja oder nein und wenn ja, für wen, stellt sich auf kommunaler Ebene nicht. Denn schließlich findet hier das gesellschaftliche Zusammenleben statt. Aber das reicht nicht. Am Ende ist entscheidend, ob es uns gelingt, die Flüchtlinge in unseren Arbeitsmarkt zu integrieren. Wir müssen die Flüchtlinge schneller in Arbeit bringen, denn Arbeit macht aus Flüchtlingen Verkäuferinnen und Kfz-Mechaniker, Arbeit macht aus Flüchtlingen Mitmenschen. Und für eine gute Flüchtlingspolitik, für eine rasche Arbeitsmarktintegration brauchen wir starke Grüne im Bund. Wir brauchen neue Ideen, innovative Konzepte. Denn wer, wenn nicht wir, kann diese Herausforderung meistern. Und wir dürfen keine Zeit verlieren. Je schneller wir damit anfangen, umso höher ist die Chance auf eine erfolgreiche Integration. Und das, meine lieben Freundinnen und Freunde, das sind am Ende die besten Argumente gegen Hass und Hetze. Deshalb ist es jetzt auch so besonders wichtig, unsere Sozialsysteme gerechter zu machen. Als Leiterin einer Sozialhilfedienststelle erlebe ich, dass die Menschen derzeit sehr genau hinschauen und sie sprechen ihren Unmut aus. Wir müssen die Kritik der Menschen wahrnehmen und in einen Dialog treten. Wer, wenn nicht wir. Wer sich ungerecht behandelt fühlt, wendet sich ab. Und deshalb fordere ich eine grüne Garantierente, denn nur sie sichert den Menschen gesellschaftliche Teilhabe und ein Leben in Würde. Dafür brauchen wir starke Grüne im Bund und dafür möchte ich mit euch kämpfen. Liebe Freundinnen und Freunde, lasst uns gemeinsam für ein starkes grünes Ergebnis kämpfen, um unseren Sozialstaat gerechter zu machen. Damit nicht mit den Armen in unserer Gesellschaft Stimmung gemacht wird, sondern durch Chancengerechtigkeit und gesellschaftliche Teilhabe ein gutes Miteinander entstehen kann. Ich setze mich ein für Integration und für mehr Gerechtigkeit. Das mache ich schon heute und das möchte ich auch in Zukunft auf Bundesebene tun. Dafür bitte ich um eure Unterstützung. Vielen Dank. Vielen Dank, Stefanie. Wir treten jetzt umgehend in den Wahlgang zu Listenplatz 19 ein. Ihr habt in diesem Fall die Möglichkeit mit 1 für Enthaltung zu stimmen, mit 2 für Nein, mit 3 für Catherine Kern, mit 4 für Katrin Lechler und mit der Nummer 5 für Stefanie Reinhold. Ich eröffne hiermit den Wahlgang. Ich eröffne hiermit den Wahlgang. Und dann geht es umgehend in den Wahlgang zu hören, mit 3 für Katrin Lechler und mit 3 für Katrin Lechler und mit 3 für Katrin Lechler. Vielen Dank. Wir haben ein Ergebnis für den ersten Wahlgang, abgegebene Stimmen 192, das Quorum lag somit bei 97 Stimmen, es gab eine Enthaltung, 0 Nein-Stimmen, 101 Stimmen entfielen auf Catherine, 39 auf Katrin und 51 auf Stephanie. Catherine ist somit gewählt. Catherine, ich darf dich noch fragen, nimmst du die Wahl an? Vielen Dank. Vielen Dank. Wir kommen somit zum Listenplatz 20. Hier liegen uns aktuell die Bewerbungen von Dietrich Burkhardt, Martin Hummel und Nico Saalfeld vor. Gibt es noch weitere Bewerbungen auf den Listenplatz 20? Sollte dies der Fall sein, bitte umgehend zu uns nach vorne kommen. Entschuldigung, nicht Martin Hummel, Manuel Hummel. Entschuldigung. Wir haben keine weiteren Bewerbungen, somit lese ich nochmal die Liste vor. Dietrich Burkhardt, Manuel Hummel und Nico Saalfeld. Wir gehen nun in die Bewerbungsreden und ich bitte somit Dietrich als ersten Redner nach oben. Dietrich, du hast drei Minuten. Manuel, du hast nochmal die Möglichkeit, deinen Namen und Kreisverband zu nennen und im Anschluss dann Nico Saalfeld. So, liebe Freundinnen, liebe Freunde. Mich dürft ihr wählen auf den Platz 20. Ich würde mich unheimlich freuen. Ich würde mich freuen für die Handwerkerinnen und Handwerker in unserem ganzen Land, denn wir damit zeigen könnten, wir werden wahrgenommen. Die Handwerker werden wahrgenommen von uns Grünen. Dass wir Grünen uns um Handwerkerinnen und Handwerker kümmern, die schon lange an der Energieeinsparung und an den CO2-Einsparungen arbeiten und unsere grünen Themen in die Praxis umsetzen. Ich bin Dietrich Burchardt, bin 50 Jahre alt und vom Beruf Zimmermann-Siedmer. Ich sehe mich als Grenzüberwinder und als Brückenbauer. Mein Wahlkreis ist der Kreis Göppingen. Hier grenzt der Großraum Stuttgart an den ländlichen Bereich. Hier grenzt die Industrie an das Handwerk und die Landwirtschaft. Hier grenzt unsere grüne Landeshauptstadt an das CDU-dominierte Hinterland. Im kommenden Jahr bin ich der Bundestagskandidat für Bündnis 90 Die Grünen in unserem Kreis Göppingen. Ich möchte dort und mit eurer Hilfe, nicht nur dort, Brücken bauen. Und bauen kann ich ja. Eine Brücke zwischen Stadt und Land. Eine Brücke zwischen Akademikern und Handwerkern. Eine Brücke zwischen Arm und Reich. Eine Brücke zwischen fremden Kulturen und lokaler Verwurzelung. Eine Brücke zwischen Einfalt und Vielfalt. Eine Brücke zwischen Idealisten und Realisten. Eine Brücke zwischen Tradition und Moderne. Eine Brücke zwischen Politik und denen, die seit Jahren davon profitieren. Liebe Freundinnen, liebe Freunde. Mit eurer Stimme für meine Kandidatur auf Platz 20 würdet ihr zeigen, ein vernünftiger Listenplatz 20. Uns ist das Handwerk auch an dieser Stelle wichtig. Uns ist die Breite der Bevölkerung wichtig. Danke. Also Name Kreisverband, nicht mehr. Manuel Hummel, Kreisverband Rastatt, Baden, Baden. Und ich wurde für die Direktkandidatur nominiert. Danke. Danke, Manuel. Und dann darf ich als Nächsten Nico Saalfeld auf die Bühne bitten. Nico, du hast sieben Minuten. Hier besteht auch die Möglichkeit, Fragen einzuwerfen. Ja, auch von mir erstmal einen schönen guten Morgen. Ich hoffe, es ist von der Lautstärke so in Ordnung. Liebe Freundinnen und Freunde, der Schock sitzt tief. Nach langem Hoffnung und Bangen ist die schlimmste Befürchtung vieler tatsächlich wahr geworden. Nun heißt es jedoch, diese Schockstarre, die viel ergriffen hat, abzuschütteln. Wir dürfen jetzt nicht in ein Loch der Verzweiflung, der Enttäuschung, gar der Wut fallen. Vielmehr müssen wir dieses Ergebnis als Warnung sehen. Als Warnung davor, was auch hier in Deutschland lange Zeit für nicht möglich erschien. Natürlich ist mir bewusst, dass man die Präsidentschaftswahl nicht mit der anstehenden Bundestagswahl 2017 vergleichen kann. Doch sollten wir uns alle einig sein, dass wir die Bedrohung von rechts ernster nehmen sollten als zuvor. Mit der AfD und der CSU gibt es auch hier in Deutschland Menschen, die unser Verständnis einer humanen, gleichberechtigten und vor allem demokratischen Politik untergraben und sie durch ihre rechtspopulistischen und teilweise auch narzisstischen Äußerungen und Meinungen ersetzen wollen. Wir sollten uns im Klaren darüber sein, dass wir uns in einer Zeit befinden, in der Europa immer weiter auseinander und in vielen Teilen leider auch nach rechts driftet. In einer Zeit, in der ein Mann zum Präsidenten von Amerika gewählt wird, der rechte und menschenverachtende Äußerungen und Meinungen von sich gibt. In einer Zeit, in der die Grenzen nach und nach dicht gemacht werden. In einer Zeit, in der sich ein bayerischer Ministerpräsident über alles und jeden beschwert, der nicht mir san mir in jedem dritten Satz benutzt. In einer solchen Zeit müssen wir jetzt etwas unternehmen, um alle Grenzen offen zu halten. Nun ja, abgesehen vielleicht die Grenze zu Bayern, damit kein CSU-Geschwafel mehr zu uns rüberkommt. In einer solchen Zeit müssen wir jetzt etwas unternehmen, um Europa als Einheit zu formen und die Rechte aller zu stärken, die lange Zeit, sehr lange Zeit, keine Rechte hatten. Hier möchte ich mich persönlich für eine revolutionäre Inklusionspolitik einsetzen. Ich selbst habe als Mensch mit Behinderung vor allem in meiner Kindheit große Ablehnung erfahren müssen. Vieles blieb mir verwehrt. Nur weil ich nicht so war wie die anderen. Nur weil ich nicht normal war. Nur weil ich behindert bin. Dieser Ausgrenzung darfst du nicht weitergehen, liebe Freundinnen und Freunde. Dafür möchte ich mich einsetzen. Aus diesem Grund ist es mir ein persönliches Anliegen, mit den Menschen mit Handicap zusammenzuarbeiten, um unter anderem das Teilhabegesetz neu zu reformieren. Weil so wie es jetzt da steht, kann es nicht bleiben. Nur so kann man die Situation und die Lebensqualität von Millionen von Menschen hier in Deutschland verbessern. Um all dies und noch vieles mehr erreichen zu können, müssen wir uns als ein starkes Bündnis präsentieren, das die Missachtung der Menschenrechte nicht toleriert. Dass Trump, Erdogan, Putin, Petri und Seehofer ihre Grenzen klar aufzeigt und geschlossen demonstriert nicht mit uns. All dies schaffen wir nur, wenn wir uns wieder auf unsere Werte konzentrieren, mit denen man uns in Verbindung bringt, die man uns zuschreibt und dank derer wir in unserer Gründungs- und Anfangszeit gefeiert wurden. Wenn wir es schaffen, diese Ideale den Menschen aller Generationen näher zu bringen, dann können wir bei der anstehenden Bundestagswahl der Großen Koalition zeigen, dass die Bürgerinnen und Bürger den eingeschlagenen Kurs nicht folgen, sondern mit uns als Grüne das Ruder herumreißen wollen. Um all dies zu erreichen, möchte ich kämpfen und bitte daher um eure Stimme, um euer Vertrauen, damit wir den Bürgerinnen und Bürgern zeigen, dass wir ein starkes Bündnis sind, dass wir uns klar gegen rechts und pro Minderheiten und Benachteiligte positionieren und dass wir eine bessere, eine gerechtere, einfach eine geilere Politik betreiben. Denn schließlich ist Grün das neue geil. Mein Name ist Nico Saalfeld, ich bin 20 Jahre jung, wohne, lebe und studiere in Freiburg, auch wenn ich der jüngste Bewerber hier heute bin. Denke ich, dass ich genauso motiviert, genauso scharf darauf bin, etwas zu verändern. In Berlin mit anzupacken, um Deutschland ein Stück gerechter, ein Stück besser, kurzum, um Deutschland grüner zu machen. Vielen Dank. Vielen Dank Nico. Es sind keine Fragen eingegangen. Du hättest jetzt nochmal die Möglichkeit, drei Minuten zu ergänzen. Ich denke, dass ich so weit alles gesagt habe, was ich sagen wollte. Möchte auch natürlich euch jetzt nicht zu viel zumuten. Und würde mir wünschen, wenn ihr mir zumindest ein paar Stimmen geben würdet. Dankeschön. Vielen Dank Nico. Wir treten somit auch in den Wahlgang zu Listenplatz 20 ein. Ich bitte die Technik um Schaltung des Bildschirms. Dankeschön. Ihr habt eben für den Listenplatz 20 folgende Möglichkeiten. Mit der 1 Enthaltung, mit der 2 Nein, mit 3 Dietrich Burkhardt, mit 4 Manuel Hummel und mit der 5 Nico Saalfeld. Ich eröffne hiermit den Wahlgang. Gibt es technische Probleme? Nochmals die Frage nach technischen Problemen. Bitte klar kenntlich machen. Da oben haben wir noch Probleme. Oben Richtung Ausgang. Ist okay? Gut, somit scheinen alle technischen Probleme beseitigt. Nochmals letztmalig die Frage. Weitere Probleme sehen wir nicht. Daher gehen wir davon aus, dass alle ihre Stimme abgeben konnten. Und somit schließe ich den Wahlgang. But. Und schließe ich den Wahlgang. Ichاخeste D pog excaucken die Frage. Aber die Frage ist Sí. Deshalb bin ich dem Weg so fest. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Abgegebene Stimmen insgesamt 185, das Quorum lag bei 93 Stimmen. Wir haben drei Enthaltungen, null Nein-Stimmen. Auf Dietrich Burkhardt empfiehlen 95 Stimmen, auf Manuel Hummel 71 Stimmen und auf Nico Saalfeldt 16 Stimmen. Lieber Dietrich, du bist somit gewählt. Ich muss dich noch fragen, nimmst du die Wahl an? Vielen Dank, Dietrich. Applaus Auf Wunsch des GLV werden wir die Wahlversammlung kurz unterbrechen und zunächst die V-Anträge behandeln und im Anschluss wieder in die Wahlversammlung einsteigen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, Entschuldigung für die kurze Pause. Wir haben jetzt noch mal eine kleine Änderung. Die V-Anträge werden wie geplant doch am Ende durchgezogen. Wir möchten jetzt zur besseren Koordination für die Wahlversammlung jedoch alle Kandidatinnen und Kandidaten, die für die folgenden Listenplätze noch kandidieren möchten, nach vorne bitten. Zu Kerstin, Chris und für alle anderen bedeutet das, dass wir ungefähr 10 Minuten Pause machen und ich bitte alle etwa 12.20 Uhr wieder hier im Raum zu sein. Vielen Dank. 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 Liebe Liebe Freundinnen und Freunde, wir möchten euch bitten, langsam wieder alle in die zu kommen. zu kommen. Wir werden in wenigen Minuten fortsetzen. Vielen Dank. 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 Wir möchten nochmals bitten, alle wieder Platz zu nehmen, dass wir mit der Wahlversammlung fortsetzen können fortsetzen können. Ich bitte die, die an den Eingängen sind, die Verbleibenden draußen auch nach drinnen zu holen. Anja. 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 So, liebe Freundinnen und Freundinnen, alle Unklarheiten sind beseitigt worden. Ich möchte euch bitten, Platz zu nehmen. Wir möchten vom Präsidium einen Rückholantrag stellen. Es wurde mit allen verbliebenen Kandidatinnen und Kandidaten besprochen und es wurde entsprechend entschieden in diesem Kreis, dass wir entgegen dem zuvor festgelegten Verfahren statt 38 Listenplätzen 40 Listenplätze wählen werden. Dies bedarf eines Rückholantrages, der durch das Präsidium gestellt wird und der mit zwei Drittel Mehrheit der Delegierten bestätigt werden muss. Gibt es zu diesem Rückholantrag eine Gegenrede? Den sehe ich nicht, damit ist dieser formal und wir kommen zur offenen Abstimmung mit euren Karten zu diesem Rückholantrag. Alle, die für diesen Rückholantrag stimmen, bitte ich nun um das Kartenzeichen. Vielen Dank. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Vielen Dank. Dann bei wenigen Enthaltungen und wenigen Nein-Stimmen ist der Rückholantrag in dieser Form angenommen und wir steigen weiter in die Wahlversammlung ein. Vielen Dank. Wir steigen somit auf den Listenplatz 21 ein. Hier liegen uns die Bewerbungen von Melanie Lang, Unterlagen BTW 28 und Anja Reinalter, BTW 39 vor. Gibt es weitere Bewerbungen auf den Listenplatz 21? Nein. Das sehen wir nicht. Wir steigen dann somit in die Bewerbungsreden ein. Melanie, ich darf dich nach oben bitten, da das deine zweite Vorstellung ist, hast du drei Minuten zur Vorstellung und im Anschluss kann sich Anja bereit halten. Liebe Freundinnen und Freunde, wenn wir bei der Wahl erfolgreich sein wollen, dann reicht es nicht, nur unsere Stammwählerinnen und Wähler anzusprechen, sondern wir müssen unser volles Potenzial ausschöpfen. Und zwar dort, wo Menschen von grüner Politik profitieren, aber noch in anderen Parteien verhaftet sind. Und dort, wo Menschen schon zu grün tendieren, aber noch viel zu selten zur Wahl gehen. Das will ich ändern und das kann ich ändern. Vor zwei Wochen hat mich ein Mitarbeiter unserer Straßenmeisterei angesprochen und gesagt, er hätte sich nie vorstellen können, in seinem Leben grün zu wählen. Aber er will mich, weil er weiß, dass ich die einfachen Leute nicht vergessen werde, wenn ich es nach oben schaffe. Und das macht mir Mut, denn es ist genau das, wofür ich antrete und es ist genau das, was ich in meinem Wahlkreis erreichen möchte. Ich möchte die Landwirte für uns gewinnen, die Feuerwehrleute, die Vereine, die Mitarbeiter, gerade auch solchen Straßenmeistereien. Und vor allem möchte ich die Jugend für uns gewinnen, die überdurchschnittlich zu grün tendiert, aber noch viel zu selten zur Wahl geht. Liebe Freundinnen und Freunde, mit mir bekommt ihr eine Powerfrau, die alles tun wird, um unser volles Potenzial im ländlichen Raum in meinem Wahlkreis auszuschöpfen. Und dafür brauche ich eure Unterstützung. Vielen Dank. Vielen Dank, Melanie. Als nächstes bitte ich dann Anja nach oben. Anja, du hast sieben Minuten zur Verfügung für deine Vorstellung und alle haben die Möglichkeit, Fragen für Anja einzuwerfen. Ich muss erst ein bisschen hochfahren, ich bin zu groß. Okay. Einmischen ist die einzige Chance, realistisch zu bleiben. Liebe Freundinnen und Freunde, an diesem Zitat von Heinrich Böll seid ihr alle die letzten zwei Tage mehrfach vorbeigelaufen. Einmischen ist die einzige Chance, realistisch zu bleiben. Und darum mische ich jetzt auch noch mit Anja Reinalter aus dem Wahlkreis Biberach auf dem Lischenplatz 21. Liebe Freundinnen und Freunde, Demokratie, eine Gesellschaftsform, die derzeit fast wie nie zuvor auf dem Prüfstand steht. Wir haben es häufig gehört, aber sie wird teilweise verachtet und wir sind Zeugen dieses Prozesses. Das ist kein schlechter Traum. Wacht auf! Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit. Und wenn wir, wie ihr jetzt vielleicht nebenher Zeitung gelesen habt, in der Süddeutschen lesen konntet, wenn wir nicht wollen, dass unser sogenanntes postfaktische Zeitalter in ein postdemokratisches Zeitalter zu einem postdemokratischen Zeitalter wird, dann müssen wir aufwachen. Gleichberechtigung und Gleichbehandlung. Wir haben schon mehrfach an diesem Wochenende das Grundgesetz zitiert gehört und seit 1949 ist es verankert, dass niemand wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Sprache, seines Glaubens, seiner Heimat, seiner politischen Anschauung oder wegen einer Behinderung benachteiligt werden kann. Männer und Frauen sind gleichberechtigt und das ist unser Menschenbild. Als Beauftragte für Chancengleichheit weiß ich noch, dass es viel zu tun gibt und ich bin persönlich schon oft an sehr undurchsichtige gläserne Decken gestoßen. Ich kämpfe für die Einhaltung der Grundrechte, für die Menschenrechte und für die Akzeptanz von Vielfalt. Vielfalt, liebe Freundinnen und Freunde, Vielfalt ist immer noch die beste Antwort gegen Einfalt. Danke. Und die Würde des Menschen muss unantastbar bleiben. Wir, Deutschland, bekamen von UNICEF doch klar die Note 4, die Note 4 für die Umsetzung von Partizipation und Teilhabe. Und wir haben gehört, dass jedes fünfte Kind in Deutschland in Armut lebt. Das ist eine Schande, liebe Freundinnen und Freunde. Das muss geändert werden. Auch Freiheit, Sicherheit und Frieden sind keine Worthülsen und sollten keine schwierigen Themen für uns sein. Es sind Grundbedürfnisse, die alle Menschen haben. Wenn Grundbedürfnisse nicht gesichert sind, dann, und meist erst dann, wenn Grundbedürfnisse nicht gesichert sind, verlassen die Menschen ihre Heimat, begeben sich auf die Flucht und kommen in andere Länder. Wir sind uns einig. Hashtag Flüchtling möchte niemand sein. Und wir haben gelernt, ein Wir schaffen das reicht nicht. Wir Grünen sagen nicht nur, wir schaffen das, wir sagen, wie wir es schaffen. Schnelle und faire Verfahren, niedrigschwellige professionelle Integrationskonzepte sind die Antwort darauf, wie wir es schaffen können. Wir zeigen, dass es geht. In diesem Sinne, lasst uns zusammenwachsen. Ihr könntet jetzt Applaus geben. Danke. Klimaschutz, Energiewende, Natur, CO2. Wir dürfen nicht nur Parolen liefern. Wir haben die Pflicht, für die Umsetzung einzustehen. Im Klimaschutz sehe ich, wie ihr auch alle, die größte Herausforderung und gleichzeitig die größte Chance für die Menschheit. Wir haben nur diesen einen Planeten. Es gibt kein Planet B. Das weiß jeder Mensch, jedes Kind. Und leider leben viel, viel zu wenig Menschen dementsprechend. Wir müssen Vorbilder sein. Vorbild trinkt viel tiefer als Wort. Danke. Kennt ihr diesen Pädagogenspruch? Da erzieht man und erzieht man und dann erzieht man. Und am Schluss, da meint es einem alles nach. Angekommen? Also, Klimaschutz ist das Ziel. Wir müssen es vormachen. Nicht mit dem pädagogischen Zeigefinger nur erziehen und mahnen. Klimaschutz ist das Ziel. Wir müssen mit cleveren und praktikablen Ideen vorangehen. Lösungen zeigen, die schlüssig sind und keine Überzeugungskünstler brauchen. Wir müssen die Sonne nutzen, den Wind, endlich aus der Kohle raus, den Menschen ein gutes Beispiel geben. Und wir müssen Vorbild sein. Lasst uns zusammen wachsen und gemeinsam besser werden. Reinhard Büttekofer hat gestern gesagt, denkt daran, Hegel, wenn etwas anders werden soll, dann muss es auch anders gemacht werden. Wir müssen Vorbilder sein. Danke. E-Mobilität ist genial, klasse und richtig. Es reduziert aber nicht den Verkehr. Es kann eigentlich nicht sein, dass wir im Jahr 2016 täglich Blechlawinen in die Städte ein- und ausfahren haben. Wir brauchen schlaue Verkehrskonzepte, kluge Arbeitszeitmodelle. Es muss nicht jeder am Arbeitsplatz arbeiten. Und bezahlbaren Wohnraum in den Städten, dass die Menschen nicht pendeln müssen. Wir dürfen unsere Lebenszeit nicht auf der Straße liegen lassen. Zeit, Zeit, liebe Freundinnen und Freunde, ist die Währung, mit der wir unser Leben bezahlen. Frankreich, Holland, Ungarn und England, Türkei, USA, Hashtag ohne Worte. Le Pain, Wilders, Orban und ohne Worte. Liebe Freundinnen und Freunde, es ist kein schlechter Traum. Wacht auf. Wir sind Zeugen der Zeitwende. Die können wir nicht übersehen. Wir müssen aufstehen, zeigen, was wir zur Geschichte gelernt haben. Schluss mal mit Reden schwingen, ich bin auch gleich fertig. Niemand belehren und vorschnell in rechte Ecken stellen. Sonst sind wir diejenigen, die am Ende ausgrenzen. Und wenn wir nicht alleine dastehen wollen, dann müssen wir die Zeichen erkennen und jetzt handeln. Wir müssen den Menschen begegnen, ihnen zuhören, nicht über sie reden. Wir müssen ihnen in die Augen sehen und ihnen als Mensch begegnen. Europa, noch ein Satz zu Europa. Die Grundidee Europas ist die Sicherung von Frieden. Wenn wir das vergessen, wird es nur Verlierer geben. Und wir sitzen alle im selben Boot. Liebe Freundinnen und Freunde, ein letztes Mal ein Appell. Wenn nicht jetzt, wann dann? Ich möchte mich mit all meiner Kraft gegen Rechts einsetzen. Ich vertrete Hoffnungen, Wünsche, Visionen der Menschen aus dem Landkreis Biberach, aus dem Wahlkreis Biberach. Als Mutter, Pädagogin stich mit beiden Beinen im Leben. Ich spüre, wie selten in meinem Leben ein Auftrag, jetzt aktiv werden zu müssen. Armeln hochkrempeln, anpacken, Vorurteile werkschaffen, Kante zeigen, Farbe bekennen. Wenn nicht jetzt, wann dann? Anja Reinhardt, vielen Dank. Vielen Dank, Anja. Wir haben eine Frage für dich erhalten. Die kommt von Felix Schweighart vom KV Karlsruhe. Was ist dein persönliches Schwerpunkt Politikfeld, in dem du dich einbringen willst? Du hast drei Minuten. Okay, vielen Dank für die Frage. Mein persönliches Politikfeld. Wir haben eine unglaubliche Frauenpower hier am Start. Vielen, vielen Dank, sage ich echt mal, den ganzen Superbewerberinnen, die sich hier wirklich für die grüne Idee einsetzen. Die Männer, Manpower will nicht weniger schlecht. Das ist ein Schatz, den die Grünen in Baden-Württemberg haben, hier für die gute und richtige Idee einzustehen. Ich stehe für Familienpolitik. Ich stehe für Chancengleichheit. Ich bin Lehrbeauftragte an der Hochschule Ravensburg-Weingarten für Studierende der sozialen Arbeit. Ich kenne diese sozialen Milieus. Ich bilde Erzieherinnen und Erzieher aus. Ich bin Mutter von drei Kindern. Ich stehe wirklich mit beiden Beinen im Leben. Das sind meine Themen, für die setze ich mich ein. Und ich setze mich ein für etwas, liebe Freundinnen und Freunde, ein letztes Mal setze ich mich heute ein, dafür, dass wir Schnittmengen finden. Schnittmengen. Es geht nichts darum, sich im Details zu verstricken. Links und rechts. Wir brauchen Gemeinsamkeit. Wir dürfen uns nicht trennen lassen durch Details. Stellt euch vor, wir sitzen in einem Flieger nach Berlin. Wie wird es euch gehen, wenn sich der Linke und der Rechte Flügel streiten? Wir würden im besten Fall im Kreis fliegen, aber unser Ziel nicht erreichen. Wir haben ein großes gemeinsames Ziel. Dafür setze ich mich ein. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank, Anja. Wir treten somit in den Wahlgang für den Listenplatz 21 ein. Ihr habt hier die Möglichkeit, mit der 1 für die Enthaltung zu stimmen, mit der 2 für Nein, mit der 3 für Melanie Lang und mit der 4 für Anja Reinalter. Ich eröffne hiermit den Wahlgang. Gibt es technische Probleme? Bitte den deutlichen Hinweis. Sollte es technische Probleme geben? Wir sehen von hier oben keinen. Daher gehen wir davon aus, dass alle Stimmen abgegeben werden konnten. Und somit schließe ich den Wahlgang. 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 Platz 21, abgegebene Stimmen insgesamt 186, das Quorum lag somit bei 94 Stimmen. Es gab zwölf Enthaltungen, eine Nein-Stimme. Melanie hat 94 Stimmen erhalten und Anja Reinalter hat 79 Stimmen erhalten. Das bedeutet, dass Melanie das Quorum mit 94 Stimmen direkt erreicht hat und somit gewählt ist. Liebe Melanie, ich darf dich noch fragen, ob du die Wahl annimmst? Ich habe ein Ja vernommen. Vielen Dank. Liebe Freundinnen und Freunde, wir treten dann ein in den Bewerbungsgang um den Listenplatz 22. Hierfür liegen uns bis dato zwei Bewerbungen vor. Es sind dies Markus Rasp und Martin Schmeding. Gibt es weitere Bewerbungen für diesen Listenplatz? Das sehe ich nicht. Dann schließe ich die Bewerberliste und es kann sich vorstellen, Markus Rasp. Markus, es ist deine zweite Vorstellung, du hast drei Minuten. Liebe Freundinnen und Freunde, ich will es auch nicht lang machen, weil wir sind alle froh, wenn wir heute auch irgendwann nach Hause wieder kommen. Zwei Sachen wollte ich nochmal kurz aufgreifen. Thema ländlicher Raum. Hier müssen wir wirklich unsere Fahnen in den Wind heben. Wenn man guckt, die ländlichen Bezirke sind aktuell alle mit schwarzen Politikern besetzt und eigentlich ist das doch unser ureigenes Thema, unsere Wurzeln, aus der wir kommen, Naturschutz und Umwelt. Das ist uns ganz wichtig und ist mir wichtig, dafür stehe ich auch. Ein ganz anderer Punkt, der mir wichtig ist, den ich vorhin auch schon angesprochen habe, ist der Mittelstand, die Förderung. Ich finde, wir haben hier in Baden-Württemberg ein tolles Programm mit dem Landesprogramm Spitze, das auch in anderen Branchen und Bereichen dementsprechend auf den Bund umzusetzen. Das ist sicherlich auch eine Herausforderung, aber der Herausforderung sind wir Grüne sicherlich gewachsen. Ich danke für euer Vertrauen, hoffe auf eure Stimme und nachher euch eine gute Heimfahrt, egal wie es jetzt ausgeht. Danke. Vielen Dank, Markus. Dann kommt zur Vorstellung Martin Schmeding. Es ist deine dritte, daher bitte nur Kreisverband und Name. Danke. Liebe Freundinnen und Freunde, Martin Schmeding, Kreisverband Konstanz. Damit treten wir in den Wahlgang ein, um den Listenplatz 22. Ich sehe jetzt keine Mats, aber ich lese euch mal vor. Jawohl, danke. Ihr könnt stimmen mit der 1 für Enthaltung, mit der 2 für Nein, mit der 3 für Markus Rasp und mit der 4 für Martin Schmeding. Damit eröffne ich den Wahlgang. Gibt es bei irgendjemand technische Probleme? Das sehen wir nicht. Konnten alle ihre Stimmen abgeben? Davon gehe ich aus. Dann schließe ich diesen Wahlgang. 10 Sekunden. Uns liegt ein Ergebnis vor. Es wurden abgegebene Stimmen, waren insgesamt 176. Damit liegt das Quorum bei 89 Stimmen. 13 Personen haben sich enthalten, 9 haben mit Nein gestimmt. Auf Markus Rasp entfielen 91 Stimmen und auf Martin Schmeding 63 Stimmen. Damit hat Markus Rasp den Wahlgang gewonnen. Markus, nimmst du die Wahl an? Danke dir. Liebe Leute, bevor wir in den nächsten Wahlgang eintreten, noch mal der Hinweis und die Bitte. Wir müssen am Ende der Wahlversammlung die Gesamtliste abstimmen. Sollten wir dann nicht mehr beschlussfähig sein, treffen wir uns bald alle wieder, um das Ganze zu wiederholen. Wir bitten euch darum, dringend alle hier zu bleiben, bis dieser LDK ein gutes Ende nimmt. Dankeschön. Wir treten dann ein in den Wahlgang um Listenplatz Nummer 23. Hierfür liegt uns bisher eine Bewerbung vor. Das wäre Ingrid Höhnlinger. Gibt es weitere Bewerbungen? Sehe ich nicht. Ingrid, du hast dich bereits zweimal vorgestellt. Daher bitte einfach unter Name Kreisverband noch kurz in Erinnerung rufen. Danke. Ja, liebe Delegierte, mein Name ist Ingrid Höhnlinger. Ich bin Mitglied im Kreisverband Ludwigsburg und ich freue mich über eure Unterstützung. Danke. Applaus Vielen Dank. Damit treten wir hier in den Wahlgang um Platz 23 ein. Ihr könnt bei 1 mit Enthaltung 2 Nein oder 3 Ingrid Höhnlinger abstimmen. Ich eröffne hiermit den Wahlgang. Vielen Dank. Vielen Dank. Entschuldigung, wir schließen hier mit den Wahlgang. Habt ihr mal richtig Zeit gehabt zum entschieden wählen? Wir haben ein Ergebnis. Für Platz 23 abgegebene Stimmen insgesamt 189. Das Quorum liegt bei 95. Es haben sich zwölf Personen enthalten, 27 Nein-Stimmen. Auf Ingrid Höhnlinger entfallen 150 Stimmen. Ingrid Höhnlinger, nimmst du die Wahl an? Danke schön. Ja. 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 Wir treten dann ein in den Wahlgang für Listenplatz 24. Hier liegt uns bisher eine Bewerbung vor. Hier liegt uns bisher eine Bewerbung vor von Norbert Großklaus aus dem KV Ortenau. Gibt es weitere Bewerbungen? Das sehe ich nicht. Das sehe ich nicht. Wir haben uns auf den Modus geeinigt. Diejenigen, die das dritte Mal da sind, werden von uns vorgestellt. Also Norbert Großklaus KV Ortenau. Dann schließe ich die Bewerberliste. Wir kommen zum Wahlgang. Ihr könnt mit der 1 euch enthalten, mit der 2 eine Nein-Stimme abgeben, mit der 3 Norbert Großklaus wählen. Ich eröffne einen kurzen Wahlgang. Gibt es technische Probleme bei der Abstimmung? Nein. Sehen wir von hier oben nicht. Damit schließen wir den Wahlgang. Aber jetzt schließe ich die Bewerbung an. Hier haben wir sicher Geräusche. Wenn Sie mit der 1.2 Uhr mal bewerben, dann schließe ich mit der 1.2 Uhr über. Wenn Sie mit der 1.3 Uhr überhören, dann schließe ich die Bewerbung an, die Bewerbung an. Die Bewerbung an. Es liegt uns ein Ergebnis vor. Für Platz 24 abgegebene Stimmen insgesamt 161. Das Quorum lag bei 81 Stimmen. Es haben sich 15 Personen enthalten, 13 Nein-Stimmen. Auf Norbert Großklaus entfallen damit 133 Stimmen. Norbert, nimmst du die Wahl an? Danke. Eine kurze Minute, wir nehmen einen kurzen Präsidiumswechsel vor. Dann begrüßen wir euch auch heute noch mal vom zweiten Teil des Präsidiums. Wir kommen zu Platz 25 unserer Bundestagswahlliste. Es liegt uns eine Bewerbung von Stefanie Reinhold vor. Gibt es weitere Bewerbungen? Dies scheint nicht der Fall zu sein. Dann schließen wir die Bewerbungsliste hiermit. Stefanie, du hast dich schon zweimal vorgestellt. Wir würden in eurem Einverständnis das dabei belassen und gleich zum Wahlgang kommen. Gibt keinen Widerstand, sehe ich. Dann kommen wir hier mit zum Wahlgang. Ihr seht eingeblendet. Die 1 erneut für Enthaltung, 2 für Nein und 3 für Stefanie Reinhold. Ich eröffne den Wahlgang. Gibt es irgendwo technische Probleme? Scheint mir nicht der Fall zu sein? Hatten schon alle die Möglichkeit, abzustimmen? Das scheint mir der Fall zu sein. Dann schließe ich den Wahlgang hiermit. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir haben ein Ergebnis. Wir haben ein Ergebnis, abgegebene Stimmen 154, damit liegt das Quorum bei 78 Stimmen, Enthaltung 10, Nein-Stimmen 7, auf Stefanie Reinhold entfielen 137 Stimmen. Stefanie, damit wärst du mit 89% auf die Bundestagsliste gewählt. Nimmst du diese Wahl an? Ja, super, dank dir. Vielen Dank. Ihr habt erneut 1 Enthaltung, 2 Nein, 3 unseren Kandidaten Manuel Hummel. Ich eröffne den Wahlgang. Gibt es technische Probleme? Nein? Hattet ihr alle die Möglichkeit abzustimmen? Ja, dann schließen wir den Wahlgang. Gibt es technische Probleme? Ja. 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 Wir haben ein Ergebnis, das uns vorliegt, abgegebene Stimmen 167, das Quorum liegt somit bei 84 Stimmen, Enthaltungen 0, Nein-Stimmen 5, somit in vielen 162 Stimmen auf Manuel Hummel. Manuel, mit einem Ergebnis von 97% nimmst du die Wahl an. Wunderbar, damit haben wir einen Platz 26 auf unserer Landesliste. Wir kommen sofort im Anschluss zum Platz 27 der Landesliste. Uns liegt die Bewerbung vor von Katrin Lechler. Gibt es weitere Bewerbungen? Dies scheint mir nicht der Fall zu sein. Damit schließen wir die Bewerbungsliste und kommen auch hier umgehend zum Wahlgang. Ihr habt die Möglichkeit, mit der 1 die Enthaltung, mit der 2 die Nein und mit der 3 unsere Kandidatin Katrin. Bitte stimmt nun ab. Ich eröffne den Wahlgang. Hat irgendjemand technische Probleme? Scheint mir nicht der Fall zu sein. Ihr hattet auch alle die Möglichkeit, abzustimmen. Dann schließen wir damit den Wahlgang. Ich eröffne den Wahlgang. Dann liegt uns bereits für Platz 27 ein Ergebnis vor. Abgegebene Stimmen 156. Quorum liegt somit bei 79 Stimmen. Enthaltungen 4. Nein, Stimmen 3. Auf Katrin empfehlen 149 Stimmen. Katrin, nimmst du die Wahl an? Ja, prima. Wir haben auch einen Platz 27 unserer Landesliste. Wir kommen auch hier sofort wieder im Anschluss zum Platz 28 der Landesliste. Uns liegt vor, Ulrich Trescher. Als Bewerbung gibt es weitere Bewerbungen. Dies scheint nicht der Fall zu sein. Dann schließen wir die Bewerbungsliste hiermit. Auch Ulrich hat sich uns bereits vorgestellt. Und wir würden auch hier wiederum sofort zum Wahlgang schreiten. Der wird eingeblendet. Die 1, die Enthaltung. Zwei Nein. Und auf der 3 wählt ihr Ulrich. Ich eröffne den Wahlgang. Auch wenn ich mich anhöre wie eine gesprungene Schallplatte. Technische Probleme. Da hinten gibt es technische Probleme oder einen GO-Antrag. Oder was sind die Hände in der Luft? Technisch. Ich eröffne die Hände in die Hände in die Hände in die Hände in die Hände. Die Probleme sind behoben. Sonst hattet ihr alle die Möglichkeit abzustimmen. War ja ein bisschen länger diesmal. Dann schließen wir die Abstimmung. Dankeschön. Dankeschön. Wir haben ein Ergebnis zu Platz 28. Abgegebene Stimmen 175, Quorum bei 88 Stimmen, Enthaltungen 12, Nein-Stimmen 11, auf Ulrich empfiehlen 152 Stimmen. Ulrich? Applaus Ah, da bist du. Ja, super, dank dir. Dann haben wir mit Ulrich Drescher einen Platz 28 unserer Landesliste. Wir kommen zum Platz 29. Uns liegt eine Bewerbung vor, Michaela Schaub. Michaela konnte sich uns noch nicht vorstellen und wir würden Michaela darum bitten, sich vorzustellen, du hast sieben Minuten. Nicht, dass alles so rhythmisch und immer gleich kommt. Würdest du schnell ein bisschen runterkommen? Wir verstehen dich nicht. Okay, prima. Michaela verzichtet auf die Vorstellung. Applaus Ihr findet die Unterlagen auch noch einmal unter btw20. Falls es euch noch mal näher interessiert, kommen wir dennoch jetzt sofort zur Abstimmung. Ihr könnt, auch wenn es noch nicht eingeblendet ist, wie auch die letzten Male, eins Enthaltungen, zwei Nein und unter der drei die Michaela. Die Abstimmung ist eröffnet. Vielen Dank. Vielen Dank. Hattet ihr alle die Möglichkeit? Ja, dann schließen wir die Abstimmung. Vielen Dank. Vielen Dank. Auch zu Platz 29 liegt ein Ergebnis. Abgegebene Stimmen 163, Quorum bei 82, Enthaltungen 21, Nein, Stimmen 17, auf Michaela empfehlen 125 Stimmen. Michaela, du bist somit zu Platz 29 gewählt. Nimmst du die Wahl an? Ja, prima. Dann schiebe ich noch mal ganz schnell die Erinnerung ein. Bitte bleibt hier. Unsere Televoter-Abstimmungen sind nicht unsere endgültige Abstimmung. Es erfolgt eine schriftliche Abstimmung über die Komplettliste am Ende dieser Wahlversammlung. Also bitte bleibt hier. Unsere Quoren springen so ein bisschen hoch und runter. Nicht den Saal oder nicht die Veranstaltung verlassen, bitte. Wir beeilen uns auch und kommen zu Platz 30 der Landesliste. Uns liegt vor die Bewerbung von Andreas Kubisch. Andreas, du hattest bereits die Möglichkeit, dich einmal vorzustellen. Du hättest die Möglichkeit, dich noch drei Minuten vorzustellen. So wie ich das sehe, verzichtest du auf diese Möglichkeit. Wir danken es dir und würden gleich in den Wahlgang eintreten. Ich eröffne den Wahlgang. Ihr könnt erneut mit eins die Enthaltung, mit zwei die Nein und mit drei für Andreas. Ich schließe die. Hatten alle die Möglichkeit, abzu... Ja, dann schließe ich den Wahlgang. Vielen Dank. Für Platz 30 liegt uns ein Ergebnis vor. 161 abgegebene Stimmen, Quorum bei 81. Enthaltungen gab es 14. Nein, Stimmen 10. Andreas, du hast 137 Stimmen erhalten und wärst somit unser Platz 30 auf der Bundestagsliste. Nimmst du diese Wahl an? Wunderbar, wir haben auch einen Platz 30 unserer Liste. Dann kommen wir zum Platz 31. Anja Reinalter, irgendwann muss man sich in den Namen versprechen, liegt uns als Bewerbung vor. Gibt es weitere Bewerbungen? Dies scheint nicht der Fall zu sein. Dann schließen wir somit die Bewerbungsmöglichkeit. Anja, du hast dich bei Platz 21 vorgestellt. Möchtest du deine drei Minuten in Anspruch nehmen? Nein. Prima, du bist hinter dem Redepult. Nein. Auch hier danken wir für den Verzicht auf die drei Minuten und kommen sofort zum Wahlgang. Ich eröffne den Wahlgang. Mit eins stimmt ihr für eine Enthaltung, mit zwei nein und mit drei für Anja. Gibt es irgendwo technische Probleme? Hattet ihr alle die Möglichkeit abzustimmen? Dann schließen wir somit den Wahlgang. Das Ergebnis für Platz 31 liegt vor. Aus technischen Problemen kann ich jetzt euch nicht sagen, wie viele Stimmen und wie viel Quorum. Das wird bei der Einblendung gleich erscheinen. Enthaltungen gab es fünf, nein Stimmen drei und auf Anja empfiehlen 152 Stimmen. Anja, ich klicke mal so übers Redepult. Nimmst du die Wahl an? Ja, perfekt. Dann haben wir mit Anja einen Platz 31 unserer Landesliste und kommen zu Platz 32. Volker Götz liegt uns als Bewerbung vor. Gibt es weitere Kandidaten oder Kandidatinnen? Dies scheint nicht der Fall zu sein. Dann schließen wir die Möglichkeit, sich zu bewerben. Volker, du hattest dich einmal bei uns vorgestellt. Du hättest drei Minuten, dich erneut in Erinnerung zu rufen. Möchtest du diese wahrnehmen? Nein? Dann danken wir auch dir für die Verkürzung unserer Zeit und eröffnen den Wahlgang. Mit eins die Enthaltung, mit zwei nein und mit drei stimmt ihr Verfolger. Hat irgendjemand technische Probleme? Alle konnten ihre Stimme abgeben? Dann schließen wir damit den Wahlgang. Dann schließen wir den Wahlgang. Auch das Ergebnis für Platz 32 liegt uns nun vor. Abgegebene Stimmen 163. Quorum liegt somit bei 82 Stimmen. Enthaltungen 9. Nein 11 Stimmen. Und auf Volker empfiehlen 143 Stimmen. Volker, nimmst du die Wahl zum Platz 32 der Landesliste an? Ja, wunderbar. Wir kommen zu Platz 33 der Landesliste. Uns liegt eine Bewerbung vor von Leonie Wolf. Gibt es weitere Bewerberinnen? Dies scheint nicht der Fall zu sein. Leonie, du hast dich bei uns noch nicht vorgestellt. Und ich bitte dich ans Redepult. Hallo ihr Lieben. Mein Name ist Leonie Wolf. Das Wichtigste ganz kurz zu mir. Ich bin 22 Jahre alt. Ich bin seit anderthalb Jahren Landessprecherin der Grünen Jugend Baden-Württemberg. Und nebenher studiere ich manchmal noch ein bisschen Mathematik. Außerdem bin ich aktives Mitglied der IG Metall Karlsruhe. Ich möchte noch gar nicht lang reden. Ich möchte nur eine Sache noch sagen. Das ist grandios, dass wir jetzt mit Marcel und Tobi gleich zwei Menschen aus der GYBW unter den ersten 20 auf der Liste haben. Aber ihr Lieben, zum Gesamtbild gehört auch, dass unter den ersten 20 keine junge Frau unter 30 Jahren ist. Das ist ein bisschen schade. Das zeigt uns noch mal, dass Frauenförderung eine kontinuierliche Aufgabe sein muss. Und ich möchte noch mal dafür plädieren, dass... Gerade wenn ich an die nächste Kommunalwahl oder an die Landtagswahl oder auch an die nächste Bundestagswahl denke, dann müssen wir jetzt schon anfangen, junge, motivierte Frauen zu finden und die aufzubauen, weil wir dürfen nicht erst zwei Tage vor der nächsten Wahl wieder an die Frauenförderung denken. Danke. Vielen Dank, Leonie. Uns liegen auch keine Fragen vor. Somit würden wir auch in diesem Fall zum Wahlgang schreiten. Ihr könnt... Max von der Technik... Einmal bitte switchen. Dann sehen wir auch, dass wir wählen können. Oder was wir wählen können. Jetzt, perfekt. Ich eröffne den Wahlgang. Ihr könnt auch bei diesem Wahlgang mit der 1 für eine Enthaltung stimmen, mit der 2 die Nein und mit der 3 wählt ihr die Leonie. Ihr hattet alle die Möglichkeit, eure Stimme abzugeben? Dann schließe ich hier mit den Wahlgang. Dann schließe ich hier mit den Wahlgang. Mit dem Televoter geht es schnell und auch das Ergebnis für den Platz 33 ist vorliegend. 174 abgegebenen Stimmen, Quorum liegt somit bei 88 Stimmen, Enthaltungen 5, Nein-Stimmen 19, 150 Stimmen empfehlen auf Leonie. Leonie, du bist somit gewählt auf Platz 33. Nimmst du die Wahl an? Leonie ist somit unsere Kandidatin auf Platz 33 der Landesliste und wir kommen sofort im Anschluss zum Platz 34 der Landesliste. Uns liegt die Bewerbung vor von Martin Schmeding. Gibt es weitere Bewerbungen? Dies scheint nicht der Fall zu sein. Dann schließen wir die Möglichkeit, sich zu bewerben. Martin, du hattest dich bereits zweimal vorgestellt. Wir würden daher sofort auch hier in den Wahlgang eintreten. Ich eröffne den Wahlgang, indem ihr mit der 1 die Enthaltung wählt, mit 2 Nein und mit 3 Martin. Gibt es irgendwo technische Probleme? Scheint nicht der Fall zu sein. Ihr konntet auch alle abgeben. Dann würde ich den Wahlgang hiermit schließen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Martin, möchtest du somit unser Kandidat für Platz 34 sein und die Wahl annehmen? Wunderbar. Und wir kommen gleich im Anschluss zum Platz 35. Auf Platz 35 liegt uns eine Bewerbung vor von Ella Müller. Gibt es weitere Bewerbungen? Dies scheint nicht der Fall zu sein und wir beenden die Möglichkeit, sich zu bewerben. Ella, du hattest in dieser Wahl noch nicht die Möglichkeit, dich vorzustellen. Dann möchtest du deine sieben Minuten nutzen? Nein? Dann danken wir dir für den Verzicht auf die sieben Minuten und die drei Frage-Minuten und wir kommen zum Wahlgang. Ich eröffne auch den Wahlgang um den Platz 35. Ihr könnt mit der 1 eine Enthaltung abgeben, 2 ist eine Nein-Stimme und mit der 3 wählt ihr die Ella. Gibt es irgendwo technische Probleme? Dann konntet ihr wahrscheinlich auch alle eure Stimme abgeben und wir schließen den Wahlgang. Es tut mir leid. Ich habe den Wahlgang schon geschlossen und leider auch schon das Ergebnis vorliegen oder positiverweise schon das Ergebnis vorliegen für Platz 35. Wir haben 168 abgegebene Stimmen. Das Quorum liegt somit bei 85 Stimmen. Enthaltungen gab es 15, Nein-Stimmen 12 und auf Ella entfielen 141 Stimmen. Ella, nimmst du diese Wahl zu Platz 35 der Landesliste an? Ja, wunderschön. Gut, dann kommen wir zu Platz 36 der Landesliste. Uns liegt vor, eine Bewerbung von Markus Böhlen. Und dann gibt es weitere Bewerbungen. Dies scheint nicht der Fall zu sein. Dann endet hiermit die Bewerbungsmöglichkeit. Markus, du hattest dich einmal bei uns vorgestellt und hättest jetzt die Möglichkeit, dich noch weitere drei Minuten vorzustellen. Möchte ich? Du verzichtest darauf? Gut, wir danken dir und kommen auch hier zum Wahlgang. Ich eröffne den Wahlgang um Platz 36 mit 1 eine Enthaltung, mit 2 eine Nein-Stimme und mit der 3 wählt ihr Markus. Gibt es technische Probleme? Haben sich die technischen Probleme von eben gelöst? Okay. Hatte somit jeder die Möglichkeit, seine Stimme oder ihre Stimme abzugeben? Das scheint der Fall zu sein und ich schließe den Wahlgang. Okay. 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 Das Ergebnis für Platz 36 liegt vor 169 abgegebene Stimmen. Das Quorum liegt somit bei 85 Stimmen. Enthaltungen gab es 11, Nein-Stimmen 7. Auf Markus entfielen 151 Stimmen. Markus, nimmst du diese Wahl zu Platz 36 der Landesliste an? Ja? Dann kommen wir zu Platz 37 der Landesliste. Uns liegt eine Bewerbung vor von Monika Barz. Gibt es weitere Bewerbungen? Dies scheint nicht der Fall zu sein. Dann ist die Möglichkeit, sich zu bewerben, hiermit beendet. Monika, du hattest noch nicht die Möglichkeit, dich bei uns vorzustellen. Möchtest du dies nutzen? Nein? Dann danken wir dir für den Verzicht auf die Vorstellungsrede und kommen auch hier zum Wahlgang. Ich eröffne den Wahlgang. Ihr stimmt mit der 1 für eine Enthaltung, mit der 2 habt ihr eine Nein-Stimme abgegeben und mit der 3 stimmt ihr für die Monika. Gibt es bei irgendjemanden technische Probleme? Das scheint nicht der Fall zu sein. Wenn auch jeder die Möglichkeit hatte, die Stimme abzugeben, schließe ich den Wahlgang. Das ist ein paar Minuten. Das Ergebnis für Platz 37. Abgegebene Stimmen insgesamt 166. Das Quorum liegt bei 84 Stimmen. Enthaltungen gab es sieben. Nein-Stimmen gab es ebenfalls sieben. Auf Monika entfielen 152 Stimmen. Monika, nimmst du diese Wahl zu Platz 37 an? Ja? Dann kommen wir zu Platz 38. Wir haben nicht mehr so viel vor uns. Uns liegt vor, die Bewerbung von Hubert Nowak, gibt es weitere Bewerbungen? Dies scheint nicht der Fall zu sein. Wir schließen die Möglichkeit, sich zu bewerben. Und da Hubert, du hast dich bereits zweimal vorgestellt, daher kommen wir direkt zum Wahlgang. Ich eröffne den Wahlgang um Platz 38. Mit 1 gebt ihr eine Enthaltung ab, mit 2 eine Nein-Stimme und mit 3 wählt ihr Hubert. Gibt es irgendwo technische Probleme? Das scheint nicht der Fall zu sein. Somit schließen wir den Wahlgang. 1. 2. 2. 3. 1. Platz 38. Es gab 170 abgegebene Stimmen. Das Quorum liegt somit bei 86. Enthaltungen gab es 8 Nein-Stimmen, 7 155 Stimmen fielen auf Hubert. Hubert, nimmst du diese Wahl an? Dann haben wir auch einen Platz 38 und kommen zum Platz 39. Der Platz 39 und 40, den wir vorher mit dem Geschäftsordnungsantrag zurückgeholt haben und auf 40 Plätze erweitert haben, nur falls es Unklarheiten bei euch in der Versammlung gibt, wird jetzt gewählt. Uns liegt eine Bewerbung vor von Nele Schönau. Gibt es weitere Bewerbungen? Dies scheint nicht der Fall zu sein. Somit schließen wir die Bewerbungsmöglichkeit. Nele, du hast dich bei uns noch nicht vorgestellt. Möchtest du kurz zu einer Vorstellung ans Redepult kommen? Liebe Freundinnen und Freunde, ein Gesicht zum Platz. Mein Name ist Nele Schönau. Ich bin 37 Jahre alt, wohne mit meinem Mann und zwei Kindern in Tübingen. Ich bin seit fast 20 Jahren Mitglied bei Bündnis 90 den Grünen und fast ebenso lange für grüne Politik ehrenamtlich und mittlerweile auch beruflich aktiv. Meine Themen sind Familie, Europa und Verkehr und jetzt mache ich es ganz kurz. Ich freue mich über euer Vertrauen. Danke. Nele, wir danken dir vielmals für deine knappen 30 Sekunden. Sehr effiziente Redezeit. Wir kommen zur Abstimmung des Platz 39. Ich eröffne den Wahlgang. Mit der 1 eine Enthaltung, zwei Nein und mit der 3 die Nele. Gibt es irgendwo technische Probleme? Scheint mir nicht der Fall zu sein, dann schließe ich den Wahlgang. Winkbele das Wort.. Entschuldigung. Das Ergebnis für Platz 39 liegt uns vor. Es sind abgegebene Stimmen 171, das Forum liegt somit bei 86 Stimmen. Enthaltungen gab es 5, nein, Stimmen 3. Auf Nele entfielen 163 Stimmen. Nele nimmt die Wahl zum Bundestagslistenplatz 39 an. Und wir kommen zur Abstimmung um den Listenplatz 40. Einer noch. Vorliegen tut eine Bewerbung von Erwin Feucht. Gibt es weitere Bewerbungen? Dies scheint nicht der Fall zu sein. Dann schließen wir die Bewerbungsmöglichkeit für die Bundestagswahlliste endgültig. Erwin hat sich bereits zweimal vorgestellt. Und wir treten daher sofort in die Wahl um Platz 40 ein. Ich eröffne den Wahlgang und ihr könnt ein letztes Mal per Televoter mit der 1 euch enthalten, mit der 2 eine Nein-Stimme abgeben und mit der 3 Erwin wählen. Gibt es irgendwo technische Probleme? Dann schließe ich hiermit das letzte Mal das Televoting. Okay. Stopp! Stopp! Ich habe Herrn Schlipp, ich möchte alle beiden einen Böden anschauen. Vielen Dank. Bei Platz 40 hatten wir 179 abgegebene Stimmen. Das Quorum lag hiermit bei 90 Stimmen. Enthaltungen gab es 15, Nein-Stimmen 11 und auf Erwin entfielen 153 Stimmen. Applaus Erwin, nimmst du diese Wahl an? Applaus Erwin, sagst du es noch mal ein bisschen lauter? Ich habe dich nicht... Ja, okay, direkt hinter dem Redepunkt. Erwin, mit dir haben wir Platz 40 gewählt und somit per Televoting unsere Bundestagsliste zusammengestellt. Und ich denke, das wäre mal einen großen Applaus wert. Alexander erklärt euch jetzt das weitere Wahlverfahren zur schriftlichen Abstimmung. Liebe Delegierte, es ist ganz wichtig, dass ihr jetzt trotzdem noch im Saal bleibt, weil die Schlussabstimmung erst die Gültigkeit unseres ganzen Verfahrens bisher bestätigt. Es wird eine schriftliche Er braucht auch nicht. Es wird nicht um euch sprechen. Das Wahlverfahren, wer keine Ahnung zeigt, nach der Probe wird aufgestellt. Meinungsbild, die Frage bitte ich jetzt auch. Meinungsbild. Ja, viele Leute werden... ...Wir werden... ...Wir werden... ...Wir werden... ...Wir werden... Vielen Dank. 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 Also... ... 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 Bitte gebt euch nochmal klar zu erkennen, wenn es euch noch nicht möglich war, eure Stimme abzugeben. Bitte zeigt nochmal an, ob ihr alle die Möglichkeit hattet, eure Stimme abzugeben. Gibt es noch abzugebende Stimmen? Dies scheint mir nicht... Doch, okay. Gibt es noch abzugebende Stimmen bzw. sind alle im Saal? Falls noch nicht alle im Saal sein sollten, bitten wir schleunigst darum, nochmal in den Saal zurückzukehren. Scheint aber nicht der Fall zu sein, dass links oder rechts von euren Plätzen noch jemand fehlt und es scheinen auch alle Stimmen abgegeben zu sein. Dann schließen wir hiermit diesen Wahlgang. Bitte bleibt jetzt während der Auszählung im Saal. Wir unterbrechen jetzt auch die Wahlversammlung zur Bundestagswahl und unterbrechen die hier mit offiziell und kommen zurück zur LDK. Der Alexander wird euch weiter informieren. So, liebe Delegierte, wir haben jetzt noch laut Tagesordnung die Tagesordnungspunkte Wahl der Delegierten zum EGP-Kongress und den Tagesordnungspunkt V-Anträge. Wie wir schon vorhin klargemacht haben, haben wir vorhin nur ein Meinungsbild erhoben, um die Stimmung im Saal festzustellen hinsichtlich der weiteren Behandlung dieser Tagesordnungspunkte. Das waren keine formalen Beschlüsse. Beim EGP-Kongress war aus unserer Perspektive, also das, was wir sehen konnten, das Meinungsbild für eine Delegation der Wahl der Delegierten für den EGP relativ deutlich. Ich weise aber explizit darauf hin, dass wir in der Satzung eine Regelung haben, dass und zwar unter Römisch 2 erstens die Delegierten zum Kongress der Europäischen Grünen Partei durch die Landesdelegiertenkonferenz gewählt werden. Selbstverständlich steht euch aber, wie bei allen Beschlusssachen der Landesdelegiertenkonferenz, ein Delegationsrecht zu und mit diesen Informationen, die ich euch jetzt gegeben habe, über den eigentlichen Satzungsinhalt und dem Delegationsrecht, möchten wir jetzt eine formale Abstimmung zum Verfahren machen. Wer dafür ist, die Delegation zum EGP an den Landesvorstand zu delegieren, den bitte ich jetzt um das... So, da ist ein Antrag zur Geschäftsordnung. Okay. So. Dann lassen wir selbstverständlich, Geschäftsordnungsanträge sind Einbringung und Gegenrede, sofort zu befassen. Die Einbringung habe ich sozusagen von Seiten des Präsidiums gemacht oder besteht da der... Dann gibt es die Möglichkeit zur Gegenrede. Möchte die gehalten werden oder ist die formal? Formal? Nein, nicht formal, sonst kann ich sie mal etwas einstellen. Da ist die Meldung für die Gegenrede. Dann bitte ich Aljoscha Löffler von KV Karlsruhe nach vorne. Also, es gab jetzt nochmal den Hinweis, die zwei Varianten, die es jetzt gibt, ist fortzufahren, wie in der Tagesordnung vorgesehen, die Delegation der Delegierten zum EGP-Kongress durch die Landesdelegiertenkonferenz. Und die andere Alternative ist die Delegation dieser Aufgabe auf den Landesvorstand. Und jetzt gibt es die Gegenrede zum Verfahren. Also, ich bin der Meinung, dass wir die Delegation zum EGP nicht in den Landesvorstand verschieben sollten, da wir einerseits eben dieses Recht der Mitgliederversammlung bzw. der Delegiertenkonferenz nicht aufgeben sollten. Und wir haben mehr Kandidaturen als Plätze für die EGP-Delegationen nach den Unterlagen der Versendung und Tischvorlage. Und es gibt auch Menschen aus dem Landesvorstand, die darauf kandidieren. Das ist jetzt kein persönlicher Grund, aber ich finde das formal keine schöne Lösung und würde deswegen sehr gerne für die Delegation hier bei der Delegiertenversammlung belassen. So, dann kommen wir jetzt zur Abstimmung über diese beiden Alternativen des Verfahrens. Und wer dafür ist, die... Entschuldigung. Okay, ich weise nochmal darauf hin, gerade, dass es... Okay, also, wir stimmen zuerst ab, weil das war ja jetzt unser Vorschlag, Wer für die Alternative ist, das Delegationsrecht für den EGP-Kongress an den Landesvorstand zu verweisen, den bitte ich um das Kartenzeichen. Vielen Dank. Wer für die Alternative ist, wie vorgesehen in der Tagesordnung vorzugehen und die Delegation durch das, durch die Landesdelegiertenkonferenz zu machen. Das müssen wir zählen. Also, ich habe gerade... Leider Gottes ist die Betreuung des Televoting-Systems gerade nicht... Ah, jetzt ist sie wieder da. ...all ist da. Okay. So, ich möchte jetzt eine konkrete Ansage, ob der Landesvorstand weiter diese Alternativabstimmung aufrecht erhalten will, ich sehe gerade vom Olli, nein. Dementsprechend gilt, was in der Tagesordnung beschlossen ist, wir wählen als LDK entsprechend auch den Urgedanken der Satzung, das jetzt durch dieses Gremium. Dann kommen wir ganz normal zum Top-Walter-Delegierten. Zum Europäischen Grünen-Parteikongress. Es bestand der Wunsch, kurz nochmal zu sagen, als Information zum EGP-Kongress, dass es sich dabei um den Parteitag der Europäischen Grünen handelt, mit über 700 Delegierten aus 35 grünen Parteien in Europa, die vom 30. März bis 2. April 2017 in Liverpool zusammenkommen, dass die deutsche Delegation 70 Personen umfasst und wir davon 6 entsenden dürfen. Wir schlagen euch vor, das entsprechend dann auch in einem Frauenwahlgang und einem offenen Wahlgang zu wählen. Die Redezeit für die Kandidierenden beträgt drei Minuten. Eine Fragerunde ist nicht vorgesehen. Die Abstimmung würde mit den Televotern erfolgen. Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung über das Verfahren mit Stimmkarte, jetzt den Verfahrensvorschlag. Wer dafür ist, dieses Verfahren anzuwenden, den bitte ich um das Kartenzeichen. Wunderbar. Die Gegenprobe. Wer ist gegen diesen Verfahrensvorschlag? Weniger. Enthaltungen? Sehe ich einer. Zwei. Also auch wenige. Damit ist dieser Verfahrensvorschlag angenommen. Da wir jetzt das Signal bekommen haben, dass einige die Televoter schon zurückgebracht haben, würden wir diese Personen, die die Televoter bereits am Ausgang abgegeben haben, darum bitten, die Televoter wieder zu sich zu holen. Wenn wir diese Abstimmung schriftlich machen, brauchen wir sehr viel länger. Also bitte einfach die Televoter wieder zurück abholen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zu der Vorstellung in alphabetischer Reihenfolge. Wir haben bisher vorliegen die Bewerbungen von Vanessa Kahn, Kathrin Kern, Sophie Dittes und Christina Gredus. Gibt es weitere Bewerberinnen? Sehe ich nicht. Damit ist die Bewerberinnenliste geschlossen. Und wir kommen jetzt zur Vorstellung als erstes Vanessa Kahn. Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, 2016 war kein gutes Jahr für uns Demokratinnen und Demokraten. Populismus und Nationalismus finden mehr denn je Gehör und haben nicht nur Einzug in die Köpfe der Menschen, sondern auch zu großen Zahlen in europäische Parlamente gefunden. Erst kam der Brexit und dann auch noch Trump. Und trotzdem, nein, eigentlich gerade deshalb braucht es uns Grüne heute mehr denn je. Globalisierung und die europäische Integration haben viele Menschen zurückgelassen und zu Verlierern gemacht. Profitiert haben vor allem Banken und die Industrie. Lasst uns diese Kritik nicht den Rechten überlassen. In einer globalisierten Welt können europäische Staaten im Alleingang wenig bewirken. Wir brauchen die EU, heute, mehr denn je. Aber wir brauchen ein anderes Europa, ein demokratisches Europa, ein sozialeres Europa. Viele grüne Themen lassen sich nur global denken. Der Klimawandel macht von nationalen Grenzen keinen Halt. Soziale Gerechtigkeit lässt sich nur dann wirklich bekämpfen, wenn wir dem Nord-Süd-Gefälle entgegenwirken. Als eine der wirtschaftsstärksten Regionen in der EU haben wir in Baden-Württemberg eine besondere Verantwortung bei der Gestaltung unserer Politik, globale Auswirkungen mitzudenken. Auf dem Kongress des IGP möchte ich eine grüne Politik der globalen Verantwortung weiter fördern. Grüne Parteien gibt es mittlerweile in 90 Ländern der Welt. Wir sind eine wachsende Bewegung, die immer mehr an Bedeutung bekommt. Ich möchte den Kongress nutzen, um grüne Themen effektiv voranzutreiben. Lasst uns gemeinsam überlegen, wie Demokratie wieder funktionieren kann. Lasst uns den Austausch nutzen, um gegenseitig von unseren Erfolgen zu lernen. Der uruguayische Journalist und Schriftsteller Eduardo Galeano sagte einst, eine Utopie ist wie der Horizont. Im selben Maße, wie man sich ihm nähert, weicht er zurück und bleibt unerreichbar. Aber aus einem ganz bestimmten Grund, damit wir gehen. In diesem Sinne, lasst uns Visionäre sein und weiter global denken und lokal handeln. Mein Name ist Vanessa Ken, ich bin Sprecherin der LAG Europa und würde mich freuen, euch beim Kongress der Global und European Greens vertreten zu können. Vielen Dank. Vielen Dank Vanessa. Die nächste Vorstellungsmöglichkeit hat Sophie Dittes. Liebe Freundinnen und Freunde, ich bin Sophia Dittes aus dem Kreisverband Freiburg. Und ich möchte mich auf dieser LDK als Delegierte für Baden-Württemberg für den Global and European Congress in Liverpool 2017 bewerben. Da sicherlich nicht alle von euch meine Bewerbungen lesen konnten, möchte ich ganz kurz ein paar Worte zu mir und meiner Motivation sagen. Ich wurde 1988 geboren, ein Jahr bevor die Mauer in Berlin fiel. Seitdem habe ich erlebt, wie Europa und die Europäische Union immer mehr zusammengewachsen sind. Es gibt offene Grenzen, eine gemeinsame Währung und Freizügigkeit in allen 28 EU-Ländern. Diese Voraussetzungen machen das Zusammenleben in EU-Europa einfacher und unkomplizierter. Doch seit einigen Jahren lässt sich trotz dieser positiven Entwicklung eine Kehrtwende in die andere Richtung beobachten. Meine Vorrednerinnen heute und gestern haben dazu bereits ausführlich geredet. Das Brexit-Votum im Juni diesen Jahres sowie vor fast zwei Wochen die Wahl des rechten Demagogen Donald Trump zum nächsten US-Präsidenten stellen hier nun die sichtbare Spitze des Eisberges hin zu verstärkten nationalistischen Tendenzen dar. Ich wünsche mir, dass auch die uns nachfolgenden Generationen in einer Welt von Frieden und Demokratie leben können. Deshalb sehe ich jetzt und heute eine Handlungsverantwortung und aus diesem Grund möchte ich auf dem Kongress der Europäischen Grünen Partei die Grünen Baden-Württembergs auf einem Frauenplatz vertreten. Ein grünes Europa bietet auch in den kommenden Jahren große Chancen, um gemeinsame Werte wie Freiheit, Nächstenliebe, Antirassismus, Antisexismus, Toleranz und gesellschaftliches Miteinander zu feiern, zu erhalten und zu stärken. Soziale Ausgrenzung, Jugendarbeitslosigkeit und ein ungebändigter Klimawandel dürfen nicht einfach hingenommen und zur Gefahr für unsere Demokratien werden. Wir brauchen zum Schutz von Klimafreiheit und Menschenrechten verbindliche Abkommen und internationale Strukturen. Um mich gemeinsam mit über 700 anderen Delegierten aus über 35 europäischen, grünen Parteien zu gemeinsamen Werten auszutauschen und gemeinsam dafür einzustehen, bewerbe ich mich heute und hiermit als Delegierte für den EGP 2017 in Liverpool. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir eure Stimme gebt. Dankeschön. Vielen Dank, Sophia. Als Nächstes hat die Möglichkeit zur Vorstellung Christina Grendus. So, guten Abend, äh, guten Abend, guten Tag, liebe grüne Freundinnen und Freunde. Kurz zu meinen Beweggründen, warum ich mich bewerbe. Erstens möchte ich gern hier, dass ihr eine Auswahl an Kandidaten habt und durch meine Kandidatur wird die Auswahl vergrößert. Kurz zu mir, äh, meine Muttersprache ist Polnisch. Geboren bin ich in Krakau, was europäische Hauptstadt, äh, Kulturhauptstadt seinerzeit war. Hab dort Germanistik studiert, hab einen Thüringer geheiratet, mit dem ich zwei Kinder habe. Inzwischen bin ich zweifache Großmutter seit gestern. Applaus Ich freue mich riesig übrigens darüber. Über Ungarn sind wir 1989 mit unseren zwei damals noch minderjährigen Kindern nach Baden-Württemberg gekommen. Und seit 1994 bin ich Mitglied bei den Grünen. Applaus So, meine Gründe hier, warum ich wichtig finde hier, dass ihr mich da hier zu dem Kongress schickt. Einmal hier ist die Energiewende hier in den europäischen Ländern immer noch fraglich. Dabei meine ich natürlich sehr intensiv hier Osteuropa. Es ist kein Kohle, Ausstieg aus der Kohle sichtbar. Der beabsichtigte Bau von Atomkraftwerken in Polen, in Litauen ist noch lange nicht vom Tisch. Zweitens, die Demokratie und Menschenrechte sind in Gefahr in den Ostländern. Die Pressefreiheit ist bedroht, die Meinungsfreiheit und vor allem die Frauenrechte. Ich erinnere euch an die schwarzen Märsche in Polen hier. Auch das Thema ist immer noch nicht erledigt. Die Frauen in Polen hier werden zurück ins Mittelalter gestoßen. Und drittens, seit vielen Jahren bin ich mit den polnischen Grünen in Kontakt und konnte dadurch wirksame Verbesserungen herbeiführen. Ich unterstütze sie bei der Durchsetzung der Frauenrechte und bei dem Kampf gegen die Atomkraft. Nur ganz kurz wollte ich sagen hier, die gelbe Lampe leuchtet nämlich schon hier. Tatsächlich bei den europäischen Grünen sind ja 36 grüne Parteien aus 33 Ländern vereinigt. Aber hier in dem Europäischen Parlament sitzen nur aus 17 Ländern die Grünen hier. Das heißt, ich möchte, wobei wir 28 Staaten haben in der Europäischen Union. Ich möchte dadurch ja durch meinen Einsatz und die weiteren Kontakte zu den osteuropäischen Grünen ja Einfluss darauf nehmen, dass wir mehr Grüne in dem Europäischen Parlament haben und eine starke grüne Stimme in Europa bekommen. Danke. Vielen Dank, Christina. Zuletzt hat die Möglichkeit zur Vorstellung Kathrin Kern. Let's talk about Europe again. Lasst uns zusammenwachsen ist heute unser Spruch über das Wochenende, unser Leitfaden für das Wochenende. Das ist genauso wichtig für Europa, dass wir zusammenwachsen. Wir können nicht mehr in die Kleinstaaterei zurück. Da gibt's kein Zurück mehr. Wir sind in einer vernetzten Welt und wir müssen uns auch in Europa besser vernetzen. Die Grünen müssen sich auch in Europa besser vernetzen. Wir müssen nach Wegen schauen, wie weg von dem Populismus kommen. Und wir müssen natürlich ganz wichtige Themen ansprechen, Klimawandel, Flüchtlinge. Es gibt eine ganze Reihe von Sachen, die wir gemeinsam besprechen müssen und gemeinsam nach Lösungen schauen. Und deshalb möchte ich ganz gern auch nächstes Jahr nach Liverpool dabei sein. Als überzeugte Europäerin möchte ich die Grünen aus Baden-Württemberg vertreten und nach guten Lösungen schauen. Dankeschön. Vielen Dank. Das waren jetzt alle Bewerbungsreden für den Frauenwahrgang zum EGP-Kongress. Als Hinweis, wir haben drei Plätze für den Frauenwahrgang, aber vier Bewerbungen. Das heißt, wir müssen unter den Regelungen des Minderheitenschutzes abstimmen. Und jeder von euch hat zwei Stimmen zur Verfügung. Wir öffnen den Wahlgang und ich erläuter euch aber kurz bevor ihr abstimmt noch. Enthaltung und Nein gilt für alle eure Stimmen. Ihr könnt nicht eine Enthaltung und eine Stimme für eine Kandidatin vergeben. Also Enthaltung und Nein würde für alle zwei potenziellen Stimmen gelten. Ihr habt natürlich die Möglichkeit auch nur eine Kandidatin zu wählen oder maximal zwei Kandidatinnen zu wählen. Ihr seht eingeblendet mit der 1 Enthaltung, mit der 2 Nein, mit der Position 3 Vanessa Kann, mit der Position 4 Sophia Dittes, mit der Position 5 Christina Grendus, mit der Position 6 Catherine Kern. Ich eröffne den Wahlgang. Ich eröffne den Wahlgang. Vom Gerät her, Zahl, Enter, Zahl. Ich frage, ob es technische Schwierigkeiten gibt bei der Abstimmung. Die Lautäußerung hatte jetzt keinen technischen Hintergrund. Okay. Ich sehe keine. Dann schließe ich den Wahlgang. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Mit Enthaltung haben bestimmt eine Person, mit Nein zwei Personen. Auf Vanessa Kahn entfielen 76 Stimmen. Auf Sophia Dittes 58 Stimmen. Auf Christina Grendus 62 Stimmen und auf Catherine Kern 86 Stimmen. Damit wären Catherine Kern, Vanessa Kahn und Christina Grendus gewählt. Nehmt ihr die Wahl an? Ich frage zuerst Vanessa. Vanessa, nimmst du die Wahl an? Ja. Dann Catherine, nimmst du die Wahl an? Ja. Christina, nimmst du die Wahl an? Wunderbar, vielen Dank. So, wir kommen dann in den offenen Wahlgang. Hierzu liegen uns bisher vor Bewerbungen von Daniel Bayas, Michael Ploss, Jochen Detscher, Sebastian Fittkau und Bennett Müller. Gibt es weitere Bewerbungen? Das sehe ich nicht. Dann schließen wir die Bewerberliste und als erster Redner hat Daniel das Podium. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, erstmal vielen Dank nochmal für das Vertrauen gestern auf der Landesliste. Es ist mir wirklich ein Ansporn, mich da reinzuhängen. Und ich glaube, dass wir die Herausforderungen, vor denen wir stehen, nur europäisch lösen können. Ich glaube, dass wir die Konzepte, die wir entwickeln müssen, auch nur europäisch entwickeln können. Deswegen würde ich gerne, dass ihr mich auch zum EGP schickt. Was treibt mich da inhaltlich an? Wir sind Wegbereiter der Energiewende. Wir wollen die Verkehrswende. Und der Gerhard hat es gestern gesagt, wir wollen konsequent die Wende am Finanzmarkt. Das heißt, öffentliche Kapitalanlagen wie Pensionsfonds auf Nachhaltigkeit überprüfen. Das heißt, mehr Transparenz für Kleinsparerinnen und Kleinsparer, was mit ihrem Geld eigentlich passiert. Und das heißt vor allem, bevor wir die nächste Bank auf Steuerzahlerkosten retten, die Deutsche Bank bietet sich leider aktuell an, wollen wir, dass die Banken endlich in nachhaltige Investitionen umschwenken und dann halt eben lieber 5% verdienen. Denn was bringen 25% Rendite, wenn das Fundament darunter unser Planet das länger nicht tragen kann. Das ist ein Geschäftsmodell, was auch die Banker endlich verstehen müssen, liebe Freundinnen und Freunde. Wir Grünen, wir reden ja aktuell gerne über Steuern. Ich würde auch mal gerne, dass wir wieder stärker über die steuerlichen Anreize in der Klimapolitik sprechen. Vielleicht habt ihr ja den Dokumentarfilm von Leonardo DiCaprio gesehen, der ist wirklich sehenswert. Da gibt es eine Szene, wo er den US-Präsidenten Obama trifft und ihn fragt, relativ einfach, fast schon naiv, Why don't we get a carbon tax? Warum haben wir eigentlich immer noch keine Besteuerung von CO2, Mr. President? Da möchte ich mal festhalten, wenn unsere grünen Kernthemen nicht nur in der Mitte der Gesellschaft, sondern sogar schon Downtown Hollywood angekommen sind, ja dann können wir doch selbstbewusst sagen, dass wir da draußen Verbündete haben, dass wir mit denen gemeinsam für eine nachhaltige Wirtschaftspolitik kämpfen und dass wir auf dem richtigen Weg sind, liebe Freundinnen und Freunde. Deutschland hat nächstes Jahr 2017 den G20-Vorsitz. Treffen sich die mächtigsten Staatschefs in Hamburg. Das wird schwer genug mit Trump, mit Putin, mit Erdogan. Aber ich glaube, da muss auch die Bundeskanzlerin mal wieder zeigen, wofür sie in der Klimapolitik eigentlich steht. Und ich glaube, das wäre die richtige Gelegenheit, endlich den Schulterschluss von Klimapolitik und Finanz- und Steuerpolitik hinzubekommen, die Entkoppelung der wirtschaftlichen Entwicklung vom Ressourcenverbrauch, das ist keine Mode, das ist eine Menschheitsaufgabe. Und deswegen würde ich mich da gerne einbringen. Und ich glaube, das EGP ist genau das richtige Forum dafür. Und ganz nebenbei, letzter Satz, ich muss auch ehrlich sagen, ich würde gerne mal nach Liverpool, in die Heimatstadt eines großen Europäers, John Lennon. Und ich glaube, es ist genau die richtige Zeit, genau der richtige Ort, wo wir auch wieder mit jüngeren Menschen aus Europa, vor allem aus England, wieder ins Gespräch kommen. Die wollen keinen Brexit, die wollen mehr Europa. Und da würde ich gerne auch den Dialog intensivieren. Ich danke euch. Vielen Dank, Daniel. Als nächstes Michael Ploss. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, gestern haben wir ja schon gesagt, dass Europa wieder im Mittelpunkt unserer Politik stehen muss. Und ich glaube, wir brauchen wirklich diesen europäischen Zusammenhalt, damit wir unser Modell vom guten Leben beibehalten können. Damit wir den Klimawandel bekämpfen können. Damit wir in Zeiten der Globalisierung die sozialen Sicherheitssysteme aufrechterhalten können. Und weil Europa auch eine Garantin für die Pressefreiheit und für die Menschenrechte ist. Und gestern haben wir ja auch gesagt, dass wir eine europäische Bewegung brauchen. So wie es ein breites europäisches Bündnis gegen CETA und gegen TTIP gab, so müssen wir jetzt diese Dynamik nutzen und eine Bewegung für ein gerechtes und für ein ökologisches Europa schaffen. Wir müssen überall rausgehen, auf die Straße. Wir müssen aber auch mit den Unternehmen reden. Aber wir müssen vor allem mit denen reden, die sich als zu den Verliererinnen der Globalisierung zählen. Und ihnen sagen, dass es nur mit Europa geht. Nur mit Europa können wir die Globalisierung gerecht gestalten. Und das ist aber auch ganz klar, dass wir das nicht alleine schaffen. Wir sind in Baden-Württemberg die stärkste grüne Kraft in ganz Europa mit 32 Prozent. Aber wir brauchen eben auch starke Partnerinnen und Partner in den anderen Ländern Europas. Und da gibt es tolle Erfolge. In Schweden sind die Grünen, in der Regierung, in den Niederlanden sind sie stark. Aber im ureuropäischen Land Frankreich, da geht es den Grünen gerade nicht so gut. Und uns als europäisch denkende Partei, uns kann das nicht egal sein. Gestern hat der Cem gesagt, three strikes and you are out. Die Wahl in Frankreich, es wird eine europäische Schicksalswahl werden. Da müssen wir uns engagieren und mithelfen und müssen das Auseinanderbrechen des Kontinents dort verhindern. Da brauchen wir Kontakte zu den Freundinnen und Freunden. Da müssen wir aber auch den Grünen dort im Wahlkampf gegen Le Pen helfen. Und ich war bis 2015 Sprecher der Europäischen Grünen Jugend. Das ist der Dachverband von allen europäischen grünen Jugendinnen mit Mitgliedsorganisationen aus 38 Ländern. Da haben wir versucht, ein Netzwerk von glühenden Europäerinnen zu schaffen. Und das müssen wir jetzt wieder versuchen. Und da habe ich auch viel mit der Europäischen Grünen Partei zusammengearbeitet. Die hat eine wichtige Scharnierfunktion, die bringt die europäischen Parteien zusammen. Und wenn wir unsere Politik europäisieren wollen, dann müssen wir auch die europäische grüne Partei noch stärker machen. Und ich kenne auf europäischer Ebene die Strukturen, die grünen und ich trete auch hier an in der Delegation, damit ich die baden-württembergischen Grünen und die Delegation mit den anderen vernetzen kann, damit wir unsere Politik europäisch machen können. Ich bin Michael Bloß, ich bin aus Stuttgart. Ich glaube, dass unsere grünen Werte, dass Demokratie, Toleranz, dass Transparenz, Geschlechtergerechtigkeit, dass eine gerechte Globalisierung und Friedenspolitik und ein klares Ja zu Europa, dass das der Keimzelle einer europäischen Bewegung sein kann, um das voranzubringen. Deshalb bewerbe ich mich heute bei euch. Dankeschön. Vielen Dank, Michael. Als nächster Redner Jochen Dettscher. Vielen Dank. Liebe Freundinnen und Freunde, die vier Grundfreiheiten der Europäischen Union, die Freiheit von Verkehr, Wahn, Dienstleistung und Kapital, machen Europa für uns zu einem großen gemeinsamen Lebensraum. Dieser Lebensraum, den wir alle, also Grenze, die wir alle nahezu gar nicht mehr wahrnehmen und dieser gemeinsame Lebensraum bringt es aber auch mit sich, dass es Herausforderungen gibt, die wir nur noch gemeinsam in Europa bewältigen und lösen können. Und dazu brauchen wir gemeinsam demokratisch legitimierte europäische Institutionen und dafür brauchen wir auch gemeinsame, mehr europäische Parteien. In der Schweiz zum Beispiel gibt es zwei grüne Parteien, die im Streit liegen. Die französische grüne Partei hat derzeit Probleme und ist keine sichere Bank, auf die man bauen kann. Die polnische Grüne zum Beispiel sind marginalisiert und wir starke deutsche Grüne mit unserem Erfolg in Deutschland und in Baden-Württemberg können diese andere europäische Grüne Partei helfen, von unserem Erfolg zu profitieren. Die europäische Grüne Partei ist eine Möglichkeit, grüne Partei europaweit zu vernetzen und zu der Harmonisierung von unseren Programmen jeweils beizutragen. Wir hatten in Vorbereitung zum EGP Council in zwei Wochen in Glasgow, hatten wir diese Woche eine Telefonkonferenz mit Reinhard Bütikofer, Manuel Sarrazin, Terry Reinke, wo wir die Themen für das EGP Council besprochen haben. Befassen werden wir uns dort unter anderem mit dem Brexit und der Sondersituation für Schottland. Wir befassen uns mit dem Problem der Steuervermeidung, wie man sieht, an dem Apple-Ruling. Und zum Beispiel ein wichtiges Thema, was wir aber hier gar nicht so wahrnehmen in Baden-Württemberg ist, was dort behandelt wird, ist die Wiedervereinigung von Zypern. Wo sich dann auch wieder so Probleme widerspiegeln, wie der Konflikt mit der Türkei. Und wo wir versuchen, als deutsche Grüne mit anderer europäischer Grüne Partei zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen. Und für Europa reicht es auch nicht, wenn wir hier warme und europafreundliche Grüne Rede halten, sondern wir müssen uns wirklich zu Europa committen, auch wenn das manchmal Schmerzen bedeutet und auch wenn wir deutsche Grüne vielleicht manchmal auch auf unsere Schwerpunkte verzichten müssen. Das bedeutet, dass wir klar Haltung zeigen, wenn andere Parteien zum Beispiel Stimmung machen gegen andere europäische Länder, wie zum Beispiel den faule Griechen, der genug genervt hat. Ich wünsche mir, dass ich mich einbringen kann beim EGP-Kongress und dass ihr mir das Mandat gebt, die Baden-Württembergische Grüne dort zu vertreten. Ihr habt sehen, dass ich viel unterwegs war das Wochenende zu unserem CETA-Antrag. Wir haben stark gearbeitet, ein klares Signal zu senden und unsere Haltung zu CETA hier zu bekräftigen und ein klares Signal auszusenden an andere europäische Grüne Partei. Ich hoffe auf eure Unterstützung und danke euch. Vielen Dank, Jochen. Als nächstes hat die Gelegenheit zur Vorstellung Sebastian Vittkau. Ihr Lieben, ich möchte mich kurz halten. Mein Name ist Sebastian, ich komme aus dem schönen KV Mannheim und bin Sprecher der LAG Europa hier in Baden-Württemberg. Ich habe im Vorfeld mit ein paar Leuten gesprochen, wie der EGP-Kongress so ist und die Meinung war da eigentlich ziemlich ähnlich. Das ist ein ganz schön bunter Haufen. So vielfältig wie unser Europa ist, so vielfältig sind auch die europäischen grünen Parteien. Ich glaube, es kann ein ganz schön schräges Konzert geben. Ich stelle mir das ein bisschen vor, wie den Eurovision Song Contest, oder wie man früher sagte, Grand Prix Eurovision de la Chanson. Da bin ich großer Fan. Einmal im Jahr kommen SängerInnen aus ganz Europa zusammen und jeder und jede stellt nach bestem Wissen und Gewissen ein Lied aus ihrer Heimat vor. Wir erinnern uns da an Finnen mit Gruselmasken und russische Aldam-Chöre, die ihre Kochkünste besingen oder ein Gildo, der uns alle sehr lieb hat. Wir erinnern uns aber auch an eine junge Frau, die sich im Kalten Krieg seiner weißen Gitarre ein bisschen mehr Frieden gewünscht hat oder an Conchita Wurst, die es geschafft hat, die Menschen von Lissabon bis Moskau zu begeistern. Das Wichtige dabei ist, wir hören einander zu, egal wie schräg die Töne sind, egal wie schrill vielleicht der Auftritt ist. Und ich glaube, das ist genau das, was wir gerade auch in Europa brauchen. Wir müssen mehr miteinander reden, uns austauschen, uns gegenseitig stärken. Was ist los in eurem Land? Was sind eure Strategien gegen Populismus, gegen Hass? Was davon ist erfolgreich? Und was können wir davon übernehmen? Liebe Freundinnen und Freunde, ich möchte mir dieses Konzert gerne anhören und unsere baden-württembergischen Positionen einbringen. Zwei davon habt ihr ja auch in den Anträgen der LAG Europa vorliegen. Ich möchte das, was ich vom EGV-Kongress mitnehme, in die Arbeit im Landesverband einfließen lassen und in unserem grünen Lied für Europa weiterschreiben. Und liebe Freundinnen und Freunde, ich verspreche euch, wenn wir uns das nächste Mal sehen, dann singe ich euch dieses Lied vor. Vielen Dank. Vielen Dank, Sebastian. Nun hat Bennett Müller die Gelegenheit. Liebe Freundinnen und Freunde, vor zwei Monaten habe ich den Labour-Parteitag in Liverpool besucht. Ich war gespannt, wie eine der großen beiden Parteien im UK über das Thema Brexit und die Folgen debattieren würde. Aber ich wurde enttäuscht. Enttäuscht, weil die Mehrheit der Delegierten dafür stimmte, überhaupt keine Debatte zum Brexit zuzulassen. Enttäuscht, weil gerade in unseren Zeiten solche Debatten dringend geführt werden müssen. Und enttäuscht, weil ich mir auch mal von anderen politischen Akteuren wie Boris Johnson, Nigel Farage, Theresa May darüber Antworten erhofft hätte, wie es mit Großbritannien und der EU denn weitergehen soll. Und wenn wir im nächsten Jahr am gleichen Ort zu unserem EGB-Kongress zusammenkommen, wird das Thema Brexit wieder auf der Tagesordnung stehen. Aber anders als die Labour-Parteien Großbritannien werden wir diese Debatte umfassend führen. Denn beim Brexit geht es nicht darum, ob ein einzelnes Land aus der EU ausscheidet. Da geht es um die Frage, wie geht es mit der EU als Ganzes weiter. Und für eine positive, progressive, proeuropäische Partei wie uns ist es nicht nur die oberste Pflicht, an der Debatte teilzunehmen, sondern vor allem auch daran, an der Debatte aktiv wichtige Akzente zu setzen. Und liebe Freundinnen und Freunde, ich möchte für euch den Landesverband Baden-Württemberg beim EGP-Kongress vertreten und diese Akzente setzen. Denn wir schmieden diese Zukunftspläne nicht an einem x-beliebigen Ort. Wir diskutieren in einer Stadt, die sich selber gerne als the whole world in one city bezeichnet. Eine Stadt, in der über 190 verschiedene Nationen beheimatet. Eine Stadt, die eine Vergangenheit voller bewegter Hochs und Tiefs hat. Und eine Stadt, die ein ganz anderes Großbritannien repräsentiert als das, was sie aus den Medien kennen. Ein aufgeschlossenes Großbritannien, in dem unterschiedliche Menschen aus verschiedenen Nationen friedlich zusammenleben. Ein junges Großbritannien, das mit überwältigender Mehrheit gegen den Brexit gestimmt hat. Und ein politisches Großbritannien, das die Johnsons und Farages bei jeder Gelegenheit in die Wüste geschickt hätte. Und welcher Art würde sich denn für uns Grüne besser eignen, als über die Zukunft von Europa zu sprechen. Lasst uns deshalb gemeinsam hier und heute ein Signal aussenden, dass wir den Glauben an die europäische Gemeinschaft nicht aufgegeben haben. Lasst uns gemeinsam aufstehen und für ein progressives und positives Bild für Europa werben. Und lasst uns gemeinsam die europäische Innovationspartei sein, die Visionen hat, die über den Tag hinausdenkt, die ihren Idealismus nicht aufgibt, die Dampf macht beim Klimaschutz, bei den Bürgerrechten und bei der Schaffung für Chancen von allen. Dafür, liebe Freundinnen und Freunde, bewerbe ich mich als EGP-Delegierter. Vielen Dank. Vielen Dank, Bennet. Das waren jetzt alle Bewerbungsreden für die offenen Plätze zum EGP-Kongress. Wir hatten fünf Bewerber gehört. Es gibt drei Delegationsplätze. Auch hier greift wieder der Minderheitenschutz. Das heißt, ihr habt zwei Stimmen zur Verfügung. Ihr seht eingeblendet. Mit der 1 könnt ihr euch enthalten. Das gilt aber dann für alle verfügbaren Stimmen. Mit der 2 könnt ihr für Nein stimmen. Auch das gilt für alle verfügbaren Stimmen. Mit der 3 könnt ihr für Daniel Bayaz stimmen. Mit der 4 für Michael Ploss. Mit der 5 für Jochen Dettscher. Mit der 6 für Sebastian Fittkau. Und mit der 7 für Bennet Müller. Ihr könnt maximal zwei Stimmen vergeben. Ihr könnt natürlich auch nur eine vergeben. Die Abstimmung ist geöffnet. Gibt es technische Schwierigkeiten? Jawohl. Sind die Schwierigkeiten behoben? Ja. Gibt es noch weitere Delegierte, die nicht abstimmen konnten? Hier. Unten in der zweiten Reihe. Mitte. Problem gelöst. Wunderbar. Dann schließe ich den Wahlgang. Bopferd. Bopferd. Vielen Dank. 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 Die Anzahl der Ersatzdelegierten. Vielen Dank. Okay. Wir haben uns jetzt noch mal abgestimmt. Kurze Unterbrechung. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, so eine einen Antrag auf Feststellung der Beschlussfähigkeit ein. Als Verfahrensvorschlag für die Feststellung der Beschlussfähigkeit schlagen wir euch vor, dass jedes anwesende, stimmberechtigte Mitglied mit den Televoter das zu erkennen gibt. Und diese Abstimmung wird jetzt vorbereitet. Vielen Dank. 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 Okay, dann schließen wir jetzt den Wahlgang. Vielen Dank. 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 Dankeschön. Und dabei lassen wir es bewenden und wünschen euch jetzt einen schönen Sonntag und freuen uns, wenn wir uns, wenn wir uns bald wiedersehen. Macht's gut. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.